so eine wunderschönen abend das spiel glaube ich habe ich schon geändert gerade ich habe das noch versucht vorher zu machen aber ich müsste vielleicht noch push the talk raustun ja sorry für alle die gerade oxygen bei mir gucken wollten und die dachten hey endlich mal wieder pugio keine ahnung woran das liegt bevor mir jetzt noch 5000 mal hier das abschmiert habe ich gesagt okay übernehmen ist schade hat mich sehr darauf gefreut aber okay parfait macht das auch ganz gut so gerade noch ich habe keine paket verluste es hört einfach auf zu senden es ist alles grün ich habe keine frame verluste ich habe gar nichts das hört einfach auf zu senden hey seyron hör auf aus dem channel zu gehen wenn du jedes mal wieder gezogen werden willst schlimm bitte kann den armen kerl mal jemand ziehen bitte wir haben einfach auf rauszugehen ob internet da ist oder nicht mal spielt keine rolle so meine lieben ich weiß nicht ob ich jetzt hier stream wollte ich spiele das bloß die ganze zeit ich versuche diese quest hier zu machen die quasi zeit begrenzt ist und wenn ich das richtig verstanden bin ich fast am ende es geht darum dass man quasi die geschichte von diesem komischen skelettschiff das jetzt momentan hier sein unwesen treibt herausfindet und ja doch die macher haben sich schon mühe gegeben eine gute story zu entwickeln ja unten auf dem banner drauf außer und da kannst du dann ganz normal den halten das ist alles momentan noch für die für das kinderspital ausgelegt also ja alles klar genau schlaf gut bis dahin bis dahin so folgendes ist mit wander geschehen so sie hat was getan also hat sie diese alte kanonin verwünschte kanonkugel verwandelt in der hoffnung als schmiede ein vermögen zu verdienen damit hat sie sich selbst sollte und ihr schiff verflucht und heuert ihr zwei weiteres gelettet und schiffe für ihren kleinen krieg an nennt sich captain warsmith ganz offensichtlich hat sie den verstand verloren wirklich zu schade aber jetzt wissen wir mit wem wir es zu tun haben und warum bitte nimmt dieses sieg dieses segel und verteidige der chance auf plenty machen stolz oder wenn du dich eher nach den ancient idols verbunden fühlst dann sage sie am plan der ausbaut bescheid ok wenn du aus irgendeinem grund eine schwäche für der walt hast dann sprich mit sand am back up to viel glück da draußen hörst du ok jawohl ich habe die quest erfolgreich abgeschlossen also das war der stream viel spaß noch ich vermute schon er war die serie ist echt nicht hübsch aber das brauche ich für den kampf um dieses show einfach mal anziehen warum nicht wie soll denn schaffst du überhaupt sofort reinzukommen nicht dass du wieder dein internet verlierst inwiefern ja du hast doch gerade das internet verloren und wieder verloren und wieder verloren so ich komme leider nicht in deinen channel rein wenn es darum geht nein thank you weiß nicht barfi wenn du willst können wir auch irgendwas zusammenspielen moment also vielen vielen dank für deine vier euro vielen dank für deine spende an die kinder wenn du müssen kann ich zugreifen was wollt ihr spielen was hättest du denn war zur auswahl das weiß ich nicht anakin hast du dbd ja ich werde jetzt kein dbd spielen ich habe vor ungefähr einem monat gesagt dass ich dieses jahr kein dbd mehr zu ihm werde und daran halte ich mich bis jetzt das ist ein ja schatz hast du einen vor ja stimmt ja das muss ich gleich machen ich habe portal nights werde aber jetzt auch kein portal nights stream ich habe einen vor zwei ja bitte lass mal kurz in anderen raum gehen ja parfi ist ein pirat das ist richtig war jetzt gerade nicht mehr davon gelbe segel ehrlich der kasse unklarte zahlen ach so viel viel dank dafür dafür jetzt muss ich erst mal die kurze punkte verteilen 100 punkte für alle ups dann haben wir noch bonus punkte indem ich welche regnen ablassen was soll es gibt schlimmeres so ja das heißt ich bin hätte jetzt noch mal ein euro und da kommen noch mal viel von bei der ungerade zahlen hast dann ist die gezahl immer noch an gerade dann müsst ihr normalerweise einen neuen donaten ok wir haben die mission habt den rest kann ich nicht machen dafür brauche ich ein crew mit beziehungsweise eine allianz und das werde ich heute nicht hinbekommen entschuldigung du kannst auch keine ganze allianz stellen das ist das problem ja das ist richtig ähm was da gehen wir noch mal ein bisschen schatzkarten machen glaube ich dabei kann ich ja wenigstens auch so helfen zum glück was nehmen wir denn ach was wir kaufen einfach alle drei sie zum vor sich hin ja ich würde sagen dass man dich im stream hört ob es dich stört oder nicht dass es deine angelegenheit so aber ja sie singt zum eigentlich relativ leise es wundert mich wenn sie lauter ist hört man sie tatsächlich nicht bei mir durch so ups ähm wir fangen natürlich mit goldquell klingt doch ganz nett mal gucken ob es eine karte ist die ich schon kenn oh und ein fass warte mal sanctuary außen posten bis 6 Uhr am 19. welchen haben wir denn ok weg damit auf so ein stress ding habe ich keine lust was wirst du mich veräppeln ich habe die gleiche mission nochmal bekommen ja ja es ist eine andere map oder sollte eigentlich sein ja nein es ist alle gleiche ja so einfach scheiß schießball was wollen die heute alle mit dem scheiß schießball entschuldigung mal gucken ob ich die insel wieder finde da ist es hier mermit sideway und die müsste eigentlich hier sein wonders refuge einmal nach südost und einmal nach südwest wo wollen wir hin südwest oder südost Ost ich würde jetzt sagen wirst du Münze ich habe keine Münze hier also fahren wir nach südost fertig warte ich habe eine so zahl für Ost ne ich sing auch nicht das würdest du ja sehen außer keine sorge also zahl für Ost Ost ist scheiße Münze weggeschmissen alles klar außer viel Erfolg was hast du gesagt zahl für Ost ne ja weiss ich nicht und es ist zahl langweilig also willst du lieber dass ich nach Westen fahre oder was nein langweilig im Sinne von ich bestimme nur was im Osten ist und ich wäre im Osten ja ok bei einer Münze ist das auch nicht fair dann muss ich das halt auch nicht bedienen aber wirst schon ein bisschen doof ne also ein bisschen ich war vor kurzem noch babysitten und habe auch einen 5-jährigen aufgefasst das ist keine Begründung doof zu sein glaub mir nein aber dafür dass man schon so ein bisschen durch ist aber Kat das würdet ihr ja trotzdem sehen oder meinst du ich habe jetzt gerade ein Video laufen was meine Kamera zeigt oh ja Eigentor also wie viele Kisten haben wir denn da drauf eine und wir haben den 18. Übergang zum ne wir haben mittlerweile den 19. bis 6 Uhr ne interessanterweise was passiert wenn ich die Karte verfallen lasse bin mal ein bisschen im Lörg alles klar Risi viel Erfolg das Problem ist bloß solange ich jetzt nicht direkt einen Faschisbräufer fast finde kann ich auf gar keinen Fall diese Mission schaffen und das ist doof also wenn sie keine Stimme hat dann kann sie auch nicht summen musst du ein bisschen nachdenken bevor du sowas von dir gibst so ich verlos euch dann erst einmal viel Spaß beim Schminken ja das Schminken kommt live on stream viel Spaß beim Üben das was ich jetzt mache ist mich unter die Dusche stellen und rasieren viel Spaß danke weil ich nur grad ob ich die Arme und Beine einfach lasse oder nicht das musst du wissen wenn dann was komplett yo ich bin getroffen Aua Pafi mit deinem Toos meintest du jetzt was genau lassen oder machen ich hab gar nichts Toos gesagt das war Seidon nein ich hab gesagt wenn dann alles brauche ich nicht alles gesagt also heute nicht mein Tag empfinden darf es nach dem anderen ich sag es jetzt schon immer anderen Leuten auch erst nachdenken dann sprechen das könnte ja helfen nicht böse gemeint naja bis später bis später viel Erfolg bis später danke und später hat er keine Beine mehr ja dann komm ich gar nicht mehr dazu weil ohne Beine komm ich ja schlecht aus der Dusche bis an dem PC gekrabbelt weiss ich nicht also ich würd's eventuell schaffen aber die Frage ist wie viel Blut unterwegs auf dem Boden liegen bleibt es kommt drauf an ob du das vorher behandelst oder nicht Aaaaah dadurch dass das Telefon und mein Handy an meinem PC sitzen würde ich das behandeln lassen bevor ich hier bin also also geh duschen ja so ah du bist ne Schlange du interessierst mich nicht da bist du tschüss da bist du noch irgendwo hier vielleicht ein Schießpulverfass rumliegen möge mir bitte jemand ein Schießpulverfass herzaubern weil immer dann lag da unten keins mhm da unten waren nur normale Fässer ok und ne rote Blume ah ok doch du hast ein besseres Auge als ich gg nevermind die rote Blume hab ich gesehen mehr nicht ich sag ja die zwei Monate ca. SOT in einem Stream schauen hat's in meine Augen kaputt gemacht ich sag's mal so ich hab selber sehr sehr lange SOT gespielt und geschaut aber ja ich hüpfe halt meistens fröhlich durch die Gegend und ich war eigentlich immer der auf der Galleone der am Schiff geblieben ist da weiß ich ja wie das demnächst sein wird wenn wir zusammensacken ja doch ich glaube ich sollte was anderes spielen ich hab die ganze Zeit Hallos du hast das Gefühl dass du wieder verfolgt bist oder was? ich hab die ganze Zeit das Gefühl dass jemand über mein Schiff drüber springt ja hey Schlange ich hab daneben gegraben wow ne braune Kiste ach irgendwie das üblichste überhaupt momentan naja du musst eine Piratenlegende werden damit du die nicht mehr findest das ist die einzige Möglichkeit ah dieses Segel ist furchtbar aber was man nicht alles tut um den ganzen Content zu sehen ok äh Sanctuary Auspost wo ist das denn? da oben ne? ja einmal komplett nach Norden können wir von der Zeit her sogar machbar sein nö der Vertrag ist ausgelaufen oh das ist das was ich meinte ich hatte nicht mal wirklich sechs Stunden Zeit da überhaupt was zu finden das ist halt immer so ein bisschen das ist halt immer so ein bisschen west süd west äh äh süd west so pass schon lalalalalalalala ich werde aber jetzt noch ein bisschen nebenbei Musik anmachen weil ich zocke eigentlich immer mit Musik läuft bei dir das ist leider das Spiel mal hast du Glück was deine Karten angeht und mal hast du einfach nur Pech übrigens habe ich letztes Mal rausgefunden die Karte die ich gemacht habe ist verpackt so geh da ist er wieder Baby was ist verpackt? die Karte die ich da letztes Mal on stream versucht habe zu lösen und ich gefunden habe die ist verpackt ok du musst dich tatsächlich in der Luft über dem Berg drüber schießen und genau im richtigen Winkel leuchten damit das funktioniert ja und ich habe das dann mal irgendwann gegoogelt weil äh naja natürlich ist ja auch schlimm wenn man das nicht machen kann ja mein Gott mir ist halt dadurch ähm noch ein Schritt 3 verloren gegangen was halt einiges an Ruf ist mhm und die Skelette haben ja wieder einen aimbot das ist jenseits von gut und böse dabei haben die das aimbot schon verringert haben sie? ja zumindest äh von äh äh die haben das aim auf ich glaube 80% und ich auf 100% runtergestellt gehabt oder so Treffen trotzdem immer noch relativ zielsicher muss ich zugeben bei einem Kollegen habe ich schon gesehen dass sie zwischendurch so 2-3 Schüsse nicht treffen ja gut das haben sie früher aber zum Teil auch aber äh ich soll nicht jammern das ist ein schönes Spiel ja das was ich jetzt von dem Spiel gesehen habe fand ich auch schön ich muss ja ganz ehrlich zugeben ich hätte gerade vorhin als ich zum ersten Mal zu dem Outpost gesegelt bin gerne gestreamt weil da war so ein 3-Mann-Schiff hat mein am Outpost zerschossen was sie nicht gemerkt haben ich bin die ganze Zeit da ich ihr Schiff drauf geklebt habe und ihre Sachen verkauft und dann irgendwann haben sie mich getötet und haben dann noch so Sachen in check geschrieben wie Noob wir haben deine Kisten derweil haben sie quasi jetzt ihre eigenen Kisten verkauft was halt davon auch übrig war also ja ich muss schon sagen die hatten vollen Erfolg die haben ein Schiff versunken und ungefähr die Hälfte ihrer Kisten verloren ja weißt du dass es denen irgendwann aufgefallen? ja das ist denen wahrscheinlich aufgefallen als ich dann wirklich tot war und ich das nicht mehr lesen konnte ja ich bin dann quasi auch auf der Condos und an den Zeit der Map gespawnt die haben mich nicht mehr gefunden schade eigentlich ich glaube die hätten dich gejagt ja und was hätte es ihnen gebracht? eigentlich gar nicht ich habe nur die Quest gemacht ich habe quasi keine Kisten und sonstiges bei mir also wenn sie mich versinkten ja shit happens dann bin ich hier nach rechts und dann hoffen wir mal dass da vernünftige Kisten drauf sind so oh Gott aber tut mir jetzt echt leid für dich Pony oder dass das nicht funktioniert ja Karma ist ne Bitch ne wieso Karma? was hast du angestellt? ja nix weil es halt nur ja dann gibt es sich Mühe und macht vermehrt und ich hätte keinen Arsch da dafür ja, mit hätten passiert ja das ist richtig ja das ist richtig dennoch wäre es schön wenn du quasi noch ein bisschen länger hätte streamen können hm ne ich jetzt nicht so eng ja klar ich habe mich auch gefreut weil A seit langem mal wieder streamen ich kann mir das jetzt auch schon sagen hm und B halt auf dem Kanal für einen guten Zweck glaube ich nächstes mal vielleicht wieder ich bin ja dabei bin ja trotzdem dabei mach ja trotzdem mein Ding und unterstütze und mehrere ja klar naja ich seh das jetzt nicht so eng du bist auf jeden Fall dran mit den Giveaways und so und tauschen wir einfach mal die Rollen klick mal hin ich will nur erstmal die ganzen Spiele wenn ich ja gerade dann durchgehen und abhaken was wir jetzt schon haben und weiss nicht mhm damit die Liste stimmt und auch alle gucken können ja hörst du jetzt auf zu schießen? bedanke ja fürs nächste werde ich da was auf die Homepage basteln das wäre das dann einfach als ein wenig abhaken und hätte ich mich hier von Tabelle zu Tabelle helfen müssen ja klar ich bin irgendwie von der falschen Seite hier irgendjemand tockt ne und dann müsste das hier es wird jetzt eigentlich nicht du hast die hier rausgelöscht die die Gasse gegeben mal ja naja ich hätte mal geben wieder eine Captain's Küste immer nur braune Kiste ne die ist nicht braun ja braun äh klar sicher braun ist mit dabei aber die ist schon ein bisschen mehr wert oh ein Schwein und ein Huch ich hab bloß keine Käfige dabei aber ich denke mal nach dieser Karte werde ich vermutlich ein bisschen Handelsposten Zeugs machen obwohl die eigentlich immer nervtötend sind aber hey ja die sind wirklich nervtötend ich möchte hm? ne sagst du als erstes ne ich möchte trotzdem irgendwann Piratenlegende sein also ja dann müssen die dann auch gemacht sein ja ja der hat ja mal total verhebt ja die sind Gott sei Dank nicht mehr ganz so übel die haben ja früher wirklich jeden Schuss getroffen ja aber Kollege mit dem Handelsposten Quests ey der hat schon das öfter gehabt dass er irgendwie im Käfig vergessen hat mitzunehmen ja gut aber er hat dann auch jedes Mal das Glück dass er sogar nach 2 Stunden Fahrt wieder dahin zurückkommt oder halt der Käfig der immer noch steht das Problem was du bei den Fahrten hast ist du kannst nicht Ewigkeiten brauchen weil die alle einen Zeitrahmen haben naja das stimmt und wenn du mal eine Kiste vergisst und dann nochmal zurück musst um eventuell zu einer weiteren Insel weg zu fahren kann das sein dass dir der Vertrag ausläuft aber ich meine normalerweise mache ich die immer mit einer größeren Gruppe weil einfach mehrere Leute gleichzeitig laufen können aber aber ja mal gucken muss ich denn dann wirklich ganz dahinter laufen ja ich glaube da habe ich eine Idee gleich wo bist du denn gerade also jetzt wenn du am Land bist wie bitte? wo bist du denn jetzt gerade ok da auf dich kein Ende ähm warte mal wir haben hier den Tümpel Tempel 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 Ja doch, außer hat es vor dem auch gehört. Aber es ist eigentlich nicht schlimm. Oder ich empfiehle das nicht ganz schlimm. Die Leute werden sich schon melden, wenn sie stört. Andernfalls, es ist heute ein Feature. Frauen, die vor sich hin trellern, singen und so meinen, die sind immer glücklich. Das ist richtig. Das habe ich dir doch nicht richtig gemacht. Mal schauen, wie es morgen geht, weil morgen, denke ich mal, wird sie ganz schön K.O. sein, wenn das... der Hauptteil vorbei ist. Aber... Ja doch. Mal gucken, ob das zu hoch ist. Oh Gott, so viele Videos. Das war sogar zu tief. Mist! Fuck! Und die muss ich alle exportieren. Ja, du hast jetzt noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, ich habe da noch ein paar Tage zu tun. Ich muss ja vor allem überall den Titel ändern, weil die Sonderzeichen mag YouTube wieder nicht. Hm. Eieieiei. Das kriegst du schon hin. Ja, klar. Ah, die gute alte Banane. des Piratens. Banane. Hm? Banane. Ja. Übrigens nochmal zur Info. Gegen 23 Uhr werden wir das Giveaway starten. Gegen 24 Uhr, wenn wir es auslosen, das wird unser letztes Haupt-Giveaway sein. Das heißt, es gibt fünf, also vier Key und einmal ein Key plus Schlüsselanhänger aus der gelben Sparte. Ähm. Könnt dann gucken, was da noch schönes drin ist. Es sind ja bloß noch fünf, also eigentlich kann ich mal vorlesen. Ja, es sind fünf und die werden glaube ich alle auf einmal weggegeben dann, ja. Ähm. Hier? Nein. Okay, gucken wir nochmal auf der Karte nach. Ähm. Wir haben hier die, ne weiter oben. So. Hier. Als Spiele. Kurz vor dem Posten. Als Spiele für das Key bewegen. Stehner zur Verfügung. Entschuldigung, ich hab zwischen Quatsch aber. Alles gut. Ähm. Minecraft 10. Ähm. Minecraft, die Windows 10 hier sehen. Hearts of Iron 4. Tropico 5 Bust DLC. Ähm. Espionage und Water Bomb. Born. Born. Ähm. Rust und Satellite Rein. Stehner zur Verfügung. Sind ein paar tolle Spiele. Und dann haben wir hier noch ganz viel für. Das ist gut. Ich hab mal geguckt, wir könnten jetzt alle drei Stunden noch drei Stück raushauen und haben immer noch genug. Äh. Jede Stunde drei Stück. Ja. Doch. Ja, wenn ich jetzt nur zwei Tage aufgeteilt hab, haben wir pro Tag jetzt noch elf Stück. Das heißt, jetzt jede Stunde drei und morgen jede Stunde eine, dann kommen wir nochmal elf Stunden weiter. Oder alle zwei Stunden sind wir nochmal bei 24 Stunden. Äh. Ja. Ja. Unge Rust hattest du schon immer mal. Socken ja dann Punkte sammeln und dann gleich teilnehmen. Oder alles gleich. In eineinhalb Stunden. Da kannst du auf jeden Fall noch massig Punkte sammeln. Genau. Eine halbe Stunde werde ich dann anfangen. Und 23 Uhr wird ausgerufen. Also macht Werbung. Wir wollen schön viele Leute dabei haben. Die die Chance darauf haben. Ich wünsch die Bananen hätten auch in real life heilende Fähigkeiten. Das hilft. Auch real life übrigens. Ja, das ist ein gebrochenes Bein halt glaube ich ja weniger. Nein, aber es ist gut für den Knochenwachstum. Ja. Und hilft beim Heilen. Ja sicher. Sicher. Aber hier im Spiel ist, du fällst halt 20 Kilometer berg runter, überlebst mit deinem Leben, dann isst du die Bananen und rennst einfach weiter. Fertig. Ja guck dir jetzt den Level an. Schüttel, schüttel ein bisschen Saft über den Arm. Alles kann. Na ja gut stimmt voll. Aber rein theoretisch. Es hilft. Obwohl ich... Na gut scheiß rum ist wieder. Ja, aber ich finde es ein bisschen schade. Die wollten eigentlich ein Essens DLC für Sea of Thieves rausbringen. Wo du dann Orangen und auch Fleisch und sowas quasi herstellen kannst und dann verkaufen kannst. Ja. Kommt wahrscheinlich nicht mehr. Momentan konzentriert sie sich tatsächlich sehr auf diese Zeit-Events von Skeleton-Raids und Schiffen und Megalodon und was weiß ich alles. Mal so eine permanente Sache wäre auch was schönes. Habe ich jetzt noch eine Karte bekommen? Nein. Wow. Ähm. Gut, dann fahren wir doch wieder zurück nach Golden Sands. Das heißt einmal nach Nord-Osten und dann werde ich tatsächlich das tun, was ich vielleicht vorm Through hätte tun sollen und zwar aufs Klo gehen. Ich gebe Asari Schuld. Damit Punio heute mal frei hat. Ah. Ist zu gütig, ne? So, Tweet ist raus. Vielen, vielen Dank. Das kannst du übrigens einmal stündlich machen, um Punkte zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Punio das schon gesagt hat. Was hast du gesagt? Dass man den Tweet stündlich raushauen kann. Du kannst jede Stunde den Tweet retweeten, ja. Ich weiß noch nicht, ob es auf dem selben gilt. Das müssen wir noch testen. Ähm. Also, wenn du nämlich hier deinen Twitter-Clip mit, äh, Ausrufezeichen Twitter-Register und dann deinen Twitter-Namen, kriegst du, wenn du retweetest, hier auch Punkte und zwar 250. Japp, japp. 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 Ansonsten aktiv im Chat teilnehmen. Doppelte Punktzahl. Im Chat generell da sein. Punktzahl. Ähm. Donation Punktzahl. Follow. Hosts glaube ich auch. Aber ich glaube bloß, war das alle paar Stunden für einen Host? Irgend so was. Also, es sollte gehen. Bis es soweit ist, solltest du schon ein paar Punkte zusammen haben, also. Ach ja. Wie schön die Sonne geht unter. Aber es ist zu früh Spiel. Wir haben noch zweieinhalb Stunden Zeit, bevor Annie die Sonne untergehen lässt. Irgendwie graust es mich ein bisschen vor seinem Stream jetzt dann. Was? Ja. Ansonsten auch wieder heute. Wenn ihr Sea of Thieves nicht sehen wollt, sagt Bescheid. Ich habe definitiv ein Auswahlprogramm. Oh nie. Entschuldigung. Das probiert bloß, dass ich mich tatsächlich glaube ich auf der Uni nicht so richtig konzentrieren könnte. Muss man sich auch nicht viel konzentrieren. Ich schon. Ich bin immer so ein Planer. Wenn ich nicht plane, werde ich unglücklich. Das ist bei mir sehr sehr schlimm. Hast du doch einen ziemlich guten YouTuber reingezogen. Weißt du nicht? Ja. Das ist ja das Problem. Die eine Seite, der Anfang mit dem Farmen und sowas funktioniert immer richtig gut. Aber dann passiert so ein kleiner Fehler, wo dann die Trommelfälle einfach mal verschwinden. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo meine lieben Duplikants durchdrehen. Du musst halt mit Luftdrucksensoren arbeiten, ne? Ja, die hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Alter. Ja, deswegen erst aufbauen, wenn du das hast. Ja, ja. WB. Ansonsten Tür auf. Wieder auf. Ja. WB. Na mal gucken. Ich schau mir jetzt auf jeden Fall noch eine Karte an. Wenn die jetzt eh Blödsinn werden, dann... Mal gucken, ob jetzt gleich wieder so ein besonderes Schiff vorbeikommt, das meint mich angreifen zu müssen. Da drüben liegt schon eins. Tust du mir mal einen ganz großen Gefallen. Was denn? Klick mal bei deiner Kamera rechte Maus. Wie? Dann gehst du da bitte auf, auf, äh, transformieren. Und auf horizontal spielen. Warte mal. Darf ich kurz erst andocken? Das wäre doch sehr nett. Ich hab das jetzt bloß vorhin spontan eingestellt. Eigentlich hatten wir das gestern für den Macarena Tast noch umgestellt. Ich mein nur, weil... Es verwirrt mich so. Du sitzt in der rechten Ecke und guckst nach rechts. Du guckst sozusagen aus dem Bild raus. Ja, und das ist verwirrend irgendwie. Für mich. Also, ich weiß nicht, wie ich die anderen empfinden. Ich empfinde das als... Ja, es ist gut, dass du mir das sagst. Ich wusste ja nicht, dass das geht. Ja, und dann ist sie zwar gespiegelt, ne, links hinten. Aber... Diese Schiff. Aber dann ist auch links wieder links und rechts wieder rechts, glaube ich. Geht mal bei den linken Armen. Ach, es ist einer auf dem Schiff, ja? Ja. Das ist interessant, dass er mich mit einem Bonnablass nicht getötet hat. Ja, ich muss jetzt nicht weiter versuchen. Ach, ja, Leute. Du bist ne Piratenlegende, ja? Okay, ich denke mal, ich werde eh gleich das Spiel wechseln. Ah, so. Kamera, rechts. Was hast du gesagt? Soll ich machen? Äh, horizontal spiegeln. Und wo mache ich das? Bei deiner Kamera. Rechte-Maus-Eigenschaften. Äh, Rechte-Maus-Filter. Nein, nicht Filter. Transformieren. Transformieren. Ach, transformieren war das. Transformieren. Und... Was war das? Oh... Horizontalspiegeln, ja? Wenn du bist du im Moment ja, dann guckst du ihn nämlich ins Leben ein. Ah. Okay. Sehr cool. Hab ich bei mir auch. Dann würde ich voll in die ideale Richtung hoch. Okay. Gut zu wissen. Und jetzt dürft ihr auf links, links sein und rechts, rechts. Nehmt mal bitte den linken Arm. Das ist gerade eigentlich sehr, sehr schlecht, was wir hier machen. Ich sterbe jetzt die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit deine Sachen mache. Aber ja, das passt. Ja. Ha? Punio lenkt mich ab. Ja. Wir sterben. Wir sterben. Ne, das war wegen Punio. Uh. Noch dreimal. Ja, das war wegen Punio. Ne, sie hat mich nicht verstanden. Sie hat zwei Kopfhörer auf und fragt mich, deswegen... Punio, das geht an der Apokalypse, also okay. Ja, ja. Immer. Weißt du doch. Ja, klar. Ach, ja. Zeit und mach hin. Was hältst du das jetzt? Das Problem ist bloß, dass genau wegen sowas mir der Spielspaß an dem Spiel wieder verloren geht. Ich werde die ganze Zeit immer nur von irgendwelchen Gruppen muchen. Abgenommen. Die meinen, die sind echt super toll. Also. Hinter Hermann Sannes Haus hängen 100 Hemden raus. 100 Hemden hängen raus. Hinter Hermann Sannes Haus. Kommt jetzt nicht schwer. Was auch immer du gerade gesagt hast. Das war ein Loot. Mit Zungen. Achso. Achso, also. Okay. Ich hab mir den Grafikpack nicht eingebildet. Sehr gut. Achja. Ja, hat sowas. Die haben sich die Gegenden wahrscheinlich auch gekauft. Wie der Spiel der... Keine Ahnung. Ja. Hat ja. Oh Gott. Das ist wirklich los, dass ich keine Munition mehr hab. Okay. Und genau wegen sowas macht leider Sea of Thieves Solo keinen Spaß. Ja. Ich guck nach. Vielleicht kann ich ja da jetzt starten. Schade. Was aber jetzt auch nichts mehr bringt. Wie gesagt. Ich werde jetzt das Spiel wechseln. Und zwar... Achja. Weißt du was? Spielen wir ohne. Ich geh kurz auf Kao. Bereite alles vor. Und dann bin ich gleich wieder da. Okay. Ich geh da mal in der Zwischenzeit. Mal kurz in den Ack. Grein mich um meine Ackis kümmern. Ich geh da mal in der Zwischenzeit. Achja. Jetzt muss ich ja wieder die erste Installation ausführen. Achja. Jetzt muss ich ja wieder die erste Installation ausführen. schon Paige dassel ist. Chip und Crash Untertitelung des ZDF, 2020 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 gastrophobie kann nicht kochen plus fünf basteln drei wirtschaft basteln ist doch gut was denn ist das über die maschinen bedienen das heißt der ist halt besser bei strom erzeugen zum beispiel ja am hamsterrad dinge an und ausschalten ja den nehme ich mal mit ein schnarcher will ich nicht beim besten will nicht auch nicht übrigens wenn du beim bot und der der wartestange guckst da warten immer noch ein paar leute auf namen falls du das auch machen möchtest weil das läuft ja immer wo muss ich da rein bei mir ist bei mir ist die liste lehrer jetzt ja dann könnt ihr euch doch gerne wieder einfügen wenn ihr möchtet mit ausrufezeichen schon q da könnt ihr dann quasi gepickt werden ein duplikant zu sein ich bin mal besonders sicher plus sechs bauen ist halt schon interessant man kann aber auch nicht kochen durchfall dann würde ich lieber ihn hier narkoleptisch kann überall einschlafen na ja das ist aber nicht so schlimm das heißt wir haben eine höhere fitness weil die auch zwischendurch aber zu machen hat aber den nachteil die machen ich habe hier voll mit dem weiskanal so wollte ich doch cool da muss ich kleine schrauben schreibe sie körper plus drei kochen dann nehme ich dich mit oh wow die leute jetzt alle tollen ok darf ich mal sagen dass das rasieren voll die dumme idee war warum hast du geschnitten nein aber das juckt überall ich nehme den jetzt ziemlich viel gute werte dann brauche ich noch einen guten namen für die kolonie hätte ich sie lieber kaltbox treffe empfehlen sollen weißt du wie seltsam ist es als kerl auf einmal voll die glatten arme zu haben dass sie die arme rasiert ja wenn dann schon richtig spugn ja gut das ist ja deine wolle die dann wieder doppelt so dick nachwächst zumindest dicker aussieht aufgrund des querschnitt muss aber auch dazu geben ich kenne keine frau die sich die armenhaare rasiert doch war mal eben aber mittlerweile nicht mehr ok wie gesagt es sieht dann dicker aus die haare wachsen dunkler nach jetzt muss ich glaube wir haben hier zehn amount einen pick ok wir haben einmal random gaming random gaming geben wir die fähigkeit wie wohl einzuschlafen oder ja bitte gott random gaming dann brauche ich noch einen dann haben wir einmal aranti 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 ich glaube aranti wird unser baumeister ich glaube aranti wird unser baumeister aranti schreibe ich das richtig? ja tv und dann brauche ich noch einen namen für aranti aber ohne h bist du dir ganz sicher? ahja well ich bin alt ich darf das und druck mich ja wieder letztendlich unser künstlerischer schrauben kassbar sehr schön habe ich das wenigstens richtig geschrieben? ja ok dann lass lasst uns loslegen oh das ist mal ein schönes layout ja na es ist definitiv keine stone map ok ähm jetzt machen wir so und hallo DJ übrigens hoho eine wunderschöne grund am DJ tschuldige Robby ich war jetzt irgendwie ein bisschen abgelenkt und so da ich muss mal sagen mein Archi ist jetzt ein bisschen flüssiger als vorher das ist gut glaube ich so ich bin gleich nochmal da mhm bis gleich bis gleich bis gleich ups aber ich merke dass ich mein GFOS experience sicher drauf habe das kannst du doch jederzeit wieder installieren ja ja laut Multi wäre das ja kacke weil du die ganze ressourcen frisst das musst letztendlich du für dich entscheiden ob du das haben möchtest oder nicht ja die Fehler sehen nämlich total bescheuert aus bei meinem Archi total verschmiert total verschmiert keine Ahnung beziehungsweise rage courage wie war das mit der eigenen Werbung und anderen Streams wollen wir hier nicht sehen und auch nicht auf dem Hauptkanal wenn du dich gefragt wirst mach sowas nicht das ist schön bitte aber trotzdem viel spaß ok ich enthalte mich da mal kurz mhm hier bitte noch graben und Leiter dann ey wenn man mal einmal einer Person zurückschreibt und die einen dann jeden Tag im WhatsApp-Store ey krass ich habe echt viel Oxylite hier merke ich gerade why not ok wir haben hier dann quasi das erste Bett mit und dingstens aber doch ja es geht schon so so Handpumpe so mal da hin so so machen wir so Sagen wir mal hast du seine Megabase Challenge angeguckt? ja die ist heftig die Megabase Challenge ist ja eigentlich nur von seinen ganzen Experimenten die er irgendwie mal gemacht hat alle in eine Base zu packen ja ich bin dann ich bin jetzt bei Video 10 oder so und ich komme nicht mehr mit keine Chance ja dann guck dir mal die äh Full Automatic Challenge an vor der graust mich ehrlich gesagt dass da wirklich wirklich alles äh automatisiert wird ja ja vor der graust mich ein bisschen wenn ich ehrlich sein soll ok wir haben ein Klo das reicht für den Anfang wir haben Betten würde ich mal direkt sagen bauen wir das hier unten um machen Strom hier unten drunter ich habe kein Rohmaterial äh kein Metall das könnte ein Problem werden ok wir wollen trotzdem erst mal bitte Priorität hier unten haben und einmal eine Steuze hier unten so also du siehst ich habe durch dich schon ein bisschen was gelernt wobei der jetzt wahrscheinlich gleich schwimmen geht wenn ich das richtig sehe wenn ich mal so alles dann Möbel nein Medizin einmal ein Waschverhältnis ja gut das muss ich jetzt eben warten so hier unten 5 7 so so gucken ob wir schon dreckig die Erde haben ja übrigens wie gesagt du kannst die Einstellung kopieren du musst nicht jeden einzelnen anklicken wie mache ich das dann am besten klick einen an ja und dann hast du unten rechts steht da Einstellung kopieren oder übernehmen oder sowas auch übertragen genau klickst du an und dann ziehst du einfach über alle drüber und dann ist das fertig ah ok das meintest du letztes Mal das habe ich dann nicht so ganz verstanden gehört genau das spart so viel Zeit ja ich meine kochiniere doch bei den Farmen ich habe jetzt gerade schon das wichtigste quasi ich habe jetzt ja hört sich gut aus das Ding unter Wasser perfekt du hast gelernt oh ja ich habe jedes Wort aufgesogen was du mir quasi erzählt hast ups nein kapstadt dann brauche ich hier bitte eine Reihe Ziegeln weil wir wissen ja Kabeln ohne Ziegeln das ist nicht so geil und ich habe nämlich hier geplant unter die Storage Dinger kommt wahrscheinlich wieder meine Form drunter damit das ganze Kohlendioxid hier runter geht ich denke dann das zieht sich nach Gächtes ne das heißt es wird sich bei dir ein Wasserbecken sammeln und nicht da hinten das heißt du machst da eine Tür hin machst und selbst dann ja ich bräuchte die Dingentür dafür ist ein Argument das funktioniert diesmal gar nicht so ja doch und dann drunter und drunter halt diese Ziegeln die Sauerstoff durchlassen und dann geht das nach unten ja vor der Tür dann aber das ist dann erst ein bisschen Zukunftsmusik aber was solls also dass das Kohlendioxid da unten sammelt wird und das ist ja schwierig es sei denn du machst das zum Wasser hin wieder auf dann zieht es ja wieder rüber ne wenn der Sauerstoff dann hoch will ich glaube ich finde einen Weg so ja später halt mit Pumpen das sowieso ja da wird dann wahrscheinlich nochmal umgebaut ok ihr baut jetzt das Zeug hier das ist schön das heißt aber ich könnte trotzdem hier oben einfach mal den Essensraum mit drauf klatschen warum nicht dann machen wir hier so dann werden wieder die ganzen Emote äh Emote zeug ich schon die ganzen Befehle rausgedonnert ja Punkte sammeln ja klar klar das würde ich ja nicht anders machen im übrigen keine die es auch noch interessiert ähm erstens haben wir jetzt 22 Uhr ich werde jetzt gleich das GbW starten zweitens ähm wir werden denke ich mal am Wochenende jetzt mal zusammensetzen für die offiziellen Kanal-Streamer und dafür endlich mal einen Zeitplan fertig machen dann wird es ab nächste Woche jetzt wahrscheinlich losgehen für die die Interesse daran haben es gibt ja einige die trängeln schon drauf dann geht es endlich los ich spüre davon aus dass wir dann für nächste Woche anfangen können klingt eigentlich gut ja dann hätten wir das auch und wenn wir jetzt den Tag morgen noch durchstehen haben wir sogar schon Affiliate das heißt das Loot ist richtig für den Team Support dann da auch mal ein Dapp da zu lassen wenn ihr mal so ein Primesub überhaupt oder so extra Geld da lassen müsst ihr jetzt nicht zwangsweise ihr habt ja ganz viele Möglichkeiten kostenlos zu supporten ja durch Loot die Primesubs wenn ihr den sowieso habt ja ähm einfach da sein ist auch Support weiter erzählen weiter erzählen das kommt dem kompletten Team zugute das im Prinzip unterstützt ihr ein Team unterstützt ihr damit auch die einzelnen Streamer und genau ja One Time wenn ihr da mal bestellt und lootst uns ein Link dann haben wir auch was davon oder Humble wenn ihr da was holt lootst uns ein Link und somit unterstützt ihr mit euren eigenen Käufen die ihr vielleicht so oder so schon macht noch zusätzlich das Team was wiederum ein Giveaways oder Equipment für das Team was wiederum ein Giveaways oder Equipment für das Team oder was auch immer ein ewiger Kreislauf ein ewiger Kreislauf mhm mhm oh guck mal Random Gaming du schläfst auf einer Leiter was tust du hier? die anderen arbeiten ganz fleißig und du? guck mal der will nur dafür sorgen dass schön viel coolen Dioxyd nach unten geht ja wirklich schon achja einmal so einmal so 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 der wird giveaways oh wow guck mal was ich hier direkt dran hab neuer neuer Roller we see later oh der ist gut mit Wägeplatten dran ist das wow ich muss mal ganz kurz was gucken hier hier oben habe ich Schleim also was die Schleimlung angeht habe ich mal wieder eine wunderschöne Map erwischt ich könnte ein Duplicant rufen ich weiß was einen kann ich mir leisten Bauentöpel kann zwar nicht forschen ist aber keimresistent und hat eigentlich ganz gute Werte kann nicht graben und wird jederzeit überhaupt schleifen ne wir nehmen dich wen holen wir denn jetzt heran hier ähm pick eine Person never raven herzlich willkommen in der Kolonie du bist eine Frau herzlichen Glückwunsch die raven die raven die raven ja und noch Bauenteufel ja so da wir jetzt ein offizielles gbw machen also das war das letzte genau es gibt vier und dann ein key plus Schlüsselanhänger also gibt es Mühe ist der letzte Schlüsselanhänger den wir haben abgesehen natürlich von TopTonator TopTonator wird aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Gaming Aid bleiben Gaming Aid nutzt das dann übrigens wir haben zurzeit eine Aktion da wollen die einen ach welches Spiel war das? wer ist das noch jemand? oh hab ich leider nicht im Kopf äh ich glaub ja mit allen Entwicklerunterschriften die THP für einen guten Zweck versteigern die packen das Zeug dann einfach mit dazu ja das Milestone Pack den Gutschein Destiny 2 und den Schlüsselanhänger wird dann einfach mit dazu gepackt und der meist bietende bekommt das dann und das Geld geht wiederum für einen guten Zweck raus das ist auch ein kleiner so ich nein nicht letztes giveaway das letzte giveaway was quasi als donation goal angegeben war DJ genau Tickets weißt was ich mach trotzdem einfach nochmal mit mit 20 was haben wir denn alles schönes? wir haben in Minecraft die Minus 10 Edition Hearts of Iron 4 Tropico 5 Plus DLCs und zwar Espionage und Waterbomb Bomb Entschuldigung äh Rust und Satellite Reins so meine lieben Freunde ich hab das hier vorhin nicht alles umsonst hergestellt ich bitte euch darum einfach mal bitte die Forschungssachen und die Nahrung fertig zu machen bevor jetzt anfangen aufzuräumen ich weiß aufräumen ist wichtig aber random du bist beim abbauen eingeschlafen in die Nachtphase reingekommen und deswegen schläfst du jetzt auf einem auf einem Hügel voll Algen Mensch Mensch und jetzt hast du hier reingepinkelt einmal wischen bitte einmal wischen bitte die wischen hä? die wischen ja vor allem das lustige ist er ist auf dem Ort eingeschlafen wo ein Klo hin sollte das ist halt jetzt irgendwie so wir haben Strom wir forschen einmal fortschrittliche Forschung bitte Prioritäten Prioritäten mochte von euch jemand forschen nicht wirklich hm ok FIFORM haben wir noch nicht bauen Aranti und Drogmycher ihr beide seid erstmal fürs bauen verantwortlich das heißt random wird erstmal für forschen eingeteilt Prioritäten kochen ja Raven viel spaß beim kochen die können wir öffnen so wenn wir jetzt eh schon dabei sind kann ich eigentlich wenn das jetzt hier alles rein fließt im Prinzip dann kann ich hier eine Kammer bauen doch das funktioniert 1 2 3 4 5 also ich brauche 3 dann eine Zwischenebene 1 2 3 Zwischenebene 1 2 3 4 dann kommen das wird dein Lagerbereich da kommt mein Garten rein dann planst du jetzt schon falsch ich plan schon falsch ja weil du kannst nicht nur von diesen scheiß Mehlläusen da leben das funktioniert nicht das heißt du brauchst noch Platz für ne Lampe ähm muss noch gucken wie weit die strahlt ich glaub 5 Felder strahlt die wenn die das ist erstmal ein kleines Feld der Rest wird angebaut sobald ich es brauche ich hab das jetzt am Anfang sucht hm für die anderen Pflanzen brauchst du ja Platz für die Lampe oder machst du da eine extra Farm für den dann mach ich normalerweise eine extra Farm ach so ja dann ich mach das bloß hier am Anfang unten damit das Kohlendioxid reinlaufen kann mhm mhm deswegen das heißt ich mach hier bei der Wasserstelle jetzt ähm ähm ein Durchgang damit das Kohlendioxid quasi vom Wasser weiter runter läuft 3 Boden 1 2 3 Boden es reicht eigentlich für den Anfang 4 nimm das hier noch beziehungsweise hier kommt die Leiter hin ich hab von äh von dem YouTuber gelernt dass man da hab ich mich jetzt verbaut ich bin schon ein bisschen doof okay ähm dass man quasi am Anfang nicht unbedingt sofort alles perfekt planen soll ja genau du musst die umbauen genau so das kommt weg wichtig ist dass du halt auf die Kirche achtest um Sauerstoff ja der Rest kommt von alleine das kann man eigentlich One-Way-Ticket machen da hab ich was was zum Händewaschen vergessen wenn ich das jetzt das dürfte jetzt aber nicht schlimm sein seit einem Jahr vorher wenn du bei den ja Energienproduzenten raus Hände wechschen im Klo raus Hände waschen das geht schon ja ja so du forschst wirklich das heißt ich hab dann bei den Supercomputer wie sieht denn das Energienetz generell aus Auslastung 300 Watt maximal Stromverbrauch 1000 Watt da kann ich definitiv den Supercomputer noch mit dranhängen sobald er jetzt dann fertig ist ich bin so stolz du hast so schnell gelärmt ich bin so sicher es gibt diese Watt muss so schnell wie möglich fertig gemacht werden Machen wechschen wir sind im Hund es gibt ja du bist nass geworden hab dich nicht so Machen wir das hier Da kommt ja normalerweise jetzt so eine Gasverdienungstür mit rein, aber die habe ich halt noch nicht. Ja, was halt auch wichtig gewesen wäre, wenn du neben die Leiter noch ein Blatt flest, A kann das Kohlendioxid besser runter und B kann sie dir später da auch so eine Rutschstange hinmachen. Achso, das kenne ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht, aber für das erste geht es. Dann kommen sie schneller, bei den Rutschstangen kommen sie halt schneller von oben nach oben. Schnell als mit der Leiter, was der extrem anzelt spart. Ja, was? Im Minimalfall lässt man neben der Leiter, links und rechts einen Platz. Einmal für die Rutschstange und einmal dann später für das Röhren-Transformsystem. Aber das ist nach Zukunft die Musik. Mal gucken, ob das bis dahin überhaupt schafft. Ich gehe davon aus, dass es heute Abend wahrscheinlich nicht passiert, ja. Soweit war ich auch noch nie. So, Station. Supercomputer, kommt da hin. Ist zwar ein bisschen weit weg vom Wasser, aber Welp. Das kriegen die jetzt noch so hin, glaube ich. Dann Forschung. Priorität 7, so. Bis jetzt scheint eigentlich alles ganz gut zu laufen. Ach, du redest wieder mit dir selber. Raven, was tust du da? Ich finde das irgendwie ein bisschen schöner so aufgebaut, wie ich das jetzt gemacht habe, als das letztes Mal. Da habe ich ja quasi bei Racken versucht, aufs Maximale rauszureizen. Oh, irgendjemand muss das Klo sauber machen. Sorry, Micha. Aber irgendjemand muss das Klo sauber machen. Hast du jetzt echt Kupfererz aufgehoben, um das Klo sauber zu machen? Ja, jetzt macht es schon jemand anderes sauber. Geh, geh. Ich habe wieder was Wichtiges vergessen bei dem Feld. Obwohl der Kohlenstoffdioxid drin ist, aber das meiste ist jetzt hier drüben drin. Ja, das wird sich jetzt schön da nach rechts auslagern. Ja, gut. Machen wir... Hier kann ich keine Ziele reinmachen. Egal, das wird jetzt für den Anfang funktionieren. Genau, da das unten ist, den Sauerstoff dazu hochdrücken und es wird sich alles unten sammeln, dann füllt sich das auf. Ja, ja. Zwar ein bisschen langsamer als gewünscht, aber... Oh, ich habe die Rufe. Koch. Ich brauche als erstes einen Koch. Dann nehmen wir... Milcher. Dann einen Forschungsassistenten, nehmen wir Random. Und einen Minenarbeiter, dann nehmen wir Raven. Dann muss ich eure Prioritäten noch anpassen. Raven... Das ist jetzt Minenarbeiter, ne? Also... Buddeln. Graben, hier. Randomgaving ist Forschung. Und Drogmicher ist Koch. Dann brauche ich definitiv aus dem Entspannen jetzt dann gleich noch. Nee, ich bräuchte bitte hier einen Massage-Tisch. Vier Stück. Noch mal so. Wir sind alles ruhig im Chat. Ist das die Montagskrankheit, oder? Vielleicht. Was? Ja, es ist Montagabend. Wochenende ist vorbei. Und der hat am Überlegen wegen meinem Umzug genagt. Ach so. Okay, ja, der Sauerstoff muss erschaffen werden. Hier, machen wir bitte. Wie schauen denn meine Berichte aus? Gestern. Ich habe mehr Kalorien erzeugt, das ist in Ordnung. Sauerstoff kann ich nicht mehr erzeugt haben. Gucken wir trotzdem mal rein. Langsamer Lerner, dafür ein Frühaufsteher und Nahrungswahrnehmung. Hat Fürsorge, Athletik und Graben. Mag Kunst und Bedienen. Probieren wir es mal. Pick. Wer ist es denn? Resida. Die ganzen Verrückten kommen rein. Resida. Drucken. So. Warte auf Materiallieferung. Ja, gut. Wie machst du das eigentlich immer mit der Schleimlonge? Machst du dann quasi so eine Passage, wo du dann innen quasi die Luft filterst, oder? Nein. Oh, teilweise. Erstmal ein bisschen hinbuddeln. Eine Tür definitiv rein und dann eben die Luftfilter. Okay. Und dann Stück für Stück nicht zu viel auf einmal, ne? Hm. Weil die sterben ja vom Sauerstoff von alleine. Ja, ja. Gut. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Also so. Dann hat Resida jetzt auf jeden Fall den Schlüsselanhänger, den letzten, oder? Als Erster. Ich bin doch noch nicht. Ich glaube, der hat der Gewinner, ne? Ja, ne. Wir haben ja mal dort verloren. Das war, ähm. Wer ist nächstes bei mir in der Kolonie aufgenommen wird? Ah, okay. Wir sagen schon Bescheid, wenn das Giv-Aware ausgelöst wird, keine Sorge. Nee, weil du gerade gesagt hast, der Gewinner ist Resida und deswegen Gründer. Nee, die ist Gründer. Ja. Aber... Was haben wir eigentlich hier oben? Kohlenstoffdioxid. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Metall, das heißt... Da oben ist viel Dioxid drin. Da warten wir immer noch, bis wir da hingehen. Wir gehen aber da hin. Damit buddeln die sich hoch und... Wird mal... So. Ansonsten muss ich... Obwohl, ich mach' ne Leiterpassage hier rüber. Wir buddeln uns hier durch, also... So. Das ist zwar nicht hübsch, aber effektiv. So. Und du hast du beim Würfeln jetzt eigentlich die Gewinnchance runtergedreht? Nein, warum? Wie ist das immer? Nee, in letzter Zeit habe ich da beim Würfeln kaum jemanden gesehen, die wir gewinnen sehen. Und am Anfang zollt viele. Das ist komplett random. Okay. Der Bot hat einfach keine Lust mehr. Ja, vier Tage durcharbeiten. Können wir mal. Lass uns alle verlieren. Also. Okay, ihr seid wieder leer da unten. Ähm... Batterie-Ladespelle. Habe ich niemanden? Ich hatte doch jemanden, der gerne tretet, ne? Bedienen. Ach, das war Trockenmicher, der eigentlich kaufen soll. Das war noch mal. Resida... Wart mal. Du bist erstmal für Reinigung zuständig und fürs Lagern. Irgendjemand von euch muss jetzt trotzdem... Erinnerst du da gerade alles mit drin? Random Gaming, bitte. Wir haben Random Gaming, ArantiTV, Drogmicher, NeverRapen und Resi da. Mich noch nicht. Nö, aber so viele sind nicht mehr in der Liste. Fünf Stück noch. Ja gut, ergibt Sinn. ViaStreamersTV ist persönlich auch mit drin. Sehr schön. Wie sieht denn die Faschung aus? Und Random, Drogmicher, NeverRapen und? Sorry. Aranti. Random, Aranti, Drogmicher, Never und Resi da. Was ist denn jetzt los, Katze? Was ist denn los mit dir? Ich bin ja dafür, dass WS-Männchen... Das muss alles machen, weil das WS-Team besteht ja halt aus mehreren Leuten. Ich kann halt nicht so genau aussuchen, was die für Attribute haben, wenn die bei mir rein kommen. So. So. So? Bin mit Wetter am Laufen. Achso. Oder auch nicht, wieso geht das nicht? Open. Wer als erstes stirbt, oder was? Wer zuerst krank wird, weil sterben wird zu lange dauern, aber wer ist zuerst krank? Wer ist tatsächlich interessant, ja? Darf ich den Namen nochmal eintragen? Ne. Okay, wir machen hier wieder Ziegel. So, da oben bitte nicht. Ich weiß, was baut es einfach komplett ab. Random, Raven, Aranti, Resi da und... Random? Ich hab Trockmücher. Trockmücher. Trockmücher, ja. Trockmücher, okay. Das war nicht wirklich, dass er erstmals krank wird. Ich versuche natürlich, dass keiner von euch krank wird. Hier träumt gerade echt vom... Ok. Wo? Du bist? Warte mal, du warst der Koch, glaub ich, ne? Ne, du bist hier gerade auf dem Klo. Ja, und du bist der Koch hier. So. Geht das jetzt? Geht nicht. Schade. Da sagst du mir, ich hätte irgendwas interessiert, dass ich gehe da in den Neugang. Wir brauchen hier definitiv nochmal Sauerstoffanschluss. Oder mache ich gleich ein Algenterrarium? Wäre wahrscheinlich besser. Einmal hier. Und so reichne Sauerstoffproduktion. Unterkühlung. Kurbelnie bedeutet krankbetten. Das bedeutet, irgendjemand ist krank, ja? Ernsthaft, jetzt wollte ich die Wette aufmachen? Ja. Es ist jemand krank. Dann hat mich das erledigt. Random Gaming ist der erste, der krank ist. Das ist mir tatsächlich auch noch nie passiert. Ja. 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 Krankenstation. Krankenbett. Toilette. Kantine Tisch. Habe ich noch nicht kennen. Das ist eine Maschine. Wenn ich mal hier sehe, da ist ein Klo. Und ein Esstisch. Ja. Ein Klo, aber kein, kein Plutzklo. Ja, ich habe das Klon noch nicht. Irgendwie funktioniert das gerade gar nicht. Nicht so gut, wie ich das vorhin am Laufen hatte. Thank you! Ich habe etwas gehört. Monika, vielen, vielen Dank für deine 90 Euro. Mehr geht auf keinen Fall mehr, aber muss noch sein. Das hast du heute früh schon gesagt. Das hast du heute früh schon gesagt. Vielen, vielen Dank für die weiteren 90 Euro und deine Unterstützung. Das macht's aus, aber danke dafür. Vielen, vielen Dank. So, Punkte. 900 Punkte für den Jet. Ich glaube, ich kann... Woran hapert es jetzt? Ja, nicht nur der bei dir, Michael. Ich habe ja gesagt, wenn wir es bis 0 Uhr schaffen und noch die 4000 zu knacken, wird ja mein Schlüsselbart auch schon immer schon noch bar. Na, aber der geht dann auch bis. Aber nur, wenn wir es bis 0 Uhr noch schaffen. Also glaube ich nicht, dass mein Bart irgendwie weg ist. Oh Mann, jetzt habe ich letztes Mal bei meinen Haaren da auch geworfen. Okay, Resi da. Du wirst... Arzt. Ach, kann ich noch nicht machen. Doch, hier, Laufbursche. Let's go, Resi da. Pflege uns in random wieder gesund. Ach, warte mal, das war... Wahrscheinlich zum Aufräumen. Ist auch in Ordnung. Aber irgendjemand müsste sich bitte am random kümmern. Garanti. Warte mal, ich habe keine Medizin. Was passiert jetzt, wenn ich da... Ich habe das Gefühl, das geht jetzt nach hinten los. Ich habe gerade... Ja, es sieht so aus, als würden bei mir die Leute jetzt langsam oder sich ein bisschen sterben. Aber schon im zehnten Zyklus, das ist sogar für mich ein Rekord. DJ, bist du gerade anwesend? Niedrige Moral, Krankenbett angenehm, geklaudert. Die Blase füllt sich halt langsam, Ausdauer, Immunsystem ist 100%. Und der wird gepflegt, okay. Die Bärte sollen abläufen. Der Life-Digger hat mich gespeichert. Ich meine, ich traf das jetzt manuell nach, aber... Dir geht es tatsächlich extrem gut. Du kochst vor dich hin, du hast es schon... Warum auch immer jetzt unsere Minenarbeiter kocht, aber... Das lassen wir da hin, wahrscheinlich weil er nichts mehr zu tun hat. Wir buddeln einfach hier mal noch ein bisschen weiter. Da drüben sind... Es kam auch Schleim... Ich habe halt echt fast meine komplette Base rum Schleimlonge. Ich muss noch kurz dazwischen tragen, kam nach den 4 Euro von Kalmani, also Rage Courage, kam danach noch was rein. Die 90 Euro von Monika jetzt. Das waren die einzigen? Ja. Weil die hat sie nicht gerade nicht möglichst weiter. Okay. Aber hier sind es immer fleißig am aktualisierten anderen, ne? Ja, und kann aber sein, dass Tipi uns das gerade nicht übermittelt hat. Ich trage es manuell ein. Das heißt, wir sind dann exakt bei 3400. Cool. Oh, wir haben fertig geforscht. Das heißt, du bist wieder gesumt. Äh, interne Verbrennung möchte ich einmal bitte haben. Und... Nahrung war das, ne? Acker, ja. So. So. Ich habe mich erzählt. Egal. Dann hatten wir zwei Felder. Gibt's schlimmeres. Genau, die Schilder kommt ja erst noch. Ja, Annie, wir freuen uns. Müsst du jetzt eigentlich um 0 Uhr oder um 1 Uhr anfangen? Das musst du mir sagen. Äh, mir ist das egal. Ich richte mich dann nach Punio. Wenn er sagt, er würde bis um 1 Uhr, dann ist das egal. Warte ich bis dahin. Ich bin nicht Punio. Ach stimmt. Ja, daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, dass ein Punio ja ablöst hat, weil er sein PS stimmt. Deswegen, ich... Dann richte ich mich da nach dir. Ob du bis um 12 oder bis um 1 Uhr machen möchtest. Ich glaube, ich würde tatsächlich erst mal bis 12 Uhr sagen und lieber morgen nochmal mich hinten dran hängen, wenn... Wir müssen dann gleich so gucken, ob das bei Anakin überhaupt funktioniert, ne? Ach ja, stimmt. Stimmt. Da war was. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich schmeiß OBS einfach mal ganz kurz komplett runter und installier's nochmal neu. Du hast ja noch anderthalb Stunden Zeit. Ja, ich brauche dann nur sämtliche, äh, Dings nochmal. Also den Overlay und so. Das kriegst du hin, denke ich. Also ich kann dir da jetzt gerade nicht helfen, sagen wir es mal so, aber... Alles ist jetzt. Machen wir auch irgendwie schon. Ähm, dann möchte ich bitte Möbel hier... Machen wir einfach mit zwei Kantinentische rein und... Die 2K haut sie aber erst nach hinter welchem Goal raus. Das heißt, das zählt nicht damit dazu. Was hier eigentlich für die Goals. Es bleibt unser Geheimnis. Was? Äh, äh... Pet! Micha, ich hab doch jetzt schon die A-Karte. Wenn ich nachher dann übernehme oder versuche zu übernehmen, dann schwinke ich mich hier. Und sitz im Kleidchen da. Mit Perücke. Wie viele Stunden streamst du damit? Kommt drauf an, wie fit ich bin. Das war deine eigene Entscheidung, Annie. Ich weiß. Warum bist du ja bisher nicht gerade live? Ah nein, ich stehe gerade. Okay. Ich mein, äh... Pu... äh... Pavi... Ich hab die ganze Zeit angemacht. Hätt ihm nicht bestimmt, wenn ich da äh komplett was dagegen hätte. Das ist mir klar. Trotzdem bist du verrückt. Warum? Mir war danach. Halb, halb. Yay! Rock mich auf. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Und herzlich willkommen. Bin dann... Bin dann mal wieder hier. Hehehe. Schönen guten Abend an deine Viewer. Was hast du gestreamt? Das hab ich vorhin gar nicht mitbekommen. So, ihr forscht. Da oben wird auch fantastischer Strom erzeugt. Hier... Uh, ich kann jetzt große Batterien bauen. Und Schalter. Und... Bisschen in die Richtung, wo ich mich nicht mehr ganz so gut auskende. Ist der Kompost einzig nützlich? Du brauchst den Dünger dann später, ne? Gleich brauchst du nicht. Jut. Ähm... Funio? Mhm. Wenn ich OBS jetzt komplett runterschmeiße und die dann neu aufsetze, willst du dann gleich mal kurz mit Einstellungen? Exportiert ihr die Einstellungen? Bringt ja nichts, wenn ich... Wenn wirklich irgendwas an den Einstellungen rumgepfuscht wurde, irgendwie... Ich verstehe vom Hinblick raus. Bringt es ja nichts, wenn ich die gleichen Einstellungen dabei setze. Ich glaub nicht, dass das an den Einstellungen liegt. Sonst würde das auf deinem eigenen Kanal auch nicht funktionieren. Ja, richtig. Ich glaub auch nicht, dass es an den OBS liegt. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Aber... Test ist es wert, ne? Man sollte probieren, dass man probieren kann. Okay. Jetzt sieht's gut. 1.3 war ganz lustig, aber viel zu... Ja... Das mit der Wärme... Das ist uns bekannt. Ich schau mal da unten in der Ecke nach der Temperatur. Das geht dann auch krass für die Pflanzen. Weil ich ja grapitiere, das ist pro Temperaturproblem. Naja, es geht tatsächlich noch. Ich mein, hier drüben wird's warm, ja. Hm, das kappelt ja schnell darüber, als wir oben sind. Ja, das hab ich schon mitbekommen. Ja. 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 Aber ich hab wieder... Also ich hab glaub ich noch kein Spiegel gehabt, wo ich wirklich ein kaltes Biom neben mir hatte. Hm, das hast du auch nicht direkt neben mir. Du musst aber noch ein bisschen rauspudeln. Ja. Ja. Ja, eins nach dem anderen. Das Problem ist halt, dass ich wirklich fast überall Schleimlunge hab. Das ist... grad ein bisschen doof. Wie weit bist du mit deinem Forschungsjahr? Das mit dem Strom ist ein bisschen tricky. Warte mal, Strom... ...kohlegenerator... ...ist noch nicht fertig. Oh, wie ist Sauerstoff? Das scheint nicht so gut zu funktionieren, wie ich das will. Okay. Dann bleiben die Tickets noch offen. Ist das um? Und ihr habt noch Zeit, Punkte zu sammeln und noch mehr Tickets zu holen. Um was? Bin ich halt so leise, oder? Nö. Ich hab dich verstanden gehabt. Okay. Also... Ich bin mir grad nicht so ganz sicher, was ich machen möchte. Warten bis meine Forschung fertig ist, wahrscheinlich. Und die Leute mal ein bisschen aufräumen lassen. Ähm... Hier... Kontinuierlich... Sub-Prio... Der Grill ist auf 7. Du hast ja grad, glaub ich, ein Fahrrad. Oder sind die Leute? Ja? Das ist nicht so gut, dass ich die habe. Die, glaub ich, erzeugen... ...schmutzigen Sauerstoff, oder? Oder nur das Wasser schmutzig? Ich würd dir gerne antworten, aber ich glaub, du verstehst... Achso, ausgeht, da hab ich keine Verluste. Ich hab eigentlich einen Verluste und du kommst bei mir ganz ruckelnd an. Okay. Ich versteh dich tatsächlich klar und deutlich. Ja, wie gesagt, ich hab auch nur eingehend Verluste und nicht ausgehend. Ich weiß nicht warum. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Okay, ähm... Ja, lagert mal das Zeug ein. Pflanzt da unten das Zeug an. Da ist ein bisschen Kohlenstoffdioxid. Das heißt, ihr müsstet glücklich sein. Seid ihr... Damit kann ich dann auch gleich das Zeug herstellen. Du grillst jetzt das Essen. Das ist auch gut. Nur, dass du jetzt keiner am forschen lässt, das stört mich ein bisschen. Warum ist... Ach, du erzeugst Strom. Tja. Ja. Gut. Ähm... Zum Bauen gibt's wahrscheinlich grad 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 nicht so viel. Bedien du mal bitte noch. Dann machen wir das jetzt trotzdem mal so. So, wir... Zerlegen dich und wir zerlegen dich. Und bauen hier ne große Batterie dafür rein. Damit nicht. Nahrung läuft. Wir haben da hinten einen Essensraum. Strom. Große Batterie. Zack. Ich glaub wir brauchen mehr Toiletten. Hast du jetzt Erde... Wir brauchen mehr Toiletten. Definitiv. Okay. Dann... Machen wir einfach hier... Okay. Ah... Möbel, Medizin... Medizin? Was ist zuhören? Machen wir mal hier einhängen. Sanitär. Plumpskur. Ziegel. Und ne Tür. Dann bitte das hier graben. Und dann gucken wir mal, ob das das vielleicht ein bisschen besser macht. So. Jetzt höre ich dich wieder. Okay. BW. BW. Schön, dass sie wieder da sind. Und jetzt bin ich auch wieder wach. Ich weiß nicht was anderes ist in letzter Zeit. Geht das vielleicht dem Internetanbieter oder... Mhm. Also theoretisch nicht. Neue Version auf der Frittbox aufgespielt schon. Sollten wir? Ich glaub es gibt ne neue Version. Und dann... Weißt du halt... Äh... Von 7 oder irgendwas sowas. Das ist keine Düngung drin. Das ist interessant. Kohlenstoffdioxid sammelt sich an der rechten Seite, ne? Ist aber auf der linken Seite etwas tiefer, wandert es von rechts nach links ab. So ne, es verbreitet sich ja. Ja. Wenn dann nichts weiter ist, ja. Wenn du aber Überdruck hast von Sauerstoff zum Beispiel, klebt es immer in der rechten Ecke. Ja. Ja, klar. Klar. Ansonsten versucht es den tiefsten Punkt zu erreichen. Ja, momentan habe ich ja definitiv nicht... Diese Eigendinge, die bringen halt fast gar nichts irgendwie. Na doch. Aber mit Licht bringen die halt noch mehr. Ah. Daher wird der Wind. Ja gut. Und sie verbrauchen keinen Strom, ne? Ja. Ja. Ich glaube auch nicht so viele Materialien wie der Deoxid... Ja gut, die verbrauchen auch Wasser, was der Deox... Ne? Was der halt nicht braucht. Und die Algen brauchen übrigens auch Kohlenstoffdioxid. Das heißt, du müsstest den ganz unten verbrachten. Ach so. Ja gut, ich lasse die jetzt einfach mal stehen. Leute. Das ist aber Algenverschwendung, wenn die da oben stehen lässt. Wie bitte? Das ist dann aber Algenverschwendung, wenn sie oben stehen lässt. Okay. Weil wie gesagt, die verwandeln ja Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff um. Also müsste ich jetzt hier quasi einen Komposthaufen weg machen und auf hier einen von den Dingern hinstellen, ja? Beziehungsweise, was ich auch machen könnte ist... Ne, kann ich noch nicht. Ich stelle da oben jetzt mal nochmal ein Dioxidiere hin. Ich meine, ich habe erst einen, das sollte gehen. Einer müsste für 5 bis 6 Komposthaufen jetzt locker reichen. Ich möchte bloß oben ein bisschen Druck aufbauen. Und ich brauche definitiv irgendwo einen Platz für das Wasser, das Verunreinigte. Wenn ihr das mal aushebt bitte und hier in den Leiter hin macht. Ich muss aufpassen, dass ich da oben nicht reinkomme. Ey, Pat. Ja bitte. Der Server-Restart ist ja alle 6 Stunden, ne? Alle 12 mittlerweile. Ich habe aber trotzdem noch keine Müll-Uhr. Ich bin jetzt gerade vom Server geflogen. Das jetzt gerade ist auch definitiv kein Server-Neustart. Oh mein Gott, ich war gerade in der Luft. Ich sehe, jetzt komme ich bin gleich tot. Ich bleib jetzt schon. Machen wir erstmal so. 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 Boah, der späteste Oben-Mob bitte. Ja, ich kann halt gerade nicht nachgucken, ne? Also... Alles gut, alle sind vom Server geflogen. Ja, davon gehe ich aus. Aber ich kann jetzt, wie gesagt, gerade nicht nachgucken. Nö, nö, der Server ist ja da. Dann war das G-Portal. G-G. Könnt trotzdem mal jemand bitte die Hitze abschalten. So, ihr habt noch 15 Minuten Zeit, so circa. Plus Minus. Um ein paar Punkte zu verdienen, macht noch ein bisschen Gamble, macht noch ein bisschen Roll und Slot. Abenteuern. Ich hoffe, wir haben noch ein Ticket. Ich meine, wir haben noch einige Tickets als Kies, die wir zwischentäglich auch noch raushauen können, aber das ist halt unser letztes, ganz offizielles, geplantes Giveaway. Ich hab ja... Und immer noch... Wann hatten wir das quasi schon erreicht? Am Dienst-Samstag, ne? Ja. Einfach verrückt. Das heißt, wir können am nächsten Mal die Messlatte in höchsten Höhe setzen und die Giveaway selbst nicht mehr verteilen. Ich muss auch sagen, unser erstes großes Ding als WAS-Team ist schon verdammt gut angenommen worden. Das ist definitiv, ja. Also ich muss sagen, es ist sogar wesentlich besser angenommen worden, als ich gedacht hätte. Tja, wenn ich wieder gedacht hätte, ja, mal gucken, was ich rauskomme, ne? Aber ich bin positiv überrascht. Das auf jeden Fall. Das ist eine Frage der Werbung. Jo. Was tut ihr da die ganze Zeit? Könnt ihr da hinten nicht mal ein bisschen schneller graben? Und du schneller forschen? Ich weiß, mit nix zufriedener Gute, aber... Ja, die machen immer... Die machen immer alles das, was sie nicht sollen, ne? Ja. Ne, wir haben hier jetzt sogar verschmutzt Sauerstoff drin. Vor allem gehen die auf Toilette bis zum Gehen nicht mehr, ne? Na, einer von denen hat aber noch ne schwache Blase. Einer von denen hat ne schwache Blase, ja. Könnt ich sein. Eine portable Toilette. Das wär super, aber ich glaube, das gibt's nicht. Wie soll das übrigens dringend was gegen die verschmutzte Erde und das leckige Wasser oben da im Kno machen, wo du da Probleme mit Schwemmlungen? Ja. Auf Dauer. Also das... Ne, aufrollen bitte. Ich mein, gut. Verschmutzter Dauerstoff ist besser als gar kein Dauerstoff, ne? Das hier kannst du ja auch atmen. Aber Krankheitsrisiken. Tatsächlich ja für das Wasser möchte ich jetzt hinten das ausheben. Ich bin jetzt dabei diese Türen zu... Das Dreckwasser. Ah, okay. Perfekt. Ich erforsche jetzt gerade die Türen, oder ich hab sie erforscht, sehr gut. Ähm, machen wir mal Sanitärtechnik und... Gasfilter, glaube ich, wird ganz nützlich. Ich muss jetzt mal etwas dazwischen fragen. Ja. Holt die auch nochmal Luft, oder? Ja, sicher. Deswegen, wenn die hier ohne Pause durchgehen, dann ist das gar anders. Luftholt sie immer dann, wenn wir sie nicht hören. Also nie. Also ich hör sie jetzt gerade nicht. Ja, über die Essen, ich hör mal über den Stream. Oh ja, das krieg ich nicht mit. So. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht klar, wenn ich euch jetzt hier höre und dann im Stream uns alle nochmal höre. Ja, aber sie ist somit gerade fröhlich vor sich hin, aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich find das toll. Auch und die Traller sind glücklich. Und sie trifft ja auch ab und zu meinen Ton, von daher. Wie nett. Ich weiß nicht mal welches Lied sie gerade Traller hat, aber wie gesagt... Ich hab damit absolut... Kein Problem. Äh, was mach ich? Ich mach's falsch schon. Na ja, klar. Heiliger. Oh, ich hab jetzt schon Angst. Angst? Sollst du keine Angst haben? Du hast es dir selbst ausgesucht. Ja, beim Raussuchen des Stream Keys, äh... Lies ich da gerade... Also hab ich gerade zwischendurch gelesen von... Die Person hat dir noch gefolgt. Das ist meine Schwester. Kommt an. Hast du da von der Klappe rum? Ich will, dass ich das komplett abbauen. Ich will, dass ich das komplett abbauen. Aber ich merke gerade... Eigentlich ist es total sinnvoll, was ich da mache. Ja, leider tut ich auch. Äh, was ich auf jeden Fall hier machen möchte... Ich sowieso... Warte mal, wir... Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas baue. Soweit bin ich bis jetzt nie wirklich gekommen. Oh, ich geh fett. Danke schön. Ja, Flaschen entleert. Da würde ich einen... Machen wir mal hier mit... Wie kann man drehen? Mit hoch. Mit hoch. Machen wir es so. Das ist hier ein Ziegel hin. Ne. Ne, ne, ne. Na so, dann können die auf jeden Fall hier rüberspringen. Übrigens, wir haben da oben ganz schön viel Chlorgas. Ja. Ja, ne, das ist praktisch. Weil im Chlorgas sterben, ähm, ich glaube Schleimlunge instant. Ah. Ja. Das heißt, auch da den Behälter reinpacken am besten. Ähm, wo du da die ganze Kleine reinpackst. Also da, wo ich jetzt quasi das dreckige Wasser reinmache, dann... Oder wie meinst du das? Ne, oben in dem Chlorgas ist ja direkt da drüber. Ja. Kannst du ne Chlorgaskammer machen. Ja, die brauche ich ja später für noch was anderes, glaube ich auch, ne? Hm. Ja, zum Wachsen für die, ähm... Ja, die sind diese Pflanzen hier. Ja, genau. Das ist Pincha... Pincha-Pfefferpflanze. Pincha, okay. So... Flüssigkeit... Am besten tue ich aber jetzt noch nicht eingeben, welche Flüssigkeit, solange die da drin noch rumbasteln. Ja, wäre keine gute Idee. So, da kommt unten ne Pumpe rein, ne? Klar. Habe ich die schon wahrscheinlich noch nicht, ne? Die müsstest du. Strom. Lüftung. Gaspumpe. Gassentil. Ne, neben dem Lüftungszuck. Sanitär. Ja... So, Flüssigkeitspumpe. Äh... Damit ich dann irgendwann die Flüssigkeit wegpumpen kann, ja? Ja, du wirst die trotzdem noch brauchen, damit du halt filtern kannst. Ja, klar. Weil du wirst mehr Schmutzwasser haben als Frischwasser. Ja, das ist dann... Ja... Und halt so'n Auslauf oben neben deinem... Ähm... Na? Mhm. Jo, dann hast du das schon vorbereitet und passt. Warum räumt eigentlich von euch keiner auf? Ist Aufräumen ein Lager? Ne, ne? Mh... Nein. Äh... Äh... Moni, das ist das letzte geplante Giveaways. Wir haben aber jetzt noch den ein oder anderen Key in der Rückhand. Ja. Also was heißt geplant? Für Sonder... Für Sonder Giveaways. Das... Das letzte offizielle, ähm... Spendenziel Giveaways. Wir haben aber noch ganz viele Keys. Theoretisch könnten wir jetzt aller... Ne, doch. Ja, aller zwei Stunden könnten wir drei Keys raushauen und hätten immer noch genug. Okay, du bist fertig mit forschen, das heißt ich geb dir gleich einen neuen Auftrag. Ich hätte nämlich eigentlich ganz gern... Hier den Elektrolyser... Oder will ich erst den Hydrosensor... Äh... Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher wo ich entlang gehen möchte. Was hast du denn vor? Kann man mal so rum. Möchtest du jetzt auch, ähm... In der Pflanzenschirme Koldioxid versorgen, möchtest du... Im Prinzip möchte ich eigentlich, ähm... Sauerstoff produzieren. Sauerstoff produzieren, ja. Dann solltest du auch einen Elektrolyser. Okay. Du brauchst aber dementsprechend trotzdem das Filtersystem. Also die... Die... Den Thermosensor... Äh... Quatsch... Den... Ja, den Gassensor und so weiter und so fort. Ja. Ja, Gassensor heißt das, glaube ich. Oder Luftdrucksensor und so was. Automatisches Gas... Wie die... Kunden bei verbesserter Belüftung ist das so. Hier, der Atmosensor sucht. Atmosensor, ja. Okay. Ja, genau, den Atmosensor. Ja, und ich halte bei Luftsystemen den Elektrolyser, den brauchst du dann auch noch. Ja, aber das kann ich ja nicht gleichzeitig forschen, leider. Nö, nö, mach's gerade nacheinander, aber die brauchst du, die beiden definitiv. Ja, ja. Und am besten dann noch die Thermokontrolle mit den Temperaturregelungen, mit den isolierten Teils. Jetzt hast du ein ganz großes Hitzeproblem gleich. Mhm. Ich erinnere mich, ja, ich hab's gesehen in dem Video. Mhm. Und dann solltest du dich ganz schnell auf die Suche nach einem kalten Biom machen, weil das was wir dann auch definitiv brauchen, um die Luft zu kühlen. Mhm. Das können wir hin. Bin schon mal stolz, dass ich's überhaupt so weit geschafft hab. Auch wenn wir einen kranken Random Gaming hatten. Ja, das ist ein Urschwein. Hat noch keinem getan. Er hat ein ganz schön grünes Gesicht, als er da im Bett lag. Okay. Haben die selbst Beine gebrochen im Arm. Okay. Hast du noch mal kurz? Wofür? Warum? Wieso? Total. Was willst du von mir, hm? Ich bin klar. Vermutlich deine Seele. Ich bin am Scream, siehst du doch. Also ich sehe da gerade Parfi sitzen. Nein, nein, das bin ich. Ja. Mann, hast du dich aber schnell verhalten dann. Gucke, jetzt winke ich. Nein, tust du nicht. Wenn ich jetzt hier... ...und hier in Luft suche. Muss man da machen damit, ne? Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen Brand AFK. Was muss ich machen? Winken, ja. Hi. War eine lange Verzögerung. Ja. Kannst du das dann bitte nachher, gleich später machen, oder brauchst du mich jetzt ganz dringend? Weil A finde ich den Stream gerade sehr interessant. Dann guckt er sehr, sehr gerne zu. Und B muss ich gleich das GearWay machen. Ich habe gerade spontan eine Idee gehabt, was eventuell sein könnte, dass ich nicht so gut kann auf dem Kanal. Aber auch wenn du willst hier machen, wenn du... Mich stürzt nicht. Ähm, du hattest mir ja den Key irgendwie mehrfach, du hast ja irgendwie mehrfach auf mich einladen geklickt, oder? Ja. Ich habe dich auch einmal entfernt und einmal neuen geschickt, also. Kann es sein, dass du mir versucht hast, den mehrfach zu schicken und dich dadurch nicht raufkommt, weil er mir jedes Mal wieder einen neuen schicken würde? Also an Jan. Und ich dann irgendwann eine Mail bekommen habe, wo es mir herhängt. Nein, wenn ich auf erneut checken kriege, kriegst du derselben nochmal. Okay, weil das war gerade so meine Idee, weshalb das eventuell nicht gehen könnte, weil wir mehrfach versucht hast, mir die Key zu schicken. Beim ersten Test habe ich dich rausgelöscht und euch hinzugefügt, dann kriegst du einen anderen Key, und dann hat es ja auch schon nicht rum zu her. Meinst du, das würde eventuell was bringen, mich einmal jetzt rauszunehmen, bis nachher und dann wieder neu reinzusetzen? Das könnte ich noch 20 mal da rausnehmen, das kann man gerne versuchen. Aber der kann auch den Test wieder ausführen, oder? Habe ich ja versucht mit dem Key, den ich aktuell habe. Du bist entfernt, du kriegst einen neuen, wird dir jetzt ein anderer sein. Meine Vermutung könnte auch sein, dass du irgendwie gesperrt wurdest, aus welchen Gründen auch immer. Das wäre mehr als seltsam. Ja, deswegen, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht. Aber Twitch sieht ja, selbst wenn ich dir jetzt einen anderen Key schicke, die sehen, dass du das bist. Ja, das ist ja mit dem Twitch-Account auch nützlich. Aber dann könnt ihr ja selber auch nicht mehr streamen, oder? Kommt ja drauf an, ob er auf seinem Kanal oder auf unserem Kanal bestraft. Ja, aber müsstest du da nicht irgendeine Meldung kriegen? Irgendjemand war so intelligent, hat durch ein Stück frittierten Matsch genommen und hat ihn die Leiter runtergeworfen. Ihr macht mich verrückt, Leute. Hier kommt es bisher noch nichts. Das wäre schön, ich habe doch da hinten die Priorität erhöht, oder? Ja. Könnt ihr das einmal auf dem Bildschirmaschner fertig machen? Okay, das ist runtergefallen. Das heißt, bitte etwas noch abbauen. Das da oben könnt ihr leider nicht abbauen. Was soll's? Ach, da fällt mir gerade ein. Ich wollte, ähm, am Ende nochmal die Credits durchlaufen lassen. Die kann ich dir ja jetzt schicken. Ja. Wenn du mir dann noch sagst, wie ich das am besten mache. Ist wieder eine Browser, sowas einfach einbinden, finde ich. Okay. Und dann, quasi, die lasse ich dann, soll ich die dann um 0 Uhr durchlaufen lassen und dann einfach, quasi, gucken? Du kannst den ja auch gerne klein an die Seite packen. Und dann kann man noch ein bisschen weiter machen. Ich wollte die 12 Uhr halt durchlaufen lassen. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich eine relativ lange Liste. Egal. Vielleicht jetzt an diesen einen blöden Block kommst du jetzt nicht hin, ja. Wir machen jetzt hier einfach mal kurz das hier so. Ganz unelegant. So. Ich würde sagen, jetzt ist die letzte Chance nochmal Tickets einzukaufen. Ja, mach noch. Ich richte jetzt hier mal die Credits ein und danach hole ich ein. Genau. Ja. War das der erste, wie immer, mit Schlüsselanhänger, oder? Ja. Der erste ist, war der Hauptgewinn und die anderen kriegen die... Angerwinder. Oh, alle Schlüsselanhänger sind leider kaputt gegangen. Ja, sind alle getroffen. Ruckhals auch kaputt. Müsst'n reinholen. Danke, El. Versprochen, ist versprochen. Das können wir jetzt nicht. Einen wunderschönen guten Abend, Fabi. Herzlich willkommen. Na? Hallo, Linkfer. Aber Punjo, wenn er sie nur neu druckt, ist ja doof. Dann zerbrechnet die ja wieder nach drei Minuten. Das heißt, er müsste sie noch verbessern und dann neu drucken. Das ist dann nicht mehr unser Problem. Ziegel könnt ihr abbauen, oder? Also Sandstein. Dass ihr da hinten vielleicht... ...den Abyssalid noch nicht abbauen könnt? Okay. Abyssalid? Ich sprech für den Scheiß aus. Jeder sagt was anderes. Abyssalid, Abyssalid, Abyssalid irgendwas. Dadurch, dass ich's auf Deutsch gesagt hab, sag ich Abyssalid. Wenn's jetzt auf Englisch schwer gehen, würde ich's ja Abyssalid. Ja, aber... Ich hab's jetzt auf Deutsch, deswegen Abyssalid. Die Deutschen sind doch immer so korrekt mit der Aussprache. Jeden Buchstaben. Abyssalid. Haben wir jetzt oder weniger... Warte mal... Ich mach mal hier nochmal... Ich find das halt jetzt mit dem Luftzug hier cool, da wird ... ...dass jetzt die Sauerstoff jetzt hier austauschen kann. Ich glaube, ich mache hier oben noch einen rein, dass die ganze abgestandene Luft nach oben geht. So. Das heißt, die Pumpe liegt. Ich mache dann wahrscheinlich einfach mal noch irgendwo kurz ein Rohrsystem rein. Einfach nur, dass ich für den Notfall weiterbauen kann, ohne dass die vielleicht zwangsläufig hier rein ins Wasser müssen. Warum hast du keinen Stromanschluss? Ich habe dir doch einen gegeben. Ich finde das gerade witzig, dass die Garnier in den Top-Haus sitzt. Das ist doch gar nicht. Das wird? Ich glaube, Tippi hat es nicht so genau mit den Daten. Sie ist auch drin. Das Haus da stehst du drin, glaube ich. Da sind die Top-5. Und dann gibt es noch den Top-Hop. Von mir lief der eigentlich einfach komplett durch. So, Aranti. Bis auf die Zeit, wo mein Internet einfach weg war. 9. Ich räume hier mal wieder alles auf. Pumpe dich die Flüssigkeit. Ja gut, das ergibt irgendwo Sinn. Wer ist denn jetzt eigentlich der Top-Zuschauer? Von einer Zeit her? Fabi, das Spiel geht im Prinzip darum, dass du Klone auf einem Meteoriten oder Asteoriten hast und da versuchen musst, quasi zu überleben. Du baust dir quasi nach und nach die Base auf. Du tauchst hier auf dem Tor auf und hast im Prinzip nichts, außer Essen. Dann gräbst du dir quasi Höhlen, machst Betten, Klos, Massagetische, damit du Stress abbauen kannst, Strom. Ich bin tatsächlich noch weit am Anfang. Warte mal, was haben wir noch gesagt brauche ich? Ähm. Flüssigkeitsventil und Hydrosensor, ne? Okay, ein dicker Smurf von Commander Root, den können wir mal aus dem Vorladen. Aber lieber Lina ist dann vom Prinzip her auch vorbei. Mit 95 Stunden. Jaja, wenn der Smurf, dann ist der Smurf da richtig. Ja. Okay, dann kann ich hier schon mal eingeben, flüssig, ne, nicht alle Flüssigkeiten, um Gottes Willen, verschmutztes Wasser bitte. Wie sie sich jetzt alle noch mal die Punkte abfragen, nur um zu wissen fühlterweise. Ja, warte mal, ich kann ja auch mal kurz eingeben, hier. Points. Ja, ich war fleißig, glaube ich. 80 Stunden. Nichts mehr wie ich, glaube ich. Ich weiß bloß nicht genau, warum. Ich habe leider nichts überlegt. Ich habe auch immer erlaubt, mal 20 Stunden zu schlafen. Ja, ich habe eigentlich mein PC beim Schlafen ausgemacht, aber es kann sein, dass ich über das Handy einfach immer drin war und es nicht gemerkt habe. Ne, selbst der Handy ist da. Ich habe es mit Handy extra mit Absicht angelassen. Okay. In dem Moment, wo der Screamer aber geweckselt hat, hat sein Verstandbilder nicht mehr gezählt. Hm. Dann weiß ich es nicht. So, jetzt gucken wir mal kurz die Keime, was ich dann hier drin... Ich finde es ja erstaunlich, dass das bei mir gezählt hat, obwohl der PC dann bei war. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe... Ich weiß nicht genau, wie die Zeit jetzt zustande kommt. Ich meine, wie lange bin ich jetzt da nicht dabei? 16 Stunden. Ja, das kommt vielleicht hin. Ich war ja jedes Mal wieder direkt hier, wenn ich aufgestanden bin. Genau. Das passt schon. Und Bling. Achso, du hast mir wahrscheinlich geschrieben, ne? Dann kopiere ich mir das mal eben raus, während meine Minions da arbeiten. Ich werde das mal rausholen. Ja. Fängt das sofort an zu spielen, wenn ich das jetzt einfüge? Ne, ne? Doch. Und wenn ich es ausblende, wieder einblende? Das sind Dauerscheidungen. Dann... Oh, wow. Ich muss mal kurz ausblenden, ja. So, alle, die noch mal Tickets haben wollen, haben jetzt die letzte Chance. Die aller allerletzte. Wer fällt? Okay, ich füge das dann gleich ein, wenn es dann so weit ist. Ja, das ist dann noch eine Stunde. Ja, ja. Dann würde ich sagen, lass mal das in den nächsten Tagen dann einfach darüber mit. Weißt du was? Ich füge das ein. Ich füge das einfach ins Overlay. Ja, das wäre natürlich noch leichter. Dann kannst du auch einstellen, wo du das haben möchtest. Aber mach jetzt nicht. Ich werde jetzt... schließen. Oh, Micha. Druck, Micha. Geh, geh. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, Micha. Das heißt, hier mein Schlüsselanhänger. Und... Tropico 5. Oh. Schade, das hätte ich auch gerne gehabt. Egal, meine Frau hat es noch. Bitte. Entschuldigung. Ja, Tropico 5. Herzlichen Glückwunsch. Und Nummer 1. So. Strom. Äh, Tropico 5. Ja. Aber eh von mir. Also von daher. Und der letzte Schlüsselanhänger. Übrigens, trocken, Micha, wenn du den Schlüsselanhänger... Ist das die Sache, du bist da. Wenn du den Schlüsselanhänger verlust meine Schlüsselanhänger an jemand anders. Ansonsten will ich das Gefecht ganz damit. Ja, klar. Ansehner, komm ruhig dazu. So, das war Gewinnung Nummer 1. Okay, lassen wir das eben fertig forschen. Dann kann ich aber hier oben schon mal anfangen, was auszuheben für den Elektrolyse-Zeugs. Dann mache ich hier mal einfach eine Gerade rein. Dann haben wir hier einen kleinen Flur. Perfekt. Machen wir hier nochmal. Äh, wo ist jetzt mein Random Picker hingeschwunden? Hier, perfekt. Hier zugemacht. So, Gewinner Nummer 2. Anakin. Ja, gibt's it. Und Anakin kriegt Minecraft Windows 10 Edition. User join your channel. Ah, wunderschönen guten Abend. Hallö, mein... Ich würde mir fragen, Anakin, hast du schon Minecraft? Ja, hab ich. Dann hast du auch schon die Windows 10 Edition. Also kannst du damit nichts anfangen. Doch, für meine Freunde nutzen. Perfekt. Ja, dann. Herzlichen Glückwunsch. Tschöö. Äh, wenn's die Minecraft da? So, genieß da. DJ. Poker. Shun, Strom, nee, nö. Hab ich noch nicht erforscht. Nö. Der DJ kriegt die Soma. Kann ich nicht. Bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht. Ich auch nicht. Mach mal. Basti. Hier, bitte. Sinkt's. Sinkt's. Ja. Ja. Schon seit, schon seit drei Stunden. Gefühl. Der dient doch der Duschkoller, was. Was? Bin ich einfach happy. Bin ich einfach happy? Ja, das bin ich auch. Vielleicht muss ich ja gar nicht mein Bartfallfall passieren. Er kommt dann auf. Oder ist Mr. Adkord da? Na, Adkord ist bis jetzt noch nicht da. Die Goals zählen so lange, wie wir weitermachen, ja. Aber ich kann happy sein. Ich muss mein Fleisch nicht absorsieren. Denn ihr habt noch eine Stunde Zeit. Wenn ihr in einer Stunde die 4000 vollmacht, was ich jetzt ganz dicke bezweifle, dann ist mein Bart auch weg. Mein schöner, langer Bart. Langer Bart. Moment. Ich finde den schon sehr lang. So. Nester Gewinner. Mixmo. Und er kriegt Rust. Hast du schon Rust? Der Mixmo ist überhaupt da, oder? Mixmo ist nicht da. Er hat vor allem auch Resident Evil gewonnen. Oh, das ist doch super. Und was hat er jetzt gewonnen? Rust. Der seid ihr richtig, ihr? Ich glaube nicht, dass ihr das habt, aber... Hä? Der seid. Und ich krieg kaum was. Wow, hast du mal auf den Wert, der in das Spiel zu guckt? Das sind die Hochwertigen, die wir gerade raus holen. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, wie oft die DJ Lex steht. Also, warte. Eins. Zählen die Schlüsselanhänger jetzt mit dabei, wie ihr von Ostrasch? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünfmal. Ja, aber dann guckt mal Big Smoke. Na, stimmt. Eins, zwei, drei, fünf... Ja, es ist halt nicht dreimal. Vier. Fünf. Boah, guck mal, da oben mal gehen. Sechs. Hat echt Glück. Ja. Ja, ihr habt ne Dein. Äh, äh, äh... Weißt du was? Rust, ne? Ja. Ja. Geht schon rennen. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Spiel, das ist Satellite... Satellite... Rain... Riding... 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 Wie auch immer. Ein sehr, sehr tolles Spiel, das habe ich übrigens auch. Ähm, falls jemand noch dieses alte Spiel auf dem Super Nintendo, das hieß, glaube ich, einfach mal Mafia. Das ist vom Prinzip her ein Remake davon. Das ist genau dasselbe, nur mit gelleren Grafiken. Von daher, schauen wir mal, wer es gewinnt. Pick a winner, raise it up. Der hat auch ganz viel gewonnen. So? Ja. Möge das Glück mit ihm sein. Wir haben ja noch ein paar Kiege. Wir haben ja noch mal, ähm... Oder noch mal Destiny dabei, ja? Destiny 2 plus Patch und so weiter. Aber, aber guck mal jetzt zum Beispiel Cylon. Zum 90. Ja, ja. Wer hat sich der Cylon-Namen? Ach, warte mal, ich muss Max noch umbenennen. Äh, was ist das? Wie oft du drinstehst? Oder? Achtung, ich picke jetzt mal den Namen für meine Kolonie. Wie, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, Hier ist Max. 7 Mal. Ich sehe gerade. Ja, doch. Ja. Was denn? Ich sag mal, ähm, bis gleich bald. Ich bin circa viertel vor wieder da. Ja, doch, Mischer, das machen wir dann alles nach dem Stream ganz in Ruhe. Ich schreibe dann jeden auf Twitch an und dann Rolls-Fugether. Wo hat der denn geschrieben? Jibjib. Ich hab mir im TS die Adresse geschickt, aber bevor ich die das... Es kommt alles dann nacheinander, wenn er über die Kies überheben, dann überall. Ja, da kommen noch harte 24 Stunden ab euch zu, ne? Harte 24 Stunden. Grüß. Warum? Ja, die ganzen Sachen verschicken und so. So, das geht fix. Nur die Kies, die brauch ich ja nur kopieren und ab hier Twitch-Chapter hast du ja bitteschön. Viel Spaß. Ja. Aber, wenn ich euch beiden von der Leitung mal gerade da habe, bin ich mal einfach so frei. Wie ist es, weil ich bin ja bis jetzt nur Zuschauer gewesen, wie ist es für euch gelaufen? Von der Orga, von den Streamern, von den gegenseitigen Helfen. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, um darüber... Das haben wir vorhin schon reflektiert. Sind wir so nebenbei. Er hat wieder nur geschlafen. Nein, ich muss nur arbeiten, BJ. Ja, nee, war alles Mist. Jeder hat nur Scheiße gebaut, keiner war pünktlich da. Ja, alles ging daneben, alles ging drunter. Rechtschreibung war unter aller Sau. Und jo, bei Sarkasmus reden wir beide nochmal. Er wollte damit eigentlich auch nur auf Mainstream ansprechen. Du bist sowieso die Wurzel allen Übels, ja? Hey, dafür, dass mein OBS so eine Scheiße macht, kann ich nichts. Doch. Das hat man ja gesagt, das Übel aller Wurzeln, aber das hätte ja gar keinen Sinn ergeben. Ach, solange es Spaß macht. Naja, wie gesagt, ich bin viertel vor wieder am Start. Jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt dann funktioniert bei dir. Hoffen wir auch, ich weiß nicht, Puni hast du mich schon wieder hinzugefügt? Naja, hat er doch vorhin gesagt. Hehe, Hehe, lol, Key ist nicht angekommen. Spamordner. Eneken, komm mal durch die Leitung durch, ich muss dich verprügeln. Ah, da ist der Buskey, da ist der Buskey gelangt. Ja, seltsam. Ja, seltsam. Dann sehen wir, wie auch hier drin standet. Ähm, aber trotzdem nochmal ein dickes, fettes Lob und Danke an das komplette Team. An die Giveaways, Giveaways, ähm, und an Wully, wie schön sie da gerade im Hintergrund singt. Ähm, äh, ohne das Team hätten wir gar nicht so viele Giveaways, ja, wir hätten einfach nicht die Möglichkeit, überhaupt jemand, oder jemand streamt, mit dem Zusammenhalt auszuwahr, die haben sich gegenseitig unterstützt. Wenn jemand ausgefallen ist, ist jemand eingesprungen. Das lief echt, bitte. Also ohne das Team hätten wir das Ganze hier gar nicht aufziehen können, und keine 3, 4, 5.400 Euro für die Kinder sammeln können. 5.400? Ne, wir sind bei 3, 4, durch die 2 von Kett. Ah, ja, das stimmt ja. Wow. Aber falls ihr es noch schafft, ihr habt noch, äh, 2, 3, äh, äh, 40, 41 Minuten. Ja, 41 Minuten, die 4.000 noch vollzumachen. Ich mein, Spendenziele bleiben noch so lange, wie wir da jetzt noch machen, aber, ihr habt noch, die 40 Minuten Zeit, damit, ich auch nochmal leiden muss. Ah, ist natürlich auch cool, wenn ihr es nicht schafft. Ich hab gerade ein anderes Problem. Ja, finde ich auch. Ich find's auch cool, wenn ihr es nicht schafft. Wenn ihr das, das Ziel jetzt einfach zu stehen lasst. Ich weiß den Aufbau nicht mehr, ich hab seine Videos nicht genug geguckt. Mist. Und vor allen Dingen, den Trocken, ich hab jetzt das auch gefallen. Einer reicht übrigens keine 2. Tür, ähm, warte mal, warte mal, ich mach jetzt einen weg. Dann, also, ich nehm den hier. Fangen wir jetzt mal Tür an. Ne, eine, eine, eine manuelle Airlock. Reicht eine manuelle eigentlich? Naja, die kannst du, kannst du dann einfach sagen, nicht mehr rein oder raus gehen. Okay. Bleibt hier auch zu. Dann, ich hab die Tür. Dann den Dingentruppel. Ich mach das aus Hitze Dinger. Setz es auf den Boden. Ach, ich kann den ja setzen, ne? Den Boden. Ähm, eine manuelle Luftschleuse. Machen wir mal hier hin. Dann möchte ich bitte, also danach dann direkt diesen Elektrolyter, ne? Mhm. Dann wieder eine Tür. Elektrolyter. Tür, ja. Aber diesen Raum solltest du wirklich auch als isolierten Ziegel bauen, sonst hast du echt ganz große Probleme. Ja, ja, deswegen. Aus Granit am besten, ne? Die Tür? Ne, aus Erbiss am besten. Das hat die allerbeste. Okay, dann muss ich hier noch kurz warten. Und den hab ich noch nicht. Ja, du hast auch noch keine isolierten Ziegel, also von daher. Wussten die? Auch mit ganz vorne drin, also meistens wird der Vorschau. Bei Temperaturkontrolle müsste die sein, irgendwo. Ja, sag mal runter. Temperaturregelung, hier, isolierter Ziegel, okay. Genau. Dann wechsle ich mal kurz hin. Ich meine, das andere hab ich jetzt... Ja. Okay. So, dann eine Sauerstoffpumpe. Das ist bei Veredeln wahrscheinlich? Nee. Nein. Lüftung. Genau. Gasfilter oder Gaspumpe. Genau. Okay. Dann hinten kannst du wieder zumachen oder noch eine Tür machen, je nachdem. Aber ich würde einfach zumachen. Und über der mittleren... Ja. Ich mach erstmal da fertig. Okay. Über der mittleren Tür lässt du einfach einen Platz. Einen Block. Einen einzigen. Jetzt machst du rund umzu. Dann brauchst du noch den Atmosensor, den packst du dir oben in die rechte oberste Ecke. Und das war es dann auch schon. In dem Raum. Und unter den Elektrolyzer packst du dir noch die luftdurchsätzigen Ziegel. Warte mal. Was braucht ein Atmosensor, sagst du, ne? Genau. Findest du bei entweder bei Belüftung, wenn du es schon hervorstattst. Lüftung, Gaspumpe, Gasfutat. Ne. Okay. Ja, den brauchst du aber, weil die Pumpe dauerhaft pumpen zu lassen, zieht dann Sauerstoff raus, obwohl es nur dass es Wasserstoff rausziehen soll. Ja. Aber... Du kontrollierst am Luftdruck, ob genug vorhanden ist. Unter den Elektrolyzer mache ich die Luftzugsdinger durch, ne? Genau. Okay, die Tür machen sie. Unten in dem Raum brauchst du eine Möglichkeit, deine Luft zu kühlen, weil die Luft da unten drin wird warm und da kannst du den Sauerstoff dann rauspumpen und verteilen, aber von Anfang reicht es, wenn du die Türen aufmachst. Ja. So die hier quasi aufnennen und... Ja. Okay. Cool. Das ist irgendwie einfacher als das, was ich gesehen habe. Und sperren kannst du die, indem du einfach den Durchgang verbietest. Du brauchst die nicht abschließen, sondern einfach nur verbieten durchzugehen. Da brauchst du nicht immer. Also ich lasse die jetzt quasi die Gaspumpe dann bauen, dann die erste Tür verschließen und so weiter. Genau, aber du musst über der zweiten Tür musst du einen Block Platz haben, ne? Mhm. Ja. Die Tür ist halt wie gesagt nur, da könnte auch eine Wand hingebaut werden, aber dann kommen dir wirklich so eine Pumpe rein, wenn irgendwas ist. Ja. Ich muss es ja erstmal das Zeug fertig erforschen. Ich meine, die sind da zu zweit dran, das sollte relativ schnell gehen. Dann habe ich die isolierten Ziegel, dann hole ich mir... Ah, wo ist das denn? Schutzanzug-Overlay will ich noch nicht haben, nein. Ich meine, du kannst auch Granit nehmen, geht auch, aber Episolit, du bist auch kein. Das Zeug halt. Das hat eine Wärmeleitfähigkeit von quasi Müll. Ich suche bloß gerade einen Regler für das Gas. Der ist bei Automatisierung... Hydro-Sensor? Ne, nicht Hydro-Sensor. Bei Sensortechnik ist der sehr schön. Bin ich jetzt blind? Nicht die verbesserte Sensortechnik, sondern oben die Sensortechnik. Ich sehe, das gerade nicht, das ist mein Problem. Wird mal hochscrollen. Ach, da ist Sensortechnik. Zeitsensor. Nein, hier ist es doch. Das ist eine Belüftung, da ist er doch drin. Was ist denn da vor? Das ist der Zeitsensor. Der Atmosensor da. Ja, den hast du schon. Aber der ist... Dann ist der unter Automatisierung. Ja, wie gesagt, wenn er sich dann nicht geordnet hat. Ja, ist er. Veredeltes Metall fehlt mir dafür. Was ist veredeltes Metall? Eisen wahrscheinlich. Der Veredel braucht den Rock Crusher halt. Okay, das ist tatsächlich... Das kenne ich halt noch gar nicht. Das ist in seinem Video. Ich schaue ja erst ein bisschen von hinten, deswegen kenne ich das noch gar nicht. Die Veredelung ist dieses Reagenzglas. Das muss ich erst erforschen. Mhm. Stein Zermaler. Genau der. Okay. Du hast dann aber auch wieder 50% Verlust, ne? Dadurch mit dem, weil der ist nämlich schlecht. Du kannst dann besser noch den Metal Refinery, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Da hast du halt 100% Gewinn. Am Ende ist der 1 zu 1 um. Glaube ich kriege ich ihn. Ja, dann brauchst du noch den Wasserstoffgenerator. Die große Batterie am besten, dann ist das Ding da oben auch selbst laufend. Ja, die Batterie habe ich. Wasserstoffgenerator habe ich auch. Ja, den kannst du dir auch schon mal dahinter stellen. Da muss dann keiner mehr ran, ja? Da muss dann keiner mehr ran, nein. Machen wir mal, dann mache ich eine Tür dazwischen, wieder. Genau, für den Aufbau, halt eine Tür dazwischen. Ja. Eine große Batterie dahinter, alles miteinander verbinden. Reicht eine, oder soll ich zwei bauen? Eine reicht. Ähm, Batterie. Du kannst aber auch zwei, drei machen, also du hast mehr als genug Überschuss, dann ist ja nur für den Überschuss. Ich muss bloß aufpassen, dass ich da jetzt nicht ins Chlorin mit rein baue. Ja, eine reicht aber auch. Ja, mach ich mal eine. Dann setzt davor noch, vorne, vor deiner ersten Tür setzt du noch ein Hamsterrad. Vor mir? Das Ganze muss einmal in Schwung gebracht werden, dann brauchen die das Hamsterrad eigentlich nie wieder. Aber du brauchst ja mal ein bisschen Startstrom. Also, quasi das hier. Genau, dein, ähm, dein Wasserstoffgenerator wird am Anfang definitiv Schaden bekommen, weil du Sauerstoff reinpumpen wirst. Okay. Das heißt, sorgt dafür, dass die von hinten nochmal auch irgendwie rankommen, dass sie ihn reparieren können. Weil wenn die dann nur von vorne rankommen, ziehen sie ja wieder Sauerstoff zur Pumpe, weil sie auch wieder pült sind. Okay, wäre das zum Beispiel hier einfach eine Leiter hoch. Genau, oder du brauchst dir halt einen Luftfilter, aber der wäre auch wieder verschwendet, weil du brauchst ihn nur ganz am Anfang. Ja. Irgendwie war das ein bisschen Schaden da. Gut. Ach, wir müssen warten, bis er das Wack gemacht hat. Okay. Via Streamers TV rennt in quasi dreckiges Wasser-Tutorial und schläft erst mal auf der Treppe ein. Leute, warum? So. Das ist echt ein knapper Aufbau hier oben. Äh, ach so, das geht ja noch nicht los. wenn ich da nichts gemacht habe, ne? Ja gut, dann müsstest du auch das Hamsterrad reaktivieren, sonst geht's schon los. Ähm, deaktivieren, so. Strom habe ich jetzt. Im Moment wurde das mit der Batterie verbunden, das wollen die natürlich loslegen. Und versucht natürlich da alles leer zu räumen, sonst gibt's auch Problematik. Ja, ja, das sowieso. Das habe ich ja darüber auch gemacht, der ist komplett leergeräumt, obwohl da immer noch ein Saum drin liegt, aber okay. die Sonne ist jetzt in Ruhe aufbauen, während ihr da unten, oh, ihr habt fertig geforscht. Das heißt, ich habe den Sensor, ich wollte jetzt den Rockcrusher bauen. Brennofen, Steinzermaler, hier. verfeinert die abdeckte Rutschstange und Wärmetauschplatte. Die Wärmetauschplatte wirst du dann auch noch gut gebrauchen können. Ja, mach gleich beides. Langsam, aber sicher kommt auch ein bisschen Sauberkeit hier rein. Äh, ich habe vergessen, ich muss hier noch eine Wasserpumpe mit reinbauen. Eine Wasserstoffpumpe. Eine Wasser, eine Wasserpumpe. Ohne Wasser kein Elektrolyser. Ja, das stimmt. Sonnitär. Dann baue ich eine Pumpe. Und dann solltest auch langsam mal gucken, dass du irgendwie aus dem Schmutzwasser, was du produzierst, Laufeswasser noch, ähm, Toiletten aufbauen, damit du überhaupt mehr Schmutzwasser kriegst. Soll ich das da reinleiten? Ne, normales Wasser erst mal. In den Elektrolyter kannst du nur normales Sauberkeit drauf reinleiten. Okay. Ähm, dann brauche ich ein Rohr. Rutschieb ihn in die Hand. Ja. Das ist direkt ein isoliertes Rohr oder ein normales Rohr? Kommt doch rein, die Wandeln. Das Wasser ist an sich nicht warm. Das ist 21 Grad. Ja, noch. Wenn du es dann filterst und säuberst und bla, wird es auch immer wärmer. Das normale Wasser, was ich hier unten habe? Ja, du willst ja dein Dreckwasser wieder an die normale Wasserreservare auch nochmal haben. Okay, also dann direkt isoliert bauen. Alles klar. Ja, dann schalt's an, Bulli. Die shoppern sowieso schon bis hierher singen. Ich weiß nicht, ob sie dich hört. Naja. Versuch's an den. Hör, tu den nicht. Wie ist auch nicht im Teamstick. Nee, sie ist vor Ding raus, weil sie gesagt hat, sie möchte mal wieder so ein bisschen für sich sein quasi. Merken wir. Hören. Habt ihr etwas dagegen? Nein. Finde ich gut. Ja, sie teilt ihre Stimme nicht mit uns. Warum auch? Einfach in den Chat schreiben. Wir finden das nicht gut. Komm schon. So. Der hat noch keinen Strom, deswegen kann er nicht funktionieren. Okay, das ist schon mal gut. Du hast gesagt, hier brauchen wir einen Platz frei. Genau. Das ist im Prinzip so. Und ganz dringend die isolierten Ziegler da wirklich rundherum bauen und auch bei dem... Stimmt, und drunter auch. Auch bei dem... Dingenspuffel. Beim Wasserstoff... Genau. Und drunter auch. Also rundherum überall, wo jetzt dieser Sauerstoff halt auch dinkommt. Weil der kommt ja ziemlich warm raus. So, rundherum 50 bis 80 Grad. Also, kann er erreichen. Wenn da ein bisschen Chlorid mit reinkommt, ist auch nichts Schlimmes. Gut gegen Bakterien. Irgendwie weigert er sich gerade. Warte mal, vielleicht einfach buddeln. Ähm, ja. Da solltest du es vielleicht nicht hinbauen. Ähm, isolierte Ziegeln. Jetzt ja. Ach, da ist eine Pflanze drauf. Ähm, Chlorid schwebt nach oben, ne? Also, schwebt. Chlorid ist, glaube ich, schwerer. Ich glaube, ist auch noch schwerer als Kohlendioxid. Okay, dann warte ich mal kurz. Wie gesagt, es ist nicht schlimm. Wäre sogar gut, wenn da wohl ein bisschen was in den Fleckwasser reinkommt. Das ist desinfiziert. Gut. Ich weiß bloß nicht, was ich von dem Viechter halten soll, was hier rumhopselt, aber... Das ist nicht schlimm. Wenn du das, ähm, eine Zuchtsplitter hast, das ist der Wolle. Ach, nett. Okay. Oder bei dem weiß ich es gar nicht. Ich klicke nochmal an, das hier darf, was sie produzieren. Es gibt da, weil sie produzieren Plastik. Ich will nicht die Liria anklicken. Ich will... Darf ich jetzt? Ein Dreckhof. Macht Eier, so wie es aussieht. Ernährung, Mehlholz, Pilakröpflanze, Balsamico, Ausscheidung, Phosphorit. Oh, Phosphorit. Aber Moment, das ist gar kein Chlorgas, das ist Phosphorit. Ne, das ist Chlorgas hier drin. Okay. Der produziert anscheinend Phosphorit. Ja, die kann es auch sehr an die Schafe. Ja, ja. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass der mir sofort die Dinger vom Kopf frisst. Nein. Das ist ein echt interessanter Aufbau und ich bin gerade ein bisschen gehypt, dass ich Maschinen baue. Nur noch einer kommt, der baut, ne? Hä? Jetzt müsste nur noch einer kommen, der baut, ne? Die haben noch überall zu tun mit Rohre legen für die Pumpe, damit Wasser hochkommt. Obwohl ich dann mal davon ausgehe, dass das Wasser nicht sehr lange herhalten wird, aber ich schaue es mir jetzt erst mal an. Wie gesagt, es ist eh nicht mehr so lange Zeit, bis Annie sich schminkt. Ein bisschen schadenfreudig bin ich da ja schon. Ja, Saft. Was denn? Ich kann das nicht einbinden. Okay. Entsonsten. Ich kann Credits nicht, die sind ja nicht zu stehen, die sind ja nicht zur Verfügung. Und wenn ich jetzt aber ein I-Frame einbinden möchte, dann sagt die mir, not found. Gibt es so ein Tipi nicht direkt so im Credits-Menü? Ja, ja, die Credits kann ich dir ja geben, wie gesagt, aber ich kann die nicht ins Overlay einbinden. Ach so. Wir haben doch immer wieder neu gestartet. Das zählt Tipi, glaube ich, nicht mit. Ich kann sagen, die vom Monat, weil, ne, das ist unser einziger Streaming im Monat. Ja, aber das ist schon dieser Woche. Nee, fliegen nicht mehr. Und diese Woche wäre nur heute. Ja. Gott, dann werden wir das Ganze durchlaufen lassen. Wie lange würde das denn durchlaufen? Das läuft nebenbei. Das kannst du jetzt drüben schon anmachen, ganz über die Cam packen. Ich muss bloß gucken, dass ich das quasi von der Größe vernünftig hinbekomme. Weil, warte mal, ich mach's einfach rein und dann sehen wir es schon. Ähm, Browser. Credits. Ja. Einfügen. Okay. Ich mach's übers Layout. Ich hab's jetzt eingefügt, ne? er spielt bei mir auch nichts ab. Und ihr musst ja erst auf die Welt setzen. Genau. Aber ich kann's. Ah, jetzt ja. Geht das so? Das wäre quasi so rechts über der Cam, jetzt, wo es durchläuft. Ja, ich zieh's halt noch ein bisschen runter. Bein der Schrift um, ist nicht doof. Ja. Mach's nur. Mach's nur, dass du es ein kleiner hast. Okay. Okay. Noch ein Stückchen, aber das sollte dann passen, denke ich. Kinder in Jugendbahnhof. So. Ja, Entschuldigung. Einfach nicht vorlesen. Ich hab die nicht... Ja, ne? Ja, ich hab's. Die sind halt in den Credits mit drin, aber... Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich hab sie zwar rausgelöscht hier, aber die werden da trotzdem angezeigt. Leider. Wir ignorieren die hier. Toll-Account-Stahl, das waren vielleicht. So ein Stück. Und der Rest. Ja, ich nochmal wiedergekommen, danach. Ja. Nö. Der Rest. Juh, schlaff gut. Weiß ich da. Ohne S-Dextrin. Wie bitte? Achso. Ich mein Dextrin. Aber ansonsten, die Reste, die können wir ja alle ehren. Das sind alles unsere neuen Follower, die nur durch den Spendenzimmer reingekommen sind. Dann die ganzen Hosts. Und die ganzen Braids. Dann irgendwann die ganzen Dimensions. Die sind da nicht mehr drin. Da bräuchte ich einen Credits von... von Cat. Achso. Aber wie habt ihr das denn mit dem Alarm gemacht? Mit dem Layout? Mit dem Alarm von Cat habe. Hallo, ich brauche euch. Hallo, Markus. Hallo. Hoi. Ich habe frohe Nachrichten. Mein Hustl ist da gut hier weg. Zumindest so lange ich diese kleinen, komischen, grünen Filme nehme. Cool. Und zu blingliche Kinder. Was darf aber alles drin? Füt, füt, füt. Kann ich jetzt eigentlich? Wir haben einen Lüftung. Isolierte Gasleitung. Das Spiel scheint irgendwie der Bringerzeug zu sein, bei Designs. Das Spiel ist super. Echt? Zwei, drei Leute schon was gespielt haben jetzt. Zwei, ja. Zwei. Ihr zwei. Ja, du auf jeden Fall. Und das weiß ich. Sieht ja ganz interessant aus. Sieht ja auch. Das ist übel komplex und das macht das so spannend. So wie Vaktorio, oder? Ja. Ja. Ja, jein. Kann man vergleichen, sagen wir es so. Naja, bei... Todesfeuer, Trix. Also, liebes Tierchen, es kann jetzt passieren, dass du hier eingesperrt wirst, ne? Soll mir recht sein. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Gute Nacht, Resi. Schlaf gut. Sternenklang. Vielen, vielen, vielen Dank für den Host und Hallöchen. Hallo Sternenklang. 60 Zuschauer. Das heißt, du hast uns gerade 30 ewige Zuschauer mitgebracht. Wow. Du bist krank. Ne, Moment. 67 hast du uns mitgebracht. Wow. Vielen, vielen Dank. What the... Na? Fire. Wie war dein Stream? Und danke, dass du jetzt quasi zum offiziellen Ende dann die ganzen Leute noch mit drüber bringst, die sich dann gleich zugucken dürfen, wie Anakin sich schminkt. Genau. Wir sind gerade beim offiziellen Ende des Marathons, deswegen läuft da drüben gerade die Credits durch. Inoffiziell machen wir aber noch weiter. Wir streamen noch ein bisschen. Denn wir finden noch ein paar Leute, die noch weiter machen wollen. Also bleib durch dran. Guckt zu. Wir haben noch ein paar Giveaways. Lasst noch einen Euro da oder zwei, wenn es euch gefällt, wenn ihr den Kindern helfen wollt. Übrigens, ihr habt noch ganze 20 Minuten noch die 4000 voll zu machen, was ich bezweifle, was wir schaffen. Aber dann foliere ich auch noch meinen Berd hin. Das ist für ein Bad. Aber wenn wir die 4000 noch die nächsten Tage voll machen, foliert Trockenmicher definitiv seine Haare. Drükelhaare. Dann machen wir das gemeinsam. Und der mag den Bart. Dann machen wir gemeinsam uns den Bart weg. Nein. Ich habe gesagt, wenn sie es schaffen, heute bis 0 Uhr die 4000 voll zu machen. Ja. Wenn sie das schaffen, dann machen wir uns den gemeinsam weg. Weil du musst dann dann auch... Und Micha wird sich dann im Streep die Haare bedunzen, während wir uns den Bart absieren. Weil der muss dann auch ran. Die was dann können. Gritze alle drei zusammen. Kriegen wir. Klar. Hast du einen Host und alle noch mal gebt? Hm. Ja, das wird dann TP oder so sein. Mal wieder. Das kann sein. Ihr seid übrigens sehr episch. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Grandioskai. Ja, was ihr dieses Wochenende abgeliefert habt, ne? Ja. Ne, ne, ne. Was ihr dieses Wochenende abgeliefert habt. Sollte ich gerade auch gesagt haben. Ja. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, was die Zuschauer geleistet haben, hat dann doch ein bisschen höheren Stellenwert als das, was es ihnen geleistet hat. Finde ich auch, ja. Nicht, dass ich das schlechtreden will, aber wir streamen so oder so. Ja, und dann hier auf dem Kanal halt. Aber klar, wir haben alle ein bisschen Schlafmangel, weil wir das Ganze organisieren mussten. Und klar, wir haben auch sehr viel geleistet. Also das Team hat sehr viel geleistet und das war das mit die Beine zu stellen. Wobei, ich würde es nicht schlechtreden. Wir sind alle gleich gut beteiligt, würde ich mal sagen. Der Einzige, der noch voll auf der Couch belegen hat, das war ich. Huahaha. Ja, also. Ne. Ganz toll warst du auch nicht. An den Credits, theoretisch. Ja, wie gesagt, lasst halt mal noch ein paar Euro da. Wir bleiben auch noch ein paar Tage. Und je nachdem, wie wir Bock haben. Länger. Wir haben auch noch ein paar Giveaways. Also sammelt ruhig Punkte. Schließt euch an. Habt Spaß. Echter Meister, Giveaways. Ja, wir haben noch mehr als genug Kies. Wir könnten theoretisch auch zwei Stunden drei Kies raushauen und sind trotzdem noch zwei Tage versorgt. Ja, wir haben dann am Ende noch so viele Kies gefunden. Und selbst wenn die leer sind, haben schon einige gesagt, ich hab da noch zehn und ich hab auch noch zehn und wir haben noch Beserven. Ja, ich hab auch noch welche. Uh, da war jemand ein bisschen gestresst. Ein bisschen. Ein bisschen. Ganz gut. Raven, was ist verkehrt mit dir? Du Sternenlands, was gab's bei dir Schöne zu sehen? Bestücke da angeln, oder? Ich hab bei Sternenlands bisher immer nur angeln gesehen. Kann ja auch sehr entspannt sein. Nö, ich hab auch schon andere Dinge bei dir gesehen. Hörst du bitte was? Ja, bevor sie zum Team gekommen ist, lief da auch noch andere Dinge als anderen. Da kannte sie tatsächlich noch nicht, muss ich zugeben. Seit wann ist sie denn beim Team drin? Kann ich jetzt irgendwie einstellen, dass der nur Wasserstoff pumpt? Nein, kannst du nicht. Außer du bist da, aber das brauchst du ja wie gesagt nicht. Das kriegt halt nur ein bisschen Schaden am Anfang. Schalt die Pumpe halt anfangs noch aus, bis sie schon was gesammelt hat. Und dann schaltst du die an und ist gut. Du müsstest aber mit dem Atmosensor, musstest du definitiv mal reinpacken. Und dem sagst du, wenn der Druck höher als 500 ist. Und sonst bleib aus, dann zieht er die Luft ja wieder rein. Okay, und dann rechts hier oben hast du gesagt, ja? Genau, in der größten Ecke. Und wenn da der Druck höher als 500 ist, schalt an und dann. Okay. Ja, erstmal müssen die jetzt den Stein zermalern, müssen die jetzt erstmal fertig machen. Das Ding sieht auch irgendwie zu groß aus. Kupfererz zu Kupfer, Gold anmeldbaren zu Gold, Eierschale zu Kalk und Magnet zu Sand. Was brauchen sie da für Edelmetall, ja? Warte mal. Station. Nee. Tu mal. Für Edeldesmetall brauchen wir. Zu kleiner Kupfererz im Sand und reines Kupfer. Genau, das ist dann das Edelmetall. Davon. Ich mach einfach mal zwei Stück. Ich mach mich schneller. Meldchen Kater, vielen Dank für deinen Follower. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Wisst ihr was, für diesen tollen Raid und Host, hauen wir jetzt mal ein Giveaway raus. Wer noch nicht genug Punkte hat, einfach zugucken. Für die Folgen kriegt ihr 250 Punkte. Ihr könnt Chatspiele spielen, ihr könnt... Ah, das könnt ihr noch. Jetzt sind wir auf die Sprünger, aber auch immer noch mal Punkte. Twitter. Folgen, aktiv im Chatzeilen, Spenden, genau. Genau, für jede 10 Euro Spenden. Redtweeten, genau. Und wenn ihr vielleicht ganz, ganz lieb fragt, vielleicht lässt Pune noch ein paar Punkte regnen. Mal gucken. Ach komm, es ist der Schluss, ich lasse ihn auch wieder reichen. Ich hab ja auch nur 62.000 Punkte. Es geht jetzt vor allem für die Neuen, dass die vielleicht im Giveaway teilnehmen können, deswegen. Ich hab noch nicht einmal an einem Giveaway bei uns teilgenommen. Oh, bitteschön, da, einmal 2.000 Punkte für alle. Das heißt, ihr könnt euch mindestens 4 Tickets leisten. Ihr könnt aber auch sparen. Was kostet ein Ticket? 500. Wie viele Tickets kann man Maxima kaufen? 100. 50.000 Punkte. Bitteschön. Ich glaube, kommt jetzt drauf an, was er voraussaut, dann setze ich alle Punkte auf ein Spiel. Ich brauche ein Automatisierungsteil. Übrigens, für alle, die wissen wollen, welche Spiele, welche Keys wir gerade noch zu verbegeben haben. Bitteschön, unter diesem Dokument. Oh Gott, weggestimmt. Unter diesem Dokument findet ihr alle Infos. Das, was grün ist, ist alles schon weg. Wir werden jetzt die Special-Key, die sind in der pink-lila-Dingung da, die da schwarz sind, die haben wir noch zur Verfügung gerade aktuell. Die werden wir jetzt, jetzt, ein, zwei, zwei. Wir verlosen jetzt zwei. Ich hätte noch eine kleine Frage. Wozu erlässt das Automatisierungskabel? Das musst du jetzt mit dem Sensor und der Pump verbinden. Übrigens, falsche Seite nicht, die rechte, die linke. Ach, okay. Äh, zerlegen. Das Problem ist bloß, dass ich nicht weiß, ob ich dieses Kabel habe. Automatisierungskabel, das habe ich noch nicht. Ha! Ach, okay. Punkt, der habe ich denn noch. Ach, tausend. Na, komm. Ähm, irgendwo Automatisierungskontrolle, was, wo, wie. Irgendwo habe ich noch ein Kabel, das ich leeren, äh, forschen muss. War eh 24 Tickets ausgeknallt, ja. Eigentlich hast du das bei Automatisierung von, ach, da oben ist es, ich sehe, die Automatisierung hast du noch nicht einfach kaputt. Da oben, okay, wenn du sagst, da oben, da, fortschrittliche Automatisierung. Ähm. War auch 100, äh, ich kann doch sagen, du hast 12, 11.000. Ja, das hier brauche ich. Okay, dann forscht mir das bitte noch schnell, weil ohne dem geht's nicht. Aber es sieht doch hier drin schon fast sauber aus. Ja, sind auch nochmal 22 mögliche Tickets, DJ. Kann der Alert eigentlich voll sein, ne? Nee, weil DJ ist sogar mehr, DJ hat 28.000 Punkte. Gutes Feuer, Twitch, Märchenkater und Illowakt. Illowakt? Illowakt. Vielen Dank für euren Vorlauf. So. So, da haben die 200 jetzt, glaube ich, auch voll. Wow. Dieser Kanal ist, das entwickelt sich halt, ne? Mhm. Ich habe eigentlich gesagt, dass ihr die Tür abschließen soll. Ihr könnt auch andersrum laufen zum Aufräumen. Ich sehe gerade, ein Follower führt noch. 199 Follower. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist auch eine große Zahl für ein Wochenende, sag ich jetzt mal. Ja, wir haben, wir haben, ihr seht ja, jetzt läuft der Geduld, da werden wir uns alles nur am Wochenende gesucht. Da sind die Follower dabei, die Viewer und die Host. Da haben wir noch ein paar Tore mit 157 Leuten, äh, und dann haben wir uns noch ein paar Tickets nachkaufen können, wenn ihr Bock habt. Es läuft jetzt weg. Spiel, wir haben, ihr euch noch mal ein paar Ticketschatspiele, äh, Ticket, wenn ihr retweetetet. Wenn ihr retweeten wollt, kriegt ihr auch 250 Punkte, aber dafür müsst ihr euren Twitter-Account hier mit dem, ähm, Twitch-Account verknüpfen. Das macht ihr mit Ausrufezeichen, Twitter, Leerzeichen, Register, Leerzeichen, Twitter-Name. Ich seh grad, ich hab ein Problem. Wir machen hier noch mal zwei Osterräder rein. Du bist somit unser 200. Follower. Kannst du den Klick holen? High five! Frankfurter Applaus! Party hard! Ja, wohnen wir doch nicht in dem Spend-Eastring. Nach 0 Uhr, nach 22 Uhr, darf das. Ja, was würdest du jetzt machen, wenn wir euch von den armen Kindern auch mal zurückholen würden, hier? Spät in der Nacht? Dann haben die jetzt was Neues dazu gelernt. Apropos, waren von denen eigentlich nur welche hier, weiß man das? Von wem waren wo welche hier? Von dem, ähm... St. Anna? St. Anna? Weiß nix davon. Aber die wissen gar nicht. Das ist ne Überraschung, wir wissen nix davon, das ist ne Überraschung. Die werden aus seinen Wolken fallen. Ja. Ich weiß nicht. Ich würd' ja gern wo mitfahren, ne? Oder... Fahrt ihr direkt hin, oder? Das wird ja nicht nur die reine Spende, es gibt ja ein Kühlfest, was dort veranstaltet wird. Also, ähm... Cat fährt da hin, organisiert alles und macht und mehrt und hat bestimmt noch ein paar Helfer. Und wenn ihr da mitbraucht, kannst du dir helfen? Was sprich mit dir? Ja, es ist so weit weg. Das ist das Problem. Ja, ich würd' auch entfahren. Das ist wirklich... Wirklich beruflich hier nicht geschissen. Nicht geschissen. Für'n guten Zweck. Ich bin so schnell da. Also, die Webadresse sagt dir, dass das nicht in Deutschland ist? Ne, ist es auch nicht. Und ich wohne relativ weit weg von der Alte. Da muss man mal gucken. Ähm... Ja, es ist aber nicht der letzte Spenden. Was war da in Wien, oder? Äh... Österreich? Äh... Österreich, Wien. Österreich. In Wien, genau. Ähm... Wird aber nicht der letzte sein. Wir haben definitiv vor, also zumindest ist es in Planung, wieder einen für Weihnachten machen, dass wir wieder schöne Weihnachtsgeschenke bekommen. Vielleicht werden wir zwischendurch auch nochmal ein paar andere Aktionen unterstützen. Wir haben... Wir waren froh, mit Gaming Aid zusammenzuarbeiten. Wir hatten da gestern sehr großes Interesse daran gezeigt. Von daher. Aber Markus, soll ich dir was beraten? Ja, mein Schatz, soll sie machen. Das kostet mich nur ein Anruf und ich könnte bis Passau kostenlos mitfahren. Und von Passau bis nach Wien bräuchte ich nur ein Ticket mehr kaufen. Das kostet nichts. Das sind nur 25 Euro. Und dann könnte ich Ketzel da besuchen gehen. Dann könntest du mitmachen. Bei mir hat es halt geklingelt, wo es hieß ja Krillfest. Ich grill doch so gerne, ohne Scheiße. Ich... Ich... Das Grillen ist echt das größte genug. Da lasse ich alles für stehen. So. Euer Annie ist wieder da. Fein Witz. Mein einziger... Hallo Annie. Mein einziger IRL-Stream war, wie ich Steaks gebraten habe und gerückt. Äh... Punio? Äh... Anakin? Äh... Ich hab das Spaß deshalb nochmal ausprobiert. Ähm... Ich scheine wirklich irgendwie gesperrt zu sein auf dem Kanal. Ach schön. Weil ich hab mein... Äh... Ich hab mich mit meinem Bot-Account angemeldet. Moment, du wolltest grad... Du wolltest grad zum... Zum Kanal verbinden. Ja, über den Test-Stream. Achso, ja. Ähm... Okay. Ja, dann tut's mir leid. Dann weiß ich nicht warum. Allerdings hab ich da noch eine letzte Idee dahinter hat. Kannst du neben mir Bot-Stream? Das wär auch meine Idee gewesen, dass Punio mir... eine Einladung an meinen Bot-Account schickt. Ja, testen. Dann melde ich mich da... Dann melde ich mich da schnell an, um da nochmal die E-Mail rauszubekommen und dann... Gut, dann entferne ich den hier, ne? Kriegt ja nix. Warum wird denn jemand aus dem Spenden-Stream gesperrt, ey? Was hat er da gemacht, ne? Oder was war da? Achso, ne, keine Ahnung. Er wollte gestern noch streamen und kam halt nicht mehr auf den Kanal, ey. Er macht kann doch nix. Ja. Wir wissen leider auch nicht so genau, was das ist. Manchmal kommt halt immer nur die Meldung von wegen, äh... Entweder ist der Stream-Kick falsch, oder aber der Server nicht erreichbar. Der Server nicht erreichbar kann aber nicht sein, dadurch, dass ich ja mit den anderen beiden Keys streamen kann. Und Server nicht erreichbar, äh... Key falsch auch nicht, weil ich hab den rausgebild, eingetragen und eins zu eins Zeichen zu Zeichen abbildlichen. Von daher frage mich selber, was da los ist. Wir gehen grad die Liste durch, äh, für die Key. Uns ist aufgefallen, da hat jemand was Falsches eingetragen. Anstatt den Namen, hat er den Namen des Spiels nochmal dahinter geschrieben. Ähm... Weiß noch jemand, wer Brutal Legend gewonnen hatte? Ich glaub das war Big, oder? Das kann sein, ja. Das erste, was mir einfällt, war Big. Bin mir aber grad nicht sicher. Ja. User joined your channel. Ich weiß auch noch, dass der... Ne doch, das war... Das, das war Big, glaub ich. Der Key war von dir. Ein geniales Spiel. Ich glaub das war Big. Ich hab ihm gestern sogar, glaub ich, noch erzählt, was da so toll ist, und das müssen wir immer zusammenzocken können. Ja, das ist leider ein bisschen kurzweilig. Aber... An sich eigentlich ganz lustig. So, Suprio, bitte... Ja, das hier... Aber ich glaub der Multiplayer... Mal gucken, wir werden's wieder rausfinden. Ich glaub der Multiplayer von dem Spiel war gar nicht so gut, Punio. Du, den find ich auch gut, ist halt nur gegeneinander, ne? Ja, ist halt aber sehr strategisch anders, ne? Aber wie gesagt, ich find's trotzdem gut. Punio, ich hab dir mal grad die... Vergeschicht. Diese E-Mail-Adresse ist mit keinem Twitch-Konto verknüpft. Aber das ist natürlich nicht bestätigt mit Android. Und wieso immer Hotmail? Mit Hotmail-E-Mails gibt's sowieso immer Probleme. Ich wusste nicht mal, dass es die E-Mail-Dinge überhaupt noch gibt. Ja, aber die machen nur Probleme. Bei den meisten Anbietern kannst du da gar nicht E-Mails hinschicken. Weil die alle auf der Blacklist stehen bei denen. Okay. Selbst ich mit meinem Server, steh bei denen auf der Blacklist, kommen keine E-Mails von Hotmail an. Und ich weiß nicht warum, ne? Oh, E-Mail-Adresse wurde bestätigt. Ich hab mein... Okay. Ich hab mein, ähm... Mein Web-Server alles neu eingerichtet. Ja, ein Kunde wollte sich... Wollte ein Ticket aufmachen von Hotmail. Und ich krieg halt die Meldung ja gar nicht gesendet. Da hat er Spaß, warum? Ja, stehen auf der Blacklist weg gespammt. Das war die erste E-Mail, die dahin ging. Ich würd' mal sagen reife Leistung. Ja, die ist wirklich nicht reife Leistung. Sag mal... Du bist Koch, warum kochst du nicht? Wenigsten Probleme hast du, wenn... Wenigsten Probleme hast du, wenn du dir Office 365 holst. Das funktioniert einfach. Das ist einfach nur geil. Mal einfach nur Spaß. Ich brauche einen zweiten Koch, so wie es aussieht. Ich hab 365 mittlerweile für mich und für meine Lebensgefährtin. Und wir verkaufen erst beruflich auch extrem viel. Da kannst du dich nicht über den Checklat machen. Mhm, 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 mhm. Ach, halt. So, wir haben... Basteln, kochen und forschen. Flatulence... Okay. Nudelarme. Taucherlunge. Taucherlunge ist gut. Nudelarme ist mies. Ja, die Kombination ist halt doof, ne? Ja, dann doch eher den Pazifist, mit der Nachtäule. Der braucht weniger Schlaf. Und gute Kreativität. Wen haben wir denn? Wer darf das denn heute sein? Das ist... Oh, Asa. Rage... Co... Ich glaube, so schreibt man das. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, drucken. Ich bin mir sicher, dass ich ihn haben möchte. Ja! Ich lauf gut. So, jetzt muss ich dann wieder ein bisschen weiter... Also, ich... Ich bin jetzt jetzt hier oben zu laufen und dann geht's eh zu Annie, denke ich mal. Ähm... Wenn's geht, wenn's geht. Aber wir arbeiten noch. Nicht auf dem offiziellen Twitch-Kanal. Äh, BAS-Kanal. Geht's nicht, oder was? Selbst damit geht's nicht. Das ist meine letzte Idee, woran's liegen kann, dass irgendwie meine IP für den Kanal gesperrt ist. Okay. Und warum auch immer. Das wäre das letzte, woran's jetzt noch liegen könnte. Wäre aber schon ziemlich hart ausgeweilt, meiner Meinung nach. Ja, vor allem. Ich wüsste nicht mal wofür. Na, ne, nicht wirklich. Meinen Stream, den konnte ich ohne Probleme ganz legitim vorab in dieser Zeit beenden. Und es gab gar keinen Zwischenfall. Ich kann's dir leider nicht sagen, das ist... Ich auch nicht, ich find's halt nur hart merkwürdig. Also, 500 Gramm Druck hast du gesagt, ja? Ja. Wenn's da rüber ist, dann pumpen. Über 500 Gramm pumpen, okay. Habe ich eingestellt, das heißt, ich kann diese Tür auch verriegeln. Du brauchst ihn nicht verriegeln. Äh, das verriegeln dauert viel zu lange. Du brauchst nur das Durchgehen sperren, nimmst einfach die beiden Pfeile da weg. Und dann geht da auch keiner mehr durch. Ah. Dann brauchst du nicht immer warten, bis da einer hinrennt, den wieder aufschließt. Okay, okay. Ja, ich hab halt die dazwischen jetzt da hinten gesperrt, weil... Mei. Also, was ich mir so ein bisschen umsehe, ich seh leider auch überhaupt kein Erdgas. Also, ich hab gern jetzt so ein Erdgas-Ding. Wasserstoff, verschmutzt das Hautschaf. Wie sieht die Temperatur eigentlich aus? Das war F3. Die Temperatur geht aber tatsächlich noch. Obwohl ich nicht mehr weiter nach oben gehen sollte, langsam. Ja, selbst wenn du jetzt weiter nach oben gehst, verbreitet sich die Temperatur auch nicht wirklich schneller. Ja. Im Gegenteil, das Dauerstoff verbreitet sich sogar noch langsamer als durch Metall zum Beispiel. Wenn du da irgendwo Eisenerz hast, zieht die Temperatur schnell durch. Ja, klar. Also, Endziel in die Spiel. Überleben. Ja. So lange wie möglich. Also, irgendwann wird's einfach unmöglich oder wie? Nein. Nicht unmöglich. Die Ressourcen gehen ja, die Ressourcen gehen ja halt irgendwann aus und du solltest halt schauen, dass du ein System entwickelst, wo du quasi selbst Sauerstoff erzeugst etc. pp. Dass es nicht zu warm wird. Wenn du es halt tatsächlich schaffst, einen Zyklus zu entwickeln, wo du nichts mehr machen musst und dich dann dauerhaft überleben, dann glaube ich, hast du gewonnen. Aber ich kenne niemanden, der das erreicht hat. Ja. Es gibt auch eine Mining-Challenge, da bist du dann verpflichtet, also gibt's jetzt nicht im Spiel, aber die geben sich viele, jeden einzelnen Block, der abmainbar ist, auch wirklich zu minen. Und das dauert so seine 5.000, 6.000 Zyklen. Es ist schade, dass Saranti nicht kochen kann. Naja, gut. Da war gestern im Streamland ein Spiel, was sowieso ähnlich aussah, allerdings glaube ich von oben gesehen. Ja, Grimworld. Grimworld, genau. Das sah auch ganz interessant aus. Ist vom Prinzip ja auch nicht anders, ist ein Colony Manager. Ja, habt ihr schon ein bisschen an Flüssen-Manager erinnert? Ja, von denen ist das ja, glaube ich sogar. Ah, okay. Also von der Spaltgruppe von denen, die haben sich halt getrennt und merkt nichts gemacht. Ja. Ja, bei mir krieg. Hab ich. Und du erst. Willst du jetzt eigentlich noch länger machen oder soll ich mich schon mal vorbereiten? Muss ja jetzt länger machen, wenn du nicht auf den Kanal kannst. Kann er nicht auf seinem Kanal machen und du hostest dann rüber? Geht theoretisch. Nee. Ja, gehen würde es. Was ich aber nicht will, ist dann irgendjemanden hosten oder raiden oder was auch immer. Was ich wollte, ist das halt weiter durchgängig hier auf diesem Kanal zu haben. Wenn wir dann irgendwo hin hosten, ist das beendet. Kannst doch den Kanal einfach als Bild einblenden. Die ganze Zeit? Während der Stream? Oder meinst du jetzt nur für das Stream? Ja. Weil nicht erlaubt. Du darfst nicht einfach einen anderen Kanal laufen lassen. Zwischendurch mal kurz einblenden, um was zu zeigen, wenn du dessen erlaubt hast. Ja, vielleicht die ganze Zeit. Und wie funktioniert das dann mit dem Re-Stream? Das wäre ja eigentlich auch verboten, oder nicht? Re-Streams sind speziell über Twitch-Gichtlinien normal. Ja. Zum Beispiel mit der E3 oder sowas. Die sind dann speziell gemarkt, dass sie Re-Stream werden dürfen. Genau. Wenn du jetzt sagst, hey, wir dürfen kurz deine Schmink-Aktion da re-Streamen, ist das okay. Aber nicht, dass du da streamst und bei uns hier läuft das. Ah. Ja, dann stream ich halt nach dem Schminken nicht unbedingt noch weiter, sondern stream halt wirklich diese Schmink-Aktion. Ja, kann man auch machen. Dann mach ich mich mal fertig und quäle mich mal in den BH und alles. Viel Spaß. Hehehehe. Scheiße, jetzt muss ich doch noch länger warten. Ja, ich auch. Kann jemand klipfen? Es geht jetzt darum, dass Anakin nicht auf dem Team-Kanal streamen kann, aber sich schminken wollte auf dem Team-Kanal, richtig? Korrekt, ja. Warum macht ihr das denn jetzt nicht ganz einfach und benutzt Discord mit einem Video-Anruf? Das ist doch dasselbe, wenn er jetzt live geht und wir das hier einblenden. Kommt auf dasselbe hinaus. Und er hat es dann nochmal bei sich auf dem Kanal als Video und ganz auf Highlight speichern. Ja. Achso, ich mach mir jetzt aber nicht die Mühe und schmeiß nochmal das Overlay rein, oder willst du es trotzdem wieder haben? Dann haben wir das Overlay ja gedoppelt hier auf dem Kanal. Okay. Okay. In dem Fall, dann bist du das Overlay raus und lassen. Äh. Ganz nackig. Mach dich nackig! Klug, dann werde ich dann... Damit ihr was zu nachen habt, ziehe ich mir das BH-Ausstoffbegrenze. Bedenke, keine Haut zeigen. Haha. Haut schon, aber keine Nippel. Ein Fragezeichen, hallo! Hallo, Fragezeichen! Fragezeige? So Leute, ich werde mich mal wieder aus dem TS ab. Äh. Bis morgen. Alles klar. Wie jetzt? Denken wir uns noch zu gucken? Ich guck auch zu, aber ich hau mich hinter mich ins Bett und werde wahrscheinlich bei der Hintergrundbesäulung langsam wieder einschlafen. Hehe. Jetzt will ich das schon seit zwei Tagen machen. Meine Frau ist im Urlaub, ich bin komplett alleine zu Hause. Yay! Ich dachte, ihr wart grad erst im Urlaub. Ja, aber sie kann ja durchaus noch warten. Ist ja richtig so. Wenn man fast 200 Überstunden hat... Wie war das DJ? Du hast ja ne Traumfrau im Urlaub kennengelernt. Ja, genau. Warte mal, war mein teuerste Urlaub, zahl ich heute noch. Ja. Ja. Ich glaube, mit einer Wolle schon über 18 Jahre, ne? Hast ja auch nicht gesagt. Ein ausrichtiges Beileid. DJ, hast ja auch nicht gesagt, ob sie ein schöner Traum war, ne? Ja, warte. Hehehe. Ich hab meine Urlaubsbekanntschaft geheiratet. Dann jetzt erst so, als ob da... Okay. Ne, ne, ne. Dann ist ja gut. Deswegen zahl ich ja heute noch. Ja, das heißt ja nichts, ne? Man kann das auch anders verstehen, ich weiß. Zahlen kann man auf den Frauen, mit denen man nicht mehr zusammen ist. Na, für die suchen wir meistens mehr. Ja, je nachdem von dem, was wir jetzt schon. Super, wie läuft bei dir? Ganz gut, ich baue jetzt mein herrsches Waschbecken. Jetzt jetzt. Danke. Lass jetzt mal auf deinen Stress achten, du ne? Das ist der 50%-Marker. Oh, ja. Random Gaming and Raven sind die zwei, die... Raven entspannt sich gerade in seinem neuen, mit Bild versetzten Schlafzimmer. Ja, mit einem sehr interessanten Version von Der Schrei. Ja, ja, ja. Da schläft man bestimmt gut unter so nem Bild. Hey, wenn man lebt auf den Asteroiden, dann hat man nicht so viel Auswahl. Wenn wir jetzt noch meinen letzten Kaugummi-Bomb schwingen, dann bin ich da. Jo, mecken lassen. Ist die Story dahinter, warum lebt man noch ein Asteroiden? Ich weiß gar nicht, dass das Ding überhaupt ne Story hat vom Sinne her. Du tauchst halt in dem Portal mit Duplikanten auf, also es sind ja noch nicht mal echte Menschen, das sind Duplikanten, die kannst du jedes Mal replizieren. Ich geh davon aus, oh, da ist ein Asteroid, wir untersuchen das Ding mal. Okay. Ups. Weil wenn Du hier an die Oberfläche kommst, siehst Du auch einen weit entfernten Planeten, wo so eine Ecke rausgebrochen ist. Okay. Ich geh davon aus, dass es offenbar mal auf diesen auch noch drauf geht. Also die haben viel vor mit dem Spiel. Ja, oder ihr kommt von da praktisch. Das ist einfach kein Asteroid, sondern Teil des Planets. Ne, ne, das ist schon ein Asteroid, das hat die Story schon geklärt. Achso, weil ich das noch auf Dinge eingestellt habe. Und die ersten Kolonisten halt, dass sie das Ding vielleicht bevölkern sollen. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht, ja. Ja. Ein Asteroid als Raumschlüssel zu bringen. Als Lockport. Dann haben wir die an, wenn du in die Oberfläche kommst, hast du auch ständig Meteoritenhagel. Ja, das ist ja geil gemacht. Ja, in aller vier Wochen, so circa, kommt ein Update raus. Das heißt, da gibt es wieder etwas Neues zu entdecken. Also die halten einen schon auf dem Laufenden. Es wird nie langweilig. Ja, ich freue mich auch schon Ende des Monats. Ende dieses Monats kommt Two Point Hospital eigentlich. Seit dem E3-Steam spätestens ein paar gehypt auf das Game. Logisch. Ich werde jetzt mal das Giveaway schießen. Was haben wir gesagt? Zwei Keys, ne? Oder drei? Was waren's? Mach ich drei. Ja, wir haben doch zu viel erst gesagt. Ja, das stimmt. Close! Unser erster Gewunder als Eins Fragezeichen. Mit fucking einem Ticket, oder? Ne, neun. Ja, und gerade ist reingekommen vor allen Dingen. Neun Ticket. Geht's jetzt. Mit einer hat eine 100. Ja, viel hilft nicht immer viel. Ja. Und gewonnen hat er Fantasy Wars. Ja, Geht's jetzt? Geht's jetzt? Ich muss erstmal googeln, was Fantasy Wars ist. Ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt viel da oben noch irgendwas gebraucht, oder? Ich glaube nicht. So. Und was ich das mache? Gewinner Nummer zwei. Und seiner. Okay. Ich verwundere nicht. Mit Fortified. Hm, kenn ich den. Ich auch nicht. Also wenn man nach Fantasy Wars googelt, der erste Eintritt ist Fantasy Wars Cheats. Haha. Und Gewinner Nummer drei. Zählt nicht. Zählt nicht? Kamer Sportler. Juuu. Mit. Oh. Destiny 2 plus Planet Peach Ecclusive Emblem. Nice. Okay. Jetzt die Frage die. Hast du Destiny 2 schon? Wenn ja, würde ich es gerne dann doch weitergeben. Na, ich hab's so nicht. Perfekt. Der Fortified sieht lustig aus. Herzlichen Glückwunsch. Der Fortified sieht lustig aus. Herzlichen Glückwunsch. Der Fortified sieht lustig aus. Ach, das ist das. Ja, das ist wie Oxnass 3. Nur mit Master 6. Ja. Und ganz komischer Steuerung. Physik und so. Aber ja. Macht wahr. Physik? Nee. Physik ist okay. Physik macht mir das gut. Ab Uni wird's dann abartig. Wenn ihr dann der erste Prof versucht zu erzählen, dass Schwerkraft keine Konstante ist. So, weil man schon nie wie gesehen hat, dass ein Apfel nach oben fällt, heißt das nicht, dass es nicht möglich wäre. So ist. Ah, ich hasse. Yay. Josy, vielen, vielen Dank für den Host. Jo. Vielen, vielen Dank. Wo ist denn auch noch ein Flückchen am heißen Kappen mitgegen? Wo hast du eigentlich deine bessere Hälfte gelassen von mir? Wollen wir mal arbeiten? Nein. Mit so weiter. Ja. Hat nicht so viel los. Hier hat gleich das 9-2er-Rand. Sorge, bleib lieber nicht mehr wach. Hände gehen. Wie weit bist du mit umziehen? Wir fennen. Soweit durch. Ich... Ich... füge jetzt gerade noch schnell das Banner aus der Veranstaltung ein. Und dann bin ich startklar. Darf ich dir einen Tipp geben, Annie? Ja. Bart ab, sonst wird das gleich schwierig mit der Schminke. Guck mal, sieht nicht so toll aus. Wie Bart ab. Bart, man ist doch gerade schick. Eben. Wenn wir dann noch als Mann zur Erkenntnis nach dem Schminken, das ist dann für den Extra-Effekt. Ja. Sonst denkst du, dass jetzt einfach so ein junges Mädchen geschminkt wird. Schön, wir könnten uns bei Anakin echt strafbar damit machen. Herr Anakin, schminkst du dich eigentlich selber oder macht das... Nein, jemand anderes mit dich, der was Ahnung davon hat. Ich mach das selber und hab keine Ahnung. Au, ja, warte mal. Der guckt sich ein Tutorial an von jemanden, der Ahnung hat. Der muss das nachschminken. Da muss ich erstmal das Screen Capture anmachen. Warte, soll ich dir was von... Soll ich dir was von Bibis Beauty Vlog raussuchen? Au. Nein, danke, ich hab schon was. Wie gesagt. Also du brauchst mir jetzt nicht in der Anzeige wegen Körperverletzung, Markus. Wully... Wully hat ihm ein Tutorial rausgesucht. Wully. Wie meine Freundin, ja. Wie meine Freundin, ja. Sowieso als Highlight auf dem Channel. Wo ist die Wully überhaupt? Die sitzt mir gegenüber und tut Dinge. Oh, oh. Hallo, Chibi. War grad sagen. Dann hat die Wully nicht mehr. Das wird Chibi doch nicht verfassen wollen. Ich finde schon sein Molo hier. Ui. Ich hab dich einfach nicht mehr schreibt. Okay, das ist übrigens nach 0 Uhr. Okay, Fazit Tag 4 kommt jetzt. Oha. Ja, und ich fang dann mal an. Ja, kannst du das erstmal mit Parfime abklären? Weil der muss ich ja auch re-streamen. Ja, muss ich, ne? Ja, ich würde erstmal noch kurz anmoderieren das Ganze und erklär. Anmoderieren. Ich muss... Dann darfst du erstmal den Stream aufmachen von Anakin. Genau das. Okay, dann warte ich noch kurz. Pieps. Pieps. Pieps, pieps, I'm a sheep, I'm a sheep. Pieps, pieps, I'm a sheep. Pieps, pieps, I'm a sheep. Ich hab mittlerweile für fast jeden hier ne Begrüßung. Pieps. Pieps. Für mich nicht. Bleibst du im TS oder muss ich jetzt deinen Stream an drehen Anakin? Ich bleibe im Teamspeak. Gut. Dann mach ich nämlich... Okay, dann ist mein Martin McClive-Send Tutorial. Ich werd mal mein Headset in die Ecke schmeißen und so auch jetzt nur noch. Also ich schalte mich raus aus dem TS. Hi. Viel Spaß noch bis zu Tage. Bis gleich. So, ich hab pausiert. Ähm, warte mal. Naja, ich warte kurz bis du live gegangen bist. Und... Stand. So, damit dann erstmal Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Ähm, ja, wie ihr seht, sitze ich hier schon im Kleidchen und... Ja, kurze Frage, hast du Stream wirklich gestartet? Was? Was ist Party? Ich muss noch kurz warten bis das Bild umschwenkt. Was so? Und, ähm, ja, äh, soweit an sich bin ich schon fertig. Das einzige was jetzt auch fehlt ist, äh, das Schminken. Das seht ihr da... Also ich schalte mal um, aber Anakin man sieht dein Gesicht... Ne, okay, jetzt schon. So. Ja, ich bin auch mal kurz aufgestanden, um mal ganz gut ein bisschen mehr zu zeigen. Vom Kleidchen an sich. Und, ja, das Video, was ihr da oben schon seht, äh, das ist das, was die liebe Sheetlinie rausgesucht hat, was ich versuchen soll nachzuschminken. Ähm, aber hier unten schon alles liegen auf dem Schreibtisch und, äh, ja, werde mal gucken, ob ich das auch halbwegs gut hinbekomme. Und deswegen setze ich jetzt einfach mal das Headset ab. Und, ja. Ja, sorry Pugno, besser ging das nicht mit auf dem Tisch, äh, hinter dem Tisch sitzen. Nein, nein, alles gut, das ist alles, alles okay. Ich bin's nur gerade irgendwie. Man merkt mir an, wie wird der Geisteron, wie du da gerade reinstehst. Wie, hey, hallo, ich bin's wieder. Mein Babyface. Es sieht ja eigentlich sogar süß aus. Das Josie ist Anakin. Ein Streamer vom VICE-Team, der... Ich kenne es Anakin. Achso. Weil sie ihn im Chat gefragt hat. Ja, weil er gleich Warten mehr hat. Ist halt das wirklich? Ja, sorry, der Bart und so musste halt weg. Ich meine, ja. Ich hätte mich schon vor, Rock wollte seinen Bart abzurasieren. Never, doch. Ganz sicher, Josie. Ganz sicher. Wer ist das denn? Also da, im YouTube. Das ist Niki von Niki Tutorials. Ja, jetzt haben wir aber ein technisches Problem. Das darf man nicht zeigen ohne ihre Erlaubnis. Kannst du das... Ich weiß, wir wollen das Tutorial, obwohl ich scheiß drauf. Mach einfach, ich glaube nicht, dass die jetzt... Entspannung. Es ist ja, genau. Es ist ja für den Spaß. Ich weiß, vielleicht kriegen wir ja ihre Aufmerksamkeit auch noch dabei. Für den nächsten. Ich muss so trauen, wer ist ihr? Je mehr wir werden, desto größer wird die nächste Option. Und wir haben ja ein bisschen Zeit dahin. Das Problem ist... Warte mal, ich mute mich mal kurz im TS und ich mach einfach den Stream von ihm laut. Shit, ich hab' gar kein Mikro da. Ich... Ich, äh... Ach, kein Mikro. Gar keinen Spiegel. Ich hab' gar keinen Mikro da. Ich, äh... Ach, kein Mikro. Gar keinen Spiegel. Ich bin auf der einen Spiegel. Ich bin auf der einen Spiegel. Ich lasse mir das Bild aber natürlich da, damit ihr meine Begeisterung sehen könnt. Ja, die Webcam wird aber auf einem anderen Bildschirm angezeigt. Gute Nacht, Fabi. Und ich hab jetzt auch keinen Spiegel da, das ist ja ein Cent. Die kann man aber aus und sich verfallen. Egal. Ernsthaft, dein Mutter hatte keinen Spiegel mitgegeben. Mach es einfach so. Egal. Ernsthaft, dein Mutter hatte keinen Spiegel mitgegeben. Einmal getroffen. Deine Kinder, du hast ein Handy, ich bin im Störzeitspiegel. What knows. Lass mich doch mal machen. Wie viel mehr fehlt, wie viel besser. Oh, das ist mega absurd. Ich glaube, das geht nicht aus, als ob ich es war. Ja, ich weiß, dass ich ein Standmikro brauche. Sorry. Ja, bitte. Ja, zuzu trauen Wettchen, wenn er da so nah an die Augen rummacht, da sind ja Kriegmittel drin. Ja, zuzu trauen Wettchen, wenn er da so nah an die Augen rummacht, da sind ja Kriegmittel drin. Gut. Wir können ja auch Wetten abschließen. Ich habe es einfach alles. Das geht so viel an. Wie nah kommt der denn? Wenn er überhaupt. Ich sage, vielleicht 40 Prozent. Ähm, Zicke, vielleicht weißt du ja zufällig, wo Oma hier einen Spiegel rumliegen hat. Der kann mir den schnell schnappen. Anime Tutorial. Sprech mit so extra aufgemaltem großen Anime-Auto. Anime Tutorial. Ja. Ja. Das Schlimme ist, wenn ich das richtig sehe, schmiert sie sich die Pampel ins ganze Gesicht. Muss alles abdenken. Ja. Dafür ist Foundation nun mal da. Muss alles abdenken. Dafür ist Foundation nun mal da. Ja, für sie ist ihr Gesicht ja eine Leinwand. Genützt eine Grundierung zum Malen an der Wand, ja. Was auch immer da passiert, das scheint mir da sehr zu gefallen. Da bin ich mir nicht sicher, aber er hat, also er ist definitiv nicht wiese, Patrick, ja. Ja, sie, ja. Von wegen einmal hier Fundierung, dann die kalten Spachteln. Weißt du, sie, sie tupft das so, weißt du, man liebt es, dass uns tupft und er schmiert es nicht. Die einfach ins Gesicht, weißt du. Schatz. Ja, ist halt so. Der neue Beauty-Streamer Annie, ja, sehr gut, ne. Das war auch gerade so, äh, ja. Mein Gedanke, Hauptsache Traum. Ich will uns gerade nicht finden, ne. Ich will uns gerade nicht finden, ne. Genau. Denkt daran, dafür habt ihr donated, ne? Mein Vater, das hört ihr die Melke. Ja, die anderen hören mich ja im Test gerade nicht, Schatz. Ja, das finden sie. Mein Vater, das hört ihr die Melke. Ich glaube nicht. Ich will dir das halt überhaupt nicht drauf sein. Ich will dir das halt überhaupt nicht drauf sein. Ich glaube nicht, dass ich da anders mehr dran komme. Oh mein Gott. Nein, die bleibt hier. Ich muss mir das mal gerade richtig im Spiegel kurz angucken gehen. Nein, die bleibt hier. Hallo? Niemand hat davon besprochen, dass er zwischen durch die Aufstehen und zum Spiegel gehen darf. Hallo? Niemand hat davon besprochen, dass er zwischen durch die Aufstehen und zum Spiegel gehen darf. Ja, man hat die vollen Socken. Ja, man hat die vollen Socken gesehen. Oh mein Gott, wie wenn sie ausstehen. Ja, man hat die vollen Socken gesehen. Sockenbrüste. Sockenbrüste. Das ist eine spezielle Züchtung, ne? Ja. Oh, oh, oh. Ich sehe gerade Kumio. Bei diesen Durchlaufpfeilen da. Ich sehe auch alle Namen von Westerbüro. Bei diesen Durchlaufpfeilen da. Es sind auch diese Namen von Westerbüro. Ja, 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 ja. Okay. 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 Und wenn du die jetzt erwähnst, achten, dass es Rektor mehr Geld braucht, krieg die Daler in den Fall. Okay. Okay. Aranti, vielen, vielen Dank für deinen Host. Twitch ist aber schon angesprochen. Okay. Ich verstehe dann, so wirst du über die Wolle. Ja, ja, ich hab den Namen halt gehört. Jetzt bitte einmal. Dann müsstest du dich bitte als Follower haben. Aranti. Ja. Aranti. 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 irritating. Ach so. Ist das schon которую. offen haben, damit man das Video hören kann. Wenn ich seinen Stream gemutet habe, um den Test zu reden, kann man das Video nicht hören. Es ist egal, wenn man das Video hört oder nicht. Nein, nein, ich habe ja seinen Entmutet. Aber wenn ich jetzt im TS bin, hört man ihn doppelt. TS, genau. Deswegen bin ich gemutet. Man hört uns über Amy, aber über Amy nicht, weil... Das Problem ist auch die Verzögerung. Ach so, ich kann auch den Ton von dem Tutorial ausmachen, Leute. Nein, nein, alles gut. Perfekt, passt gut. Das einzige, was ich machen könnte, ist seinen Stream-Muten. Nein, ich verstehe. Entschuldigung. Man hört uns ja im Endeffekt durch... Ja, ja. Man hört uns ja im Endeffekt. Man hört nur mich nicht bei Annie, aber... Ich sage eh fast nichts, also... Der sieht halt fast irgendwie so aus, wie so eine Keramik-Leiche. Mero, warum bist du denn so verwirrt? Ja, sei gar nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade das Richtige ist, was ich nutze. Ich hoffe es einfach mal. Oh, wie ist man der Trap? Ich geh mal davon aus, dass Zicke seine Freundin ist, ja? Wer ist Zicke? Nein, kleiner Engel ist da nicht so gut. Ja, ja, Fragezeichen, das weiß ich schon. Und ich dachte bloß, dass er seine kleine Engel jetzt gerade Zicke genannt hat. Meine Schwester hat voll die gleiche Farbe. Darf sie ihn dann abschminken? Ja, ja, wird auch gesagt. Das juckt an der Nase, ich glaub, der Finten hat den Haar verloren. Wie lang geht diese Tour? 5 Minuten? Wie lang? Einigen? 2 Stunden? Also ich hab der Stunde gebraucht, dass ich das nachgeschmied hab. Ja, er hat sich wirklich rasiert, Drews. Der hat sich nicht nur umgaziert, der hat sich auf die Arme rasiert. Die sind wahrscheinlich vielleicht die Beine. Nein, die Beine nicht. Ja, ich hab der Stunde gebraucht. Okay, so die Crew ist bereit für eine verrückte Reveal. Was genau hat die da jetzt gemacht? Und das genau wird mein Todesurteil sein. Echt jetzt das Auge? Du gehst den selben Gesicht aus. Das solls werden. Ich hoffe, du hast falsche Wimpern, wettest du gekauft. Der Gesichtspunkt ist noch besser. Also das solls werden. Ich hoffe, du hast falsche Wimpern, wettest du gekauft. Ich hab gar keine Wimpern gekauft. Ich hab hier, warte, warte, lass es mich suchen. Ja, du brauchst Highlighter, Wuppertusche. War das das hier? Ja! Highlighter oder so? Ja, du brauchst die Arme rasiert. Das sind hier ein paar Armhaare dahinten. Aber halt, nein, warte, den Highlighter, den soll ich erst im Nachhinein benutzen, weil wir das sonst hier oben alles im Endeffekt. So. Ähm. Okay, rollt die gerade so ein, quasi. Oh, hat der ihre Zunge so ne Delle? Ja, ich weiß nicht, die aus Gummi. Sorry, kleiner Engel. Syron, der ist selber schuld, der hat das angeboten. Wir haben ihn nicht dazu gebracht. Ich hab nen kleinen Spiegel gefunden. Was hast du gesagt, wenn du da die einen eingeflafen? Ähm. Mehr oder weniger. In den Kästchen hier ist einer drinne. So ganz, ganz klein. Ja. So, das ist die Arme. Ja. 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 Ach, das ist der Kette. Ich glaub, das war das Zeug. Moment. Kann den Streamer bitte noch jemand weiterempfehlen? Teilen oder so. Keine Ahnung. Hab ich schon. Kann mal ein Twitter-Bot machen wollen. Phantom-Bot. Twitter. Für Rocky-Picture-Horror-Show. Ja. Für Rocky-Picture-Horror-Show. Für Rocky-Picture-Horror-Show. Ja. Ja, Zickel. So sieht's aus. Alles so halbwegs vergessen. Du bist aber schnell hergekommen, Frosty. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Frosty. Er wird mit mir eigentlich Ghost Recon spielen. Ich hab jetzt gepostet, warum ich noch keine Zeit hab. Hallo, Frosty. Ja, sicher, sicher. So. Frosty. War das, war das eine Challenge? War das eine Herausforderung? Hallo, Yomi. Ja. War das? War das? Er kriegt das schneller hin, weil er ist lab. Mensch. Er macht RL, RP. Mensch. Er macht RL, RP. Was war das da? Er macht RL, RP. Live Action Roleplay. Genau. Und was tut er da gerade? Wir kriegen das schneller hin. Was tut der da dran? Wie der aussieht, was zur Hölle? Warte mal, die zeigt das Einzelne, was die macht. Ich hab keinen Silber da, also mach es komplett schwarz. Warte mal, die zeigt das Einzelne, was die macht. So, das ist, wenn wir uns bei uns in der Videobeschreibung haben, das ist, wenn wir uns bei uns in der Videobeschreibung haben. Es tut mir leid, aber das Auge sieht so furchtbar aus. Und das geht so gut, aber... Ja, das ist total hinterher, so eine Gesangspilche. Ich bin nicht so der Fan von diesem Anime... Vielleicht, weil du zu leise rüberkommst. Weil du über zwei Streams gerade kommst. Das ist doch egal. So, ich hab mich jetzt entschieden, dass es uninteressant ist, was die Frau labert. So, Link kopieren, für euch MTS. Ich hab mal noch was für euch. Die liebe Josie hat was gebaut. Max, du bist ja richtig hübsch und small. Es fehlt noch ein bisschen, Max. Das dauert noch, ne? Ich hab mich verklickt. Das wollte ich nicht. So. Na ja, alles gut. Das durfte man ruhig auch mal zeigen. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Das sieht gut aus. Scheiße aus. Darf ich das mal abheben? So, Anni, das haben wir alles schon mal schneller gesehen. Jetzt nen alten Mann nicht. Alter Mann. Halber Mann. Jetzt nicht hier. Jetzt nicht hier. Lass das. Ich hasse das. Ganz schönes heiß. Ich bin nicht heiß. Ihr kennt das ja alle hier. Rapante, Rapante. Der da gerade. Frosch. Rapante, Rapante heißt das. Rapante. Danke für den Retreat, DJ. Und Pugno und Karl Spoft. Ich hab mich grad selbst gehofft. Und da, Ranti. Ich will auch, aber ich muss jetzt mal warten. Hier, jetzt. Du kannst was. So. So. Also bei ihr sieht das irgendwie etwas besser aus. Na Moment. Ich hab hier reingeschrieben. Wir haben 3600 erreicht. Haben wir gar nicht. Wir haben ja erreicht. Ich erkennt. Wenn du so in die Kamera guckst, dann siehst du. Wie einer aus der Sesamstraße. Was hieß der nochmal? Robi? 3300, ne? 3400. 3240? Wie viele denn noch? Wie wir erreicht haben? 3400. Ja. Jetzt geht die dann nochmal mit dem bunteren Braun drüber. Mit dem bunteren Braun. Haben wir denn jetzt eine Gellung genutzt? Der sieht aus wie vor der Sesamstraße der Dracula. Ja. 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 1. 2. 2. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 17. 20. 23. 24. 25. 25. 28 48. 25. 25. Ach deswegen hast du die ganze Zeit so schön gesungen? Naja Weil du dich darüber so gefreut hast Ja Genau Nein, eigentlich hab ich gesungen, weil ich immer wieder ein bisschen unsozial sein musste und meine eigene kleine Welt verduften musste nach dem ganzen schönen Formatron hier So, jetzt hab ich ein Problem Ich hab weder Schwarz noch Silber Nimm Grün Hatte ich auch gerade im Kopf Nach Farben im Grün Du kriegst schon einen Tipp von deiner Freundin da drauf Nicht so viel Ja gut, man muss zu ihr sagen, sie hat ja quasi so einen Manga-Charakter nachgeschminkt oder selbst geschminkt Dass das so viel Schmink ist, ist klar Also das ist eigentlich viel zu schwer, finde ich Muss ja schwer sein Hätte doch gereicht Ähm, ne Ist das mega von deinem Freund? Ähm Einmal nicht Der Mark möchte seinen Bart loswerden Und der Trockmischer möchte seinen Kopf loswerden Äh, die Haare Müsstest du links oben sehen, Jo Und bei 3600 rasiert sich Am Mark den Bart ab Und bei 4000 sollten wir das noch erreichen Rasiert sich Drockmischer den Kopf ab Also die Haare Also die Haare Die Tochter Der arme Bart Macht sollte das Was, was, was zgin- , dazu Klatze Den ganzen Kopf her, schichtweise. Da bleibt der Bart wenigstens heilig laut. Ich weiß nicht, hat Dröckmicher momentan Bart? Vielleicht hat er ja schon das ganze. Aber was die Augen zucken, ne? Ich kann halt nicht nur ein Auge zuhalten. Ja gut. Ich glaube, der Gesichtsausdruck dabei sieht einfach nur legendär aus. Sexy. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was du als legendär definierst. Aber das Kleid steht ja schon, ey. Das Einfachste. Ich glaube, ich hätte die Schminke fast weggelassen. Einfach das Auge gekriegt. Das war zum Aufstehen. Ach so. Ich kann ja nachher wirklich eine Tasse Kakao machen, wenn du willst. Was? Hast du Milch gekauft sein? Ui! Bringt das! Ich dachte mir, wir machen morgen vielleicht einen Pfannkuchen oder sowas. Ja. Gut kommt. Gut kommt. Gut kommt. Gut kommt. Ja, und Pudding vom Augenblick. Morgen ist Mittwoch, ne? Und ist ja, Pussy auch morgen wieder da? ja bitte mit blaubeeren und auch wenn du pancakes sagst dann ist es das amerikanische wenn du pancakes durch die pfannkuchen sagt dann verprüge ich dich die pfannkuchen kuchen in der pfanne pfannkuchen pancakes und pfannkuchen sind zwei verschiedene sagen deutschen pfannkuchen sind halt so dünne kleine dinge ja das ist richtig also es ist eigentlich dasselbe nur halt nur noch aber die original dicken pancakes sind ja die deutschen essen die dinge halt lieber herzhaft ich mag die brauchen das ist das ist flüssiger eyeliner eben flüssiger eileiter ich habe nur die mit der bürste ja du müsstest ein stift haben ja den habe ich tatsächlich frosty würde dich pancakes mit blaubeeren und richtig schön arrensierup und bacon dazu beziehungsweise 40 scheiben bevorzugen als speck was ist lustig das ist zu viel zu viel süßkram für dich ja das ist amerikanisch tut mir leid die essen auch gut das habe ich noch nicht probiert aber die essen auch frittiertes hühnchen mit pancakes darauf muss ich verzichten ich krieg den stift die füße nicht mehr auf das puder gute nachdem kuder ich habe gesagt ich habe keine ahnung was ich hier mache naja jetzt weißt du warum die flüssigen denn das ist doch jetzt schon nicht beschwinken das ist doch im Prinzip schon wieder zeichnen oder du musst uns schminken das ist professionell schminken spiel im übrigen ja für das von wegen das ist viel zu schwer ich habe in der grobbefuglern gefragt soll ich ein einem die auf die projekte sonst normal nicht angeschrieben gut dass du mich nicht gefragt wirst aber es fällt schon unter die karte so wie maskenbild nix das ist anakin es gibt auch die laufen im alltag so rum nicht ja nur halt ohne dass sie die augen vergrößern aber der rest bleibt wie enakin gerade nur mit einem augen wie viel terapetit brauchst du um das alles abzudrücken was hat er mit seinen augenraum gemacht das ist ich weiß es nicht Schatz das sieht tatsächlich nur so komisch aus denn die augenbrauen sind normal aber der schwung unten drunter macht das irgendwie echt seltsam es ist so schön eh Annie trug mich auf dir fragt ob er mit dir ein Date bekommt das ist echt Kraftzahl ja dass ihr das gerade seeeer amüsant findet das ist mir fast klar ach komm das war dir schon vornherein klar das war der Sinn der Sache Keiner Irgendwann hat es abgeschrieben, dass es eine DRAG war. Und dass das Video morgen auf YouTube zwei Millionen Klick hat, müsste ja auch klar sein. Au? Nein, darfst du das Auge schwingen? Das ist kein Ani mehr. Doch. Doch, das sind Ani mehr Auge. Steht ja auch zur Zerfeuer drüber. Versuch's jetzt so gut wie möglich und werden dabei total verkacken. Nicht wieder ins Auge schmieren. Ich find das so geil, er ist noch nicht mal so weit und ich mach das Video weiter und alles schnell nachziehen, ey. Jeder wird Pause machen, ne? User, join your channel. Mhm. Hallo User. Hi. Hi Big. Hallo Mike. Hey Big Smoke. Hallo. 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 Ich muss einfach so zwischenquatschen. Abschreiben vom Thema. Irgendjemand hat ein Spiel falsch eingetragen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du das gewonnen hattest. Aber hattest du das BrittaLegend? Warte mal. BrittaLegend? Ich weiß grad nicht, weil dir hat jemand anstatt den Namen dahinter zu schreiben, das Spiel nochmal dahinter geschrieben. Ja. Ich hab jetzt kein Wort verstanden. Ich hab ja was verstanden. Ich hab ein Spiel gewonnen und... Bei einem... Ja, ich weiß jetzt grad nicht, ob du das warst, aber ich dachte... Äh, BrittaLegend, hattest du das gewonnen bei einem giveaway? Das letzte war Resident Evil, hat man nur geschrieben. Ja. Es war definitiv davor. Das BrittaLegend... Weiß nicht, wer es eingetragen hat, aber das giveaway dazu hatte ich gemacht. Dann war ich's nicht, tatsächlich. Ich weiß noch, das letzte Mal hat Papi in der Spielung Glück und Zweifel du hast, äh, dass er ein Spiel gewonnen hat. Hm. Äh, das davor ist, du bin ich überfragt. Hm. Ich guck mal nochmal nach. Ich kann mich so sicher, dass du das warst. Hier, was mit dem... Ich muss die die durchgucken. Okay, wo wir jetzt erwähnt haben. Das ist mir, also, keine Ahnung. Das glaub ich hab sogar ich für give away, wenn ich noch richtig bin. Okay, ähm, das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich noch größere Augenringe hat sowieso schon. Oh, wow. Ich seh's noch nicht. Oh mein Gott. Boah. 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 Also, so bekommt der Vampir auch seine Gestalt, ja. Oder was ist das? Batman. Lachsam wird's Batman da. Und dann wollte ich grad sagen, fass mich das jetzt schon nach Batman ist. Das ist ja geil. Das finde ich ja cool. Yay. Ähm, keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wollte ich doch schminken. Läuft schon. 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 Wenn ich das für den Augen sein lasse, dann kann ich nicht komplett aufhören. Du darfst jetzt erst mal passend zu deiner Schminke eine Perücke dann aussuchen. Ich glaube Toro hat gerade ein aktives Video gesehen. Vielen Dank für den Aus. Vielen Dank für den Aus. Nein, den Namen kann ich nicht aussprechen. Ich bin in der Hochskala reingekommen. An dieser Stelle möchte ich übrigens meiner Schwester und meiner Mutter dafür danken, dass sie die Schminke gesponsert haben, die ich ihnen gerade verrunze. Deutschrock, danke für den Host. Oh Gott, das hört gar nicht mehr auf. Ich glaube, da kommen jetzt noch einige Hosts rein. Ja, das ist die ganze Deutschrock-Arme, die da jetzt kommt. Für mich auch, ey. Ja. Sind sie ungefähr 50. Sie haben damals bei mir auch extrem geholt. Ja, bei mir auch. Ich glaube, das war meine zweite Woche mit Spring oder so. Aber man kam nicht alle nacheinander und musste überhaupt nichts machen. Die Follows waren auch extrem, ey. Das kamen bei mir. Ja. Aber die sind cool. Ja. Die waren letztens noch am Bund, haben Pause gemacht, haben den Zoom geschaut und waren ungefähr 10 Mann da. Und haben alle auf einen Monitor geschaut und haben das voll gefeiert damit. Ja. Ja. Ist echt cool, die Leute. Und die unterhalten wirklich viel mit dir. Oh, Deutschrock4Live ist auch wieder da. Willkommen zurück und danke für deinen Host. Der gehörte, glaube ich, nicht zu dagegen. Doch, doch. Doch. Alles war mehr. Ja. Wir hatten doch vorhin einen im Chat. Es war auch mit Rock, aber der war nicht von Steini. Ich glaube, der Chat ist hier eigentlich nicht. Von der Meldung kann das jetzt nicht. Ja, Twitch ist wieder kaputt wahrscheinlich. Vielen Dank für den Host. Ja. Vorm Stock Ben. Vorm Stock Ben. Danke für den Host. Ja. Und Big Smoke. Vielen Dank für den Host. Ja. 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 Ich bin neOLz, es soll mir gar nicht mehr anschauen. Ja, ich kann gar nicht mehr schlafen. Oh, Gott. Grinball 4LìELīichtig! Das cameraman, ciao noch. Da druck ich in A2 aus, das Bild von dem am Schluss. Das kommt aus dem Toaster. Da kommt dann an der Wand. Das nenne ich aber auch auftoo. Können wir nicht noch so ein Toaster von Ihnen verlosen? Ein Toaster? Als ob Smoke nachschlägt. Du hast die perfekte Stimme für... Ah, Schätzelein. German Rockstar, vielen Dank für dein Haus. Oh, Schätzelein, oh Scheiße. Du bist bescheuert. Da ist es, soll ich euch mal einen richtigen Haken zeigen? Nein, nein. Komm, ich zeig dir mal einen richtigen Haken. Dextrehen, danke für den Haus. Tardigan13, danke für den Haus. Zeigt uns der Welt. Zeigt Anykin der Welt. Am Ende schaut ganz Deutschland nie zu. Ich würd mal sagen, die Augen hab ich so voll verkackt. Ach nö, es sind doch fast genauso. Helden-Schwarzer-Tag. Vielen Dank für den Haus. Ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Augen. Och nein, du kannst das doch einfach. Und mach mal an einer Stelle weiter. Nein, nein, nein. Du machst die Augen. Nein, Augen. Ja, sie hat einfach Weigern weigert hier. Es ist nichts mit Weigern. Sieht doch gut aus bis jetzt. Er hat doch eben selbst gesagt, wenn er jetzt mehr den Auf und aufhört, könnte er komplett aufhören. Max, du musst dich aber nicht wundern, falls Olivia Jones mal dich bei dir meldet. Ich sag's mal so, wenn ich das mit dem Schminken anfange, dann zieh ich das auch voll durch. Sprich, ich werd noch Nagellack und Lippenstift verwenden. Ja, aber deine Augen sind noch nicht mal fertig. Ich krieg die nicht besser hin. Ich kann da machen, was ich will. Max, ne Frage. Hast du Strumpfhose oder rasierst du noch die Ball? Wollte grad sagen, kommen jetzt die Highlights? Das sind die Wiener nehmen, oder? Nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Haus und herzlich willkommen. Himmelsstummer, Ben. Danke für den Haus. Herzlos, Ben. Das hab ich schon gesagt, glaube ich. Das ist aber jetzt. Was wenn er schon mal gemacht hat. Ich schau bitte so spät als Video an. Christian. Richard, du bist spaßig. Gute Nacht. Gute Nacht. Aranita auch. Ich geh mal kurz auf. Ich bin gleich wieder da. Ja, Anakin. Die Fingernägel sind jetzt langweilig. Lass deine Augen weitermachen dürfen. Nicht mal. Oder Lippenstift. Oh ja. Lass mich wenigstens dir eine Hand machen. Der macht mit dem Pinsel auf den Lippen. Das ist doch so. Das wäre nicht so. Ich habe gerade den Wiener gefragt. Ehrlich? Nein, glaube ich nicht. Ja, ist klar. Das macht aber nicht zum ersten Mal. Marina Pogo Braut. Vielen Dank für deinen Hust. Das sieht aus, als wenn du es öfters machst. Ja. Ich finde euch auch seine Schwester gerne mal. Karl auch richtig gut. Marina Pogo Braut. Vielen Dank für deinen Hust. Was? Der Nageljagt nicht auf die Lippen. Ich glaube, das weiß er nicht gehen, Moni. Ja, das ist auf die Lippen. Wenn nicht, dann ist er selber schuld. Also, ich muss erschreckenderweise leider gestehen. Ähm, Nägel mache ich nicht zum ersten Mal. Ich weiß, das sehen wir. Guck mal, wie er den vier Finger aufheben kann. Raven ist ja gerade schädlich extra bekannt. Du sollst noch Punkte mit drauf machen. Du sollst noch Punkte mit drauf machen. Ja, den kleinen Finger, ey. Das zeigt sogar, das habe ich schon oft. Das hat er das gemacht, ey. Vor allem die Geschwindigkeit, ja? Ja, das hat nur noch warten jetzt an die Helflucht von der Deutschland-Armee. Leider kommen da keine Follos mehr da. Alles gut. Dankeschön für unseren ganzen Hust. Perfekt, perfekt. Selbst diese ganzen Husts sind ein Wahnsinns-Support, Marina. Also vielen, vielen Dank dafür. Und Grüße gehen raus an Micha. Ja, Frosty tut mir leid, ne? Dann hoffen wir auch mal, es hat sich jetzt gelohnt. Dass ihr die ganzen Follos da gelassen habt. Mit der Unterhaltung, die halt geboten wird. Ast rein. Dann kommen noch mehr. Das war noch nicht das Ende. Ich hab auch geschild. Da war doch mal Uwo hingebrustet. Gott bin ich froh, dass die ganzen Wursten voll rein kamen, als ich da tanzt hab, ey. Ach, aber dafür gibt's ein Highlight. Ich komm mal auf sofort hin. Ja, ich weiß, aber davon gibt's ja auch ein Highlight. Ja, das ist auch schon wieder 24 Stunden her, Schatz. Ja, ich weiß. Kannst das ja noch mal machen. Nein. Nein. Da kommt jetzt die KaterTV aus dem Haus da auch noch. Hallo, Papa. Danke für dein Haus. Hallo, Ponyo. Weißt du, was ich nicht manchmal echt hasse? Jetzt war doch alles klar, dass er's postet. Ponyo hat viel zu viel Spaß in diesen Momenten. Mir wurde heute Abend extra ein Schlaflief getrillert. Wusstet ihr das? Boah! Ja, ich hab das gehört, Papi, du hast heute Livemusik gehabt, ne? Das war nicht der Schlaflief für Ponyo. Ich hab auch Schipi Bescheid gegeben. Nein, ich glaub für Ponyo hab ich extra ein Schlaflief getrillert. Ja. Bei einer Engel, keine Sorge, dein Fächer wird nicht mit der Schlaflief oder dem Nagelack voll geschmiert. Aber ja, vorhin hat sie fast 3 Stunden lang quasi getrillert, was im Stream zu hören war. Ja, ich hab das sozusagen mitgekriegt. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ich trailer ja auch mal im Nightstream rum und daher war mir das relativ egal. Bei Sea of Steve hat sich das teilweise so angehört, wie hier Caridian of the Pirates hat einen Lieb. So, wie war das? Ich hatte noch ein Lippenstift angekündigt. Das hat sehr gut dazu gepasst, ja. Hast du jetzt schon beide Hände fertig? Nein, ich hab jetzt nur eine Hand gemacht. Ach so. Ja, trocknen lassen. Er hat halt Erfahrung, ne? Ja. Macht erst eine Hand und dann... Musst ihr ja erst trocknen. Genau. Hilfe! Bockwasser, Ruggysandking, Oipang, Cutter, Neurotox, Marina, Pogo-Braut, Krawall-Bruder und so weiter und so fort. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Haut. Ja, Marien hat schon angekündigt, dass erst die Hälfte da war. Ich denke aber, das geht noch ein bisschen weiter. Aber nicht lachen dabei, sonst gelapft das nicht. Mein Problem ist gerade eher das Piercing. Ja, dann lass raus. Ja, ich meine. Nimm's raus. Geht nicht, das ist ein komplett schlossener Ring. Ohne Pizza oder eine Zange kriegst du sie sich auch. Ja, dann hol die Zange. Ja, schmick außenrum, geht schon. Wohl Flex. Also, viel schlimmer kannst du das nicht mehr machen. Ich sag das bloß nicht. Oh Gott. Oh Gott. Du kannst ja noch ein bisschen Wusch auf die Wangen machen, ey. Ich bin echt gespannt, die Perücke fehlt halt noch. Schlöpfeilfohr hat gleich nicht so rein raus. Und so musst du dann eine halbe Stunde draußen spazieren gehen. Ist klar. Ja, Gott. Eine halbe Stunde? Der macht mir schlimmer. Er muss mindestens 24 Stunden damit streamen. Davon war nie die Rede. Boah, davon die Rede, dass wir danach weiter streamen. Im Normalfall. Das können wir ja leider nicht machen, weil ich auf dem DHS-Kanal leider nicht streamen darf. Tut mir leid. Der musste auf deinem Kanal weiter streamen. Bei mir auf der Fanpage habe ich das am Montag verpostet. Für Werbung. Und auf einmal, wenn ich draufklicke, die Seite ist nicht mehr offen. Okay. Vor allem ist es ein Wort. Eine können. Stunde Null hostet. Vielen Dank für dein Haus. Hehehehe. Ich sehe dich schon so breit grinsen vom Bildschirm sitzen, Raven. Ist okay. Aber er hatte trotzdem da weh. Unantastbar. Vielen Dank für dein Haus. Geht noch ein paar Hüter klatschen. Ja, viel Erfolg Frasti. Bis vielleicht nachher. Ich muss mal gucken, wie das jetzt dann weitergeht. Max, dann kannst du deinen Kanal ja umbenennen in Annika. Oh. Dann kann ich das Video nicht gucken, weil die Cousine heißt Annika. Wenn du um 14 Uhr streamen würdest, musst du schon um 10 Uhr anfangen, damit du fertig bist mit Schminken. Du hast es noch? Alles klar, Frasti. Unherzweckend. Dankeschön für den Pust. So, habt ihr jetzt eigentlich schon eine grobe Idee, wer dann auch mit dem Event so weitermachen möchte? Ach so? Ich dachte, Max, machen wir heute noch Jurassic World spielen. Nicht mal. Das werde ich heute Nacht nicht mehr anfangen, nein. Das kann ich das nächste Mal machen, wenn ich dann auf dem Kanal streamen und nicht vorhabe, irgendwie noch offline zugeben. Wollte Max nicht nach dir? Unherzweckend. Danke für den Host. Ach so. Also ich könnte? Dürfte. Also ich würde vielleicht jetzt dann noch ein bisschen, also ich weiß ja nicht, wie lange ihn jetzt noch braucht, wenn er bis um 4 Uhr braucht, ne? Weißt du was, zur Not springe ich ein, zieh mir ein Hemd rüber, lass laufen und lass das dann mach ich's dann. Ah, was machen wir jetzt im Laufen? Den Kaffee? Das war klar, das sind einfach meine Hilfeanbiete, dass sowas war, es kommt nicht, ich zieh's wieder zurück. Alles gut. Bis er fertig ist. Ach süß, das Kleidchen. Aber vielen Dank, Marc, für das Angebot. Äh, ich geh noch ein paar Hüter klatschen, viel Spaß. Er ist quasi im Lock. Ich bedanke mich nochmal für den ganzen Host, ich werde jetzt nicht jeden anderen einen Angebot angeboten. Ich sag nur, wir machen das schon so nötig. Jeder sagt mal hier einen Dornamen. Wir brauchen nicht jeden einzelnen Vorlesen, es stehen ja unten drin, wir bedanken uns einfach für alle im Voraus. Obwohl, den Namen möchte ich gerne hervorheben. Wir sind 1 trifft es für diesen Marathon, sag ich mal, sehr sehr gut. Oh ja. Ähm, kurze Zwischenfrage, Pugno, du hast Nachrichten von Grisur erhalten? Ja, hab ich, hab ich. Gut. Komm schon, zeig uns deine Regenbogenmütze. Ich glaub 5 FDP ist aber ne Band, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ja. 5 FDP ist ne Band, ja. Hat glaub ich nicht mit der FDP zu tun. Das wär auch seltsam. Das wär auch seltsam. Das wär auch seltsam. Ja. Ah, ja. Gut. Daher kenn ich's. Gut. Guck dir mal den. Guck dir mal den. Guck dir mal den. Knackarsch in dem Kleid an, ey. Guck dir mal den Knackarsch in dem Kleid an, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie sind die Norweger Socken? Wie sind die... Fast ja alles. Also, von 41 Viewen haben wir 50+. Los geht's. Oh, Schätzlein. Da kriegt gleich schnappe Atmung. Oh mein Gott. Und wir haben natürlich von Kaleb. Kaleb, eine wunderschönen guten Morgen oder Abend. Vielen Dank für deinen Follow. Kalibubiana, da hast du recht, Kalibubiana. Kalibubiana. Die Kalibubiana ist optimistisch. Einen schönen guten Abend, Deutschrock-Armee. Vielen, vielen Dank für die ganzen Haus- und eure Unterstützung. Und herzlich willkommen. Lass mir ein paar Haare ausmachen, ich lass meine aufwachsen. Alter, nee, wär uns schön mal willkommen. Anni, das ist dein Durchbruch. Spring Nummer 1, ey. Ja. Kalibubiana ist das nicht. Jau, entschuldigung. Das ist grad zu amüsant. Mein Kalibubiana. Annika, du hast deine Haare verloren. Ja. Ah, ja, der hat ja wohl schon. Ah, ja. Schau mal, die Augen weg. Ah, zu geil. Die Socke guckt drauf. Ganz ehrlich, vergiss die Augen, die Haare sind besser. Oh mein Gott. Ja, reißen alles aus. Oh ja. Die beliebt so ein Pringel auf dem Boden. Wenn ich's grad richtig seh, fängt sie grad an zu weinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, zu dieser Pirke passen die Augen. Welche Augen? Schrotbaker, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben einen Charity-Stream seit Freitagabend, äh, morgen am Laufen. Und Annika hat bei, ich glaub 3200 Euro und 3400 Euro gesagt, er schm... Bei 3000 im Frauen-Outfit inklusive Perücke. Genau. Und das erfüllt er gerade, weil wir haben tatsächlich über 3500 Euro erreicht. Was? Nein. Nein. 3400. 3400? Okay, 3400 war's. Entschuldigung. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch nicht aufgehört. Offiziell ist natürlich schon Ende. Ja, letzter Tag gewesen. Aber wir sind jetzt schon... Oh mein Gott. Wir machen jetzt die Wetten, dass damals wie über 10 Kacken greißt. Genau. Wir haben ja gerade schon mehrere Stunden verfügbar. Aber Max, die anderen Haare waren besser. Ja, genau. Die roten finde ich geiler. Ja, die roten waren besser. Immer noch mal die roten Haare. Trottbaker, herzlich willkommen. Diese Handbewegung, weißt du, die so... Die hat doch schon raus. Er sitzt bestimmt schon das ganze Wochenende da und übt das, ja. Er wartet schon die ganze Zeit, so seit Jahren auf diesen Moment ab. Mein Durchbruch. Das sind meine 5 Minuten. Der wartet seit Jahren darauf, hat aber an Schminken noch nicht gelernt, ne? Aber... Jetzt müssen wir seiner Freundin bald sagen. Die muss ihm das beibringen. Die hört uns. Die ist im Stream. Die ist bei Ihnen im Stream. Die hört uns? Ja, sie ist im Stream. Grüße gehen raus, kleiner Engel. Bitte hasse ihn jetzt nicht. Seine 5 Minuten braucht es nicht. Ja, nein. Kleiner Engel, bring ihm bitte das Schminken bei. Für nächstes Mal, also für November. Jetzt... Jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Das kauft ihm jeder ab. Oh Gott. So ihr Wüßen. Nicht mehr. Na, Anita? Na. Juni, darf ich dir unser neues WL-S mit Glied Anita vorstellen? Ja. Aniiiita. Warte, warte, warte. Warte, warte. 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 boleh. Oh Gott. tanto boca any ist grad Anni. Ani is grad so, ey. Mach grad so ne Restream. Ähm, Ani. ChilmaTV. Was? Wenn du so streamst... Ey, ChillmaTV. Wenn du so streamst, lass' ich dir nen Abo da. Nur wenn du so streamst! Alter, ich krieg zu viel, ich kann nicht mehr. Chill mal, den Stream werde ich hier gleich noch fortführen. Ich werde gleich noch in diesem Outfit in der Camp sitzen und ein wenig Wackeby spielen. Also, ja, ich bin nur gerade im Überlegen. Wartet mal, wir probieren mal eine andere Verrückte. Ich hab da noch ein bisschen was Schönes. Aber ganz ehrlich, Max, wenn ich dich nicht kennen würde, dass du nicht wärst, würde ich denken, du wärst nur ich eine Frau. Was? Das ist doch mal ein Kompliment. Na, ob das jetzt ein Kompliment ist? Aber ja, man könnte es dir abkaufen. Deutsche Front, Susi, herzlich willkommen. Vielen Dank auch für den Follow und deinen Host. Es ist schön, dass wir damit die Leute wenigstens nicht verschrecken. Guck mal, oh mein Gott, was ist das denn? Annys Zwilling, Zwilling-Schwester. Und jetzt tut er so, als wenn er sich mit nicht schminken kann, ne? Ja, aber du musst nicht ganz so sehr aufwählen. Die Fingernägel haben es verraten. Eine Frau gefangen im Männerkoffer, ey. Wen gehören die Perücken? Ich krieg die Tür nicht kaputt, ey. Aber warum? Ich könnte nicht gedreht werden, ja. Hast du so, die Hänken ist nach rechts geworden. Ja, jetzt hat man vielleicht noch guter mitgebracht. Ich hab dir das ganze Zeug am Wochenende bei meinen Eltern abgeholt. Hanniken, warum? Einfach um es lustiger zu machen. Nein, warum hast du halt nicht schon eher gemacht? Ja, ähm, was dazu hat er? Äh, Gate 13. Leider sind hier keine Links erlaubt. Wie bitte? Oh, wow. Ja, gut. Big Smoke, du hast Arbeit. Ja, ich seh das gleich. Bin dabei. Danke auch. Was das ist? Ach so, jetzt nicht. Ich hätte noch eine blau-roten Leider. Ja, ja, mach mal. Vielen, vielen Dank. Danke halt, die Mods fürs Empfehlen. Und Support. Äh, Support. Lutz, vielen Dank für deinen Loot. Wie auch immer. Loot? Für den Loot? Achso, danke für's dir. Aber fällt euch was auf, wie weit er sich jetzt mittlerweile schon bewegt? Das bewegt sich immer so, das ist uns wohl nie aufgefallen. Das liegt am Bart. Das kommt normalerweise hinterher, also machen wir so in seinem Schuh. So ein Wasserbeziehungsfeld, das hat sich auf. Ja, außerdem hat er am Bart, da fällt das nicht so auf. Oh Gott, das ist doch. Er hatte, stimmt, ja. Der kommt nie wieder. Wow. Wow. Ich weiß nicht, die lange Frisur hat mir besser gefallen, Annie. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich seh's noch nicht, ich seh's noch nicht. Ach Gott. Oh Gott. Es ist auf jeden Fall schön, dass du selbst sehr viel Spaß daran hast. Oh mein Gott. Die rote und die gelbe war am besten. Ja, fand ich auch, ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, du hast jetzt anscheinend sogar Frosty Sprachos gemacht und das ist ne Kunst, also herzlichen Glückwunsch. Also Frosty, Frosty, Frosty. Was hab ich gemacht? Also, ich hab mal angeschmacht, die rote, die komplett rote, die war am besten. Die hat ihm am besten gestanden. Ja, die erste. Also, Kali, Kali, wenn du mal wieder ein paar Tipps für Kali-Bubiana brauchst. Wie war das mit dem Weiblich-Laufen? Warte mal, du hast die Kollegin, die aussieht wie Anakin in Weiblich? Oh, 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 jetzt komm's raus hier, wo Annie arbeitet in Wirklichkeit. Wie er halt weggeht, what the heck? Ja, gut, Seidorn, ich würd mir jetzt echt Gewürgedank machen. Das wird mir jetzt einfach mal im Endeffekt. Kali, du machst ja doch Musikvideos. Wie wär's denn mit ihm als Hauptrolle als so? Und dein nächstes Musikvideos? Als Frostgirl. Das sollten wir als nächstes Subgirl reinsetzen. Mh, äh... Pass auf, die Ani-Anita und die Kali-Bubiana, die werden bestimmt mal ein Stream zusammen machen, oder? Ey, ganz ehrlich? Krieg ich die Kamera höher? Max, wenn du... Unser Annie-Stalk, ja, was? Wenn du jetzt die nächste Woche Soße sprichst, bin ich jeden jedes Mal dabei. Nicht zu weit vorbeugen, immer dran denken. Wie bitte? Ich sag nicht zu weit vorbeugen, immer dran denken. Okay. So, besser. Irgendwie machst du mir das grad an. Mir auch ein bisschen, ja. Okay, wir haben jetzt genug. Pack dir an, die Hürste-Farucke wieder auf und setz dich weg. Wolltest du dich wieder aufsetzen? Los, schütze mal. Ich will noch mal die Rote-Farucke. Mit dem Gelben. Also weißt du, die Komplett-Rote, oder diese Rot-Gelb-Orangene? Rot-Gelb-Orangene. Wisst ihr Leute, ich werde heute Nacht solche Albträume davon haben. Ich schmier dich. Das hoffe ich doch mal. Das hoffe ich doch. Und den nächsten Morgen kriegt sich heute Nacht nicht mehr ein, oder? Ich bin glaub, es war gerade vorbei. Aber wenn ich so vorbeugen, dann kriege ich keine Sorgen mehr um Feuchteträume. Aber wir sind schon vorbei jetzt, ja? Wir müssten heute diese Nacht irgendwie Horrorspiele spielen. Das ist nicht mehr so... Ich weiß, jetzt hätte ich eine Frau nicht. Dann nur loslegen. Ja, schätze mal. Ja, das ist doch schick. Du triffst eine Frau im Club und gehst dann mit ihr raus und siehst erst im Licht, dass sie rot-gelbe Haare hat, ne? Und bin sogar sofort an das hier erinnert heute Abend. Herzlich willkommen bei Anyline. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wie heißt das? Flashback. Ja, so ein Flashback mit so da... Blast und Stuhl. Vielen, vielen Dank für den Loot. Ich konnte die Leiden nicht so schnell lesen. Maxima, du machst, sonst weiß ich. Ist auch von random, oder? Ja. Ja. Natürlich kommen wir auch raus. Oh, Hilfe. Naja, du hättest der Augenschminken einfach komplett weglassen sollen. Die Brille ist gut. Ja. Komm mit dem Raid rein. Also, vielen Dank für den Raid. Also wunderschönen guten Abend zusammen. Darf ich euch vorstellen? Anakin als Frau. Anita. Vielen Dank für den Raid. Bevor ihr euch gewundert, was hier abgeht. Herzlich willkommen bei den... bei Anita. Genau. Maxima. Maxima hat heute ihren Einstand im DAS Twitch Team. Und ja, sie stellt sich gerade offiziell der Welt und dem Team vor. Ist noch Single, sucht ihr Freund. Ah, zu geil. Ah, sorry Pony, ich bin leider lesbisch. Ich hab schon eine Freundin. Boah. Platz für den Schatten ist immer. Ich geh mal früh zum Psychologen, ne? Mach halt mal, die Stimme passt ja gar nicht. Also Pony, sorry, aber... Ich hab schon eine Freundin. Dann schätzen Sie mal. Das wird nix. Sie haben sich für immer in unseren Kopf reingebrannt. Das nächste Mal, wenn Anakin dann wieder nen Bart hat und dann streamt, dann erkennt ihn keiner mehr. Ja. Ich glaube auch. Ich würd sagen, wir sind durch, oder? Ich würd auch fast sagen, also ich hab jetzt noch ein bisschen Rocketbeats rein. Alles klar, Asa. Ein Ding vermotten. Ey, ja. Vielen Dank nochmal für deinen Raid. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Sammeln noch ein bisschen für die Kiddies. Guck uns die Leute ruhig rüber. Hallo Max. Mach ich sobald ich fertig bin? Dass das Lustige ist, musst du mir vorstellen, jetzt kommen die Neuen, die sind im Team, sehen das und dann sagen so, ach was, das war eine Frau, äh Mann? Ich dachte, das wäre eine Frau gewesen. Ja, wahrscheinlich. Na gut. Ich dich auch, kleiner Engel. Hey, musst du dir mal vorstellen, Max, musst du dir mal vorstellen, denn jetzt kommt einer rein, sieht das, nächstes Mal streamt, ohne Saster und dann fragt er dich, wo bleibt denn deine Schwester? Nein, ich weiß, wenn der kleine Engel mal nach Hause, äh, endlich mal wieder aus dem Urlaub zurückkommt, was schreit. Nein. Räumst du nicht. 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 Ja. Sie übernehmen dann die Männerrolle, ja? Ja. Nein, definitiv nicht. Da habe ich immer Glück gehabt, dass ich wach geworden bin, oder? Ja. Also deine Kommentare dazwischendrin, die werden das Beste, die meisten Videoausschnitt brennen. Ja. Ja. Ich werde übrigens das Wort zu lang, ich werde nicht alles da rausschneiden, sondern halt die geilen Momente. Ja, klar. Aber gut, dann, Annie, ich wünsche dir viel Spaß beim Rocket League Spielen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke mal, die Aufgabe ist vollster Zufriedenheit erledigt, auch wenn es echt scheiße aussieht. Aber ich schalte das auch wieder um. Aufgabe erfüllt, würde ich sagen. Ja. Wir ziehen nur die Autogrammplatten. Jetzt haben wir gern gesehen, wie das eigentlich hätte aussehen sollen. Das hatten wir doch oben. Das hatten wir doch. Ja, anders hatten wir. Ich habe ja nur gesehen, wie das mitten drin war, aber nicht das Endergebnis. Warte, warte. Ich mache hier ein Screenshot drauf und wie das Endergebnis aussehen sollte. Anakin, du hast noch ein Screenshot von Anfang gemacht. Mach jetzt noch ein Screenshot vom Ergebnis und pack da noch das Bild vom eigentlichen Ergebnis dazu. Challenge accepted. Äh, ja, ich werde ein Foto noch machen in Machi. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich ins Badezimmer und mache mir ein Foto davon. Oh, ein Selfie? Yeah. Wäre das jetzt professionell geschminkt gewesen, ne? Das hätte keiner gemacht. Also das wäre der Hammer gewesen. Aber das kann ja Max noch mal wiederholen, wenn der kleine Engel da ist. Dann kann sie ihn schminken. Hui. Ah, passt auf, wenn wir die 4.000 knacken, dann lasse ich mich vom kleinen Engel noch mal nach dem selben Tutorial schminken. Und dann kriegt er vier Bilder. Einmal Annie, wie er sich selbst geschminkt hat, Annie, wie er vorher aussah, die Zetter aussehen soll und wie ein kleiner Engel das geschafft hat. Ich kann bloß meinen, dass es der erste Engel, die Zetter aussehen soll. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Ist das jetzt ein Call? Ja. Okay, ihr habt es gehört. Wenn wir die 4.000 Tonner knacken, lässt er sich noch mal schick schminken. Ja. Okay. Spaß dran. Das war ein Call. Alles klar. Das war eiskalt ein Call. Der macht das jetzt jeden Tag. Lass mal das Wochenende kommen. Brüderchen, vielen lieben Dank, dass du mich im Tischchen retten willst. Aber ganz ehrlich, ich will nach dem Bildern nicht mehr gerettet werden. Lass das mal Artcore wissen. Ne Artcore hat die jetzt mal schon genug gelassen. Ich sag euch, dass jetzt... Ich würde zweimal Glatze rasieren. Ähm, Punio rasiert sich den Bart ab bei 4K. Drogmichael lässt sich eine Glatze rasieren. Nein, 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 nein. Du stimmt nicht mehr. Du stimmt nicht mehr. Ähm, Anseiner lässt sich ein Bart ab. Genau. Bei 3.6. Drogmichael macht sich eine Glatze. Und Anakin lässt sich noch mal schminken vor seiner Freundin. Habt ihr das richtig verstanden? Und der Reifen hat gesagt, der macht sich auch eine Spiegelglatze. Noch hat er Stoppelfrisur. Aber dann lass das mal. Okay. Aber Random Gaming, dass du mich unbedingt verlösen willst nach dem Ganzen, statt mich zu quälen, das dann hat mich jetzt... Ja, eigentlich muss ich auch nur Chili sein. Garstig. Also ich habe gehört, ab 5.000 Euro schmint sich Random Gaming komplett. Macht das gleiche Prinzip wie Anakin. Nein, nennt sich dann Bodypainting. Achso, ja genau. Bodypainting. Hä, was, wo? Ich hab gehört, Random Gaming macht ab 5.000 Euro Bodypainting. Kann doch nicht ein Scream machen. Werden gesperrt. Ja. So. Ja, kleiner Engel, du darfst mir dann auch die Augenbrauen zupfen, wenn es sein muss. Oh, das tut weh, sei sie jetzt schon. Pass auf, wenn es unten ans Auge geht. Ich hoffe, ich nicht mehr in der Werft. Ah, blablabla. Oh Brüderchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen wollte. Das ist so irgendwie... Du warst bei deiner Sauerstoffproduktion und Eisen und so. Ja, meine Sauerstoffproduktion hier oben funktioniert. Du kannst es kaum mit Zügel hinprobieren jetzt. Dann warst du bei deinem Schmutzwasser. Stimmt, ich wollte das ein sauberes Wasser machen, ne? Äh, Max? Ja? Wenn du das für livestreamen machst mit Augenbrauen zupfen, ne? Augenbrauen zupfen. Kannst du deinen Stream so benetzen, äh, wenn denn hier, ähm, wie jetzt gerade im Kopf, ähm, und dann ist das... Folterkammer. Ja, das Problem ist, du kannst das... Bonio? Ja. Das Problem ist, du kannst das... Ich hab das falsch rumgedreht, da. Das ist der Ausgang. Ja, nächst. So, jetzt. Äh, das Problem ist, du kannst das Wasser nicht einfach nur filtern, ne? Es ist zwar sauberes Wasser, aber immer noch verkeimt. Ja. Du musst das dann erhitzen und wieder runterfühlen, damit die Keime sterben. Du kannst dann anfangen mit Keim-Sensoren im Rohr, damit das in den extra Bereich gefiltert wird, solange die Keime drin sind, und wenn keine drin sind, wird es mit sauberem Wasser gefiltert. Oh. Ähm, Punio? Ja? Ähm, kleiner Engel meinte, sie will das gar nicht mit dem, dass es nicht schwingt, von daher, ähm, wird daraus leider nichts. Ach so. Ja, aber wieso fragt sie denn, ob sie auch die Augenbrauen zupfen darf? Äh, sie meinte, wenn, dann zuckt sie aber auch die Augenbrauen, sonst macht sie's gar nicht. Daraufhin meinte ich ja, oh. Ja, wenn's sein muss, dann mach es halt. Daraufhin meinte sie jetzt, ich will das ja eigentlich gar nicht. Gibt's nicht, sie hat sie jetzt gesagt, sie macht's, jetzt muss sie sein. Ich glaub, sie hat eher damit gerechnet, dass ich sage, okay, nein, irgendwo gibt's nicht. Na, wenn schon, denn schon. Hm, viel macht's. Jo, dann halt nicht. Boah, gibt's halt auch Spaßbremsen. Meine Schwester ist ja eventuell auch noch im Schiff, vielleicht sagt sie ja, sie macht das. Wenn jetzt, ich komm auch zu dir, ich zuck dir, die haben auch gar kein Thema. Genau, never call is call. Ich flambierte die auch gerne. Sie dachte ernsthaft, ich kneife und ein wunderschönes Name, Cat vs. Cat. Herzlich willkommen. Willkommen zurück, ja. Ja. Ich weiß nicht. Oder wenn ich ein bisschen still bin jetzt, ich werd mal ein paar Highlights schneiden. Hat noch jemand die Vorfreude bei Kuni und die Stimme gehört? Ich weiß nicht, was du meinst. Achso, kann das sein, dass das Spiel nicht aktualisiert ist? Ja. Wollt ich ihn machen? Ja, bitte. Ich würde trotzdem irgendwie ein bisschen ausrufen, dass vielleicht demnächst jemand übernimmt. Ja. Ich mach da vielleicht noch sowas. Wer ist? Random. Mass Effect 3. Ja. Hast du getestet, ob das Stream bei dir funktioniert? Nicht, dass du das gleiche Problem wie Annie hast? Ich hab den Key jetzt schon eingetragen und bekommst. Ich kenne den Raum, ob du getestet hast, ob das Spiel läuft und ruckeln ohne alles. Mass Effect 3 ist von 2000... Nein, das geht mir eher darum, dass du nicht das Problem wie Annie hast und gar nicht erst auf den Kanal kommst. Dann müsstest du diesen Test-Stream quasi machen. Ja, das ist ja kein Thema, das kann ich mehr machen. Ja. Weil wir wollen das hier schon weiterlaufen lassen, ne? Das ist ne gute Idee. Okay, von nur die 4000 Euro mit dem, dass ich mich nochmal schließen lasse, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, ist gecallt. Meine Schwester sagt, sie macht's. Okay. Ja dann. Alter. Oh Gott. Ich bin aber dafür, weil Anakin so eine gute Leistung gemacht hat, dann machen wir nochmal einen Giveaway, oder? Klar, hau raus. Okay. Dann würde ich sagen nochmal drei Keys. Ja. Billways, Ticketrapple, 100 Euro. Und was denkt deine Engel? Habe ich irgendwas von dir überlesen? Wenn ja, dann vielleicht. Ja. Ähm. Open. So, das funktioniert. Dann habe ich das erste richtige Klo in dem Haus, oh mein Gott. 15.000 kann ich 15 Tickets kaufen, ne? Ah, ein Ticket kostet 500 Euro. Ich weiß nicht. Danke dir, Jake. Ah, ich habe keine Brille mehr auf. Du kannst es nicht sehen. Oder war dein Hachi kleiner Engel voll jetzt von wegen, oh nein, er macht's ja wirklich. Du hast ein S, du magst auch ein S vergessen. Nein, geht doch mit Tickets. Nein, nein, geht doch mit Tickets. Ja? Er prüft vorher nochmal, aber es geht doch mit Tickets. Mach mal aus den Tickets ohne, ohne Zahl dahinter. Nein, er hat die Punkte abgezogen, hat ohne Bewerb. Ja. Ich meine nicht, dass ihr doppelt kauft und dann, ne? Ja, mach mal, das fließt nicht. Hat doch keine Punkte mehr. Achso, ja. Ich glaube, ich habe das Zeug falsch angeschlossen, kann das sein? Ähm, wo willst du denn hin? Weiß, weiß muss auf grün und so, ne? Du hast bei diesen Brücken, hast du einen Pfeil in welche Richtung das fließt? Vielleicht hast du die sogar drum. Ja, also ich muss die alle umdrehen. Und weiß ist rein, grün ist raus, ja. Ja, äh, keine Ahnung, wie ich den Namen aussprechen soll, aber auch bei vielen ganz schnell follow. Ah, die eine Brücke hast du begonnen, der Rest nicht passt. Ja, aber ansonsten, die anderen müssten passen eigentlich. Die kann man leider noch nicht drehen, das finde ich ein bisschen doof gemacht. Muss dann abreißen und dann bleiben. Ja, ja. Aber der Rest müsste passen, mal gucken. Es ist halt jetzt nicht hübsch, was ich baue. Ja, passt. Es ist nicht hübsch, was ich baue, aber es erfüllt seinen Sinn. Es muss nicht hübsch sein, es muss funktionieren in dem Fall. Und es funktioniert. Ich glaube, dass dieser Test geht, wenn alles schon raus ist. Klar geht der Test. Es ist ja ganz einfach. Nein, sollte Amino gehen und alle noch zu sagen, dass er stillheizt ist. Achso. Ja. Ja. Weil er in der Icke steht, wenn du diesen... Das war mir so glatzig, gell? Ja. Es hat ja nichts mit dem Kanal zu tun. Du solltest ja auf dem Test-Server streamen. Wir haben da einen extra Server für. Ja. Ja. Ja, den hab ich eingegeben. Aber dann krieg ich immer die... Ach, schon. Mecker. Wer darf. Äh, 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 Josi, das ist einfach nur... Ich bin total verheult. Und deswegen sieht es mir so scheiße aus. Äh. Das sah... Das sah... Das sah... Das sah vorher richtig gut aus. Nein, da bin ich nicht drauf. Aber da äh... Da stehe ich bei OBS vielleicht wieder die gleiche Ära-Meldung. Konntest du nicht auf den angenehmen Kanal oder Stream-Pay zugreifen? Bitte überprüfen die die eingegebene Stream-Pay. Wenn der richtig ist, kann es ein Problem bei verbinden und mit den Terror-Pay gegeben haben. Und das ist ein Grasel, was in mir auch hat? Ja. Ja. Genau deswegen hab ich gefragt. Und was war das denn? Was für ein Problem war das jetzt mit wie? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Er hat auch einen neuen Key bekommen und alles. Es geht einfach nicht. Er kann nichts finden. Deswegen haben wir ja das jetzt über die Methode gemacht, dass er quasi auf seinen Kanal gestrebt hat und ich das einfach mit ge-broadcastet habe im Prinzip. Das ist der einzige Grund. Sind vielleicht die Kanäle begrenzt sich eintragen können? Wenn du bei so einem zufügst Kanal, dann findest du das doch. Sorry Josie. Warnung aiming at Hotmail. Ja, das ist der richtige. Sonst wer sind die anderen von. Interessant aber, dass das wieder ein Hotmail-Account ist. Das ist wieder ein Hotmail-Account. Ich glaub, das liegt da dran. Wann soll ich auch sein? Weil alle anderen funktionieren, ne? Ja, warte. Dann geb ich dir meine, äh, äh, von Google. Ja, die muss die mit der Twitch-E-Mail sein. Ja, die muss die mit der Twitch-E-Mail sein. Richtig. Du kleiner Engel. Äh, als Appelate ist das ein Problem. Weil er musste den kompletten Appelate-Anhalt nochmal machen. Ja. Sonst könntest du sowas wie Steuerhinterziehung machen und da verstehen die keinen Spaß. Schattenwölf hier. Vielen Dank für deinen Rage. Ja, herzlich willkommen. Gute Dank Schattenwölf hier. Da kommst du leider ein bisschen zu spät gerade. Ach, pff. Zu spät. Gibt Videos, gibt Highlights. Sobald, sobald ich auf Stream stoppen drück, lädt es das eh hoch, also. Das ist jetzt schon hochgeladen. Bis jetzt schon. Ja, ja. Servus. Ich kann das live schon bearbeiten. Okay. Aber ich habe festgestellt, das Video so lange macht das Ganze in Ruhe. Ja, sicher, sicher. Muss ja auch noch alle exportieren. Das gibt noch eine schöne Woche. Alles okay? Guck mal. Ich meine, ähm, Schattenwolf, Schattenwölfchen, ich fand das ja gestern schon total interessant, als ich nur mal den kleinen Vorgeschmack schon mal rausgehauen habe. Und es sind 10 User in dem Raffle mit drin. Ja, sehr cool. Gut, jetzt muss ich nur auf Wasser mit meinem Kaugummi. Ich buddle ich mich mal am besten an. Ich versau. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt bald noch ein bisschen mehr Wasser brauche. Dann buddle ich mich hier runter. Dann buddle ich mich hier runter. Aber kleiner Engel, warum ist denn so ein trauriger Smiley, wenn mir rot was oben steht? Sag mal eins, komm jetzt nicht auf die Idee, ähm, Annie, jetzt lässt sich die Haare rot wärmen. Das wirst du nicht erleben. Nein, nur rot wird es aber nicht. Pink. Hauch. Ich höre mich hier auf kurz. Sag mal, erstellt der jetzt hier oben Sauerstoff? Bei dem Wasserstoffgenerator drin? Nein, nein, das ist noch der Rest, der da drin war. Der sammelt sich durch die Treppe und sammelt sich jetzt halt oben. Ach, der wird durch Chlor und das ganze andere Zeug hochgepresst, ne? Ja, genau. Ach so, weil es seltsam ist, okay. Hast du denn die Pumpe schon an dem Wasser? Ja, so, okay. Das ist alles angeschlossen, es läuft auch. Na, wie du siehst, du produzierst mehr als genug Überschuss. Nein, du könntest da noch mehr Wasser drin hinpacken. Ja, definitiv. Ähm. Werde ich wahrscheinlich demnächst auch tun, einfach hier vielleicht noch was mit rein, aber... Wenn du das dann für die Basis nutzen willst, brauchst du die Transformatoren. Nicht, dass die Leitung mitbrüttelt. Starkstromkabel an die Transformatoren und die Transformatoren wiederum teilst du dir in der Basis auf. Die habe ich ja noch nicht mal. Die produzieren dann auch wieder Hitze. Das war mir fast klar. Aber, aus diesem Versuch werde ich auf jeden Fall lernen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, was ich jetzt hier erreicht habe. Guck mal, guck mal auf deine Temperaturen. Die müssten eigentlich noch, äh... Guck mal, Temperatur bei F3. Äh, hier oben ist jetzt Hitze. Leichte. Aber es geht, also meine Temperatur ist tatsächlich noch relativ... Ich sehe es noch nicht. Moment. Oh ja, es geht schon in den roten Bereich, wir sind bei... Fast 30 Grad schon. Ja. Ja, für deine Pflanzen schon mal Gift. Wenn du es jetzt runterkrabbelt hast, hast du in der Basis auch deine 30 Grad. Da oben mal erreichst du bis zu 50, 60 Grad. Und das ist schon zu warm für die Duplikanz. Und fühlen dich sich unwohl. Du solltest jetzt definitiv mal nach einem, ähm... Effekt. Nach so einem... Eisbiom Ausschau halten. Ähm... Ero, das ist gut gemeint. Aber ich werde jetzt eh nicht mehr lange machen. Also ich warte, also nach dem gelb noch eine Runde und dann mischte ich doch ganz gerne durch die Dusche. Noch ein Stück. Heute ist gerade aktuell ein bisschen... Entschuldigung, Anakin. Alles okay. Alles okay. Hi. Weil... Und... Stark die Vermutung habe, dass es eine ganze Weile dauert, das ganze Zeit runterzukriegen wieder. Ich hoffe nur, meine Schwester war nicht so hinterhältig und hat eine wasserfeste Schminke mitbegeben. Wobei, der Großteil ist eh nur irgendwelches Cooler und ähm... Drehbredöd. Ui. So. Jetzt dauert noch mal eine Frage von mir. Von Noten ist der Butter. Butter? Wofür? Ja. Zum Abschminken. So, ja, ja. Wenn das jetzt nicht mit Random geht, hat jemand anderes Interesse daran, weiter zu streamen. Ich meine, ich kann schon noch ein bisschen machen, aber... Also so gegen um 6, um 7 rum kommen, kommt die Guardians. Mh. Bis dahin müssen wir doch irgendwie durchziehen. Rick, hast du Bock? Du bist gerade aufgestanden. Anakin, hast du Bock? Kann doch nicht. Also stimmt, ja. Geht ja gar nicht. Sonst hätte ich das ganze mit ihm schminken. Wacht auf. Wer ist Kanal? Woli will bestimmt auch ins Bettchen. Na. Ich guck mal Google. Wir müssen nicht, ne. Aber wenn du willst. Also jetzt ist so, wer Bock hat. Ich weiß nicht was. Wir machen die Tabelle mal. Ziehen die ein bisschen rüber und wer Bock hat, legt sich ein. Wir ziehen das jetzt halt mal länger. Ja, dann gibst du mir dann nochmal einen Link bitte. Oder nimmst du die Idee von dem Dokument, das wir jetzt die ganze Zeit hatten. Naja, nimmst du selber. Geil. Ich mag ihn nicht von so sparen. Also. Was würde es eigentlich jetzt als alternative Methode geben, eine Waste zu kühlen? Bockmeis. Ja. Es ist... Schnee-Biom ja. Oder Eis-Biom. Aber... Es ist die einzige Möglichkeit. Einzige Möglichkeit? Es gibt wirklich gar nichts anderes? Du kannst dir da noch so einen Luftkühler hinstellen. Aber dann steht dein Duplicant und wedelt wie's Blöde die ganze Zeit. Das bringt dir null. Interessant. Ich hätte gedacht, es gibt vielleicht noch eine andere Methode. Ne. Du brauchst wirklich die, äh... Täuschwort. Die brauchst du, um dir kalte Bereiche zu machen. Und von da pumpe ich dann die kalte... Wirst du dann erst noch bis in zwei machen, oder wie lange? Es kommt darauf an, ob sich jetzt jemand findet. Also... Vielleicht packen wir jetzt gerade von zwei bis vier Gadios da als ein. Ähm... Hier... Junio, wie heißt das, wenn du was einlegst im Schicken? Wie nennt sich das? Einlegst zu schicken? Ja, wenn du die Keys rausschickst im Stream. Eine... Streamkey? Eine PN? Ein Streamkey? Ja... Per E-Mail. Ja, per E-Mail. Die nennt man so. Ja, ist immer noch eine Streamkey. Also... Einladung. Keine Ahnung. Ähm... Ich möchte das Ding nicht mal zu machen. Ich glaube, es kommt eh kein... Ich gebe welche Katze gerne Klosen mehr. Äh... Du musst du raus, was kommt, oder muss ich mein Rädchen aufmachen? Du darfst dein Rädchen aufmachen. Dann läuft es noch ein Stück. Ich kann dir aber gerne helfen, ich kann dir gerne eintragen. Ja, ich muss ja auswählen. Und darum muss ich erstmal die ganzen Keys zählen, die gerade noch da sind und... Ähm... Warte, da kann ich... Dabei kann ich helfen. Kiki? Ja, bitte. Warte eigentlich nur daraus, weil ich mich auch eingefragen habe, damit ich hier ins Bett kam. Ja, dann mach doch. Nein! Dann kannst du trotzdem ins Bett gehen. Ach, du meinst, wie das... für das... für das... für das... Ich dachte, du meintest, was die denn jetzt ist. Ja, äh... So, es sind 19 Kiefen noch, ja? Glaub ich, wenn ich da nicht... Ja, ich hab das jetzt auch gerade mal so als 19 identifiziert. Das kann sein, dass... Nee, ich hab glaube ich keins vergessen rauszunehmen. Traurfall... rä'n... Rätschen... 12... Haltchen... ... 8... ... ... ... ... ... ... ... Kunio lest mal Chat! Kunio lest mal Chat! Kunio lest Chat! Mark! Wie geht's mit Mark? das sagt man ja auch so das gilt jetzt eher für die die schönen film die haben so viel aufwand damit einrichten und da hätte es dann im einen montag da sein also das hat von ihr gerade schon gesagt aber das wird nicht funktionieren ja ja wie gesagt wird also also ich mag den namen nicht der nächste schalter auspressen So ihr Lieben, äh, achso, von uns ist noch nicht fertig. Um, 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 um. Was soll ich jetzt? Ah ja, danke fürs Angebot, aber wie gesagt, es gilt für die, die gerade schon den Stream Key haben, jetzt müssen wir das alles mit ihr zu besprechen, mit den Regeln, mit dem Overlay einrichten, etc. Nee, wollen wir nicht. Beim nächsten Mal. Ich darf nur beim nächsten Mal mitmelden. New World. Wir haben irgendwo im Frühstück 13. Restoration. So, ähm, ich mache jetzt hier gerade noch meine letzte Runde die Work-Advent und dann schicke ich euch allesamt wieder rüber zum offiziellen WHS-Kanal mit dem Charity-Screen. Ja, keine Ahnung, der ist schon regulatiert, jeder weiß, wer es ist. Ähm, hohe ich dann auch wieder. Damit ihr auch ja keiner vorhalten kann, weil ja, ja, du hast ja so denn gar nicht weitergescreamt. Was passiert ihr denn dann jetzt vielleicht eigentlich? Ich weiss es nicht. Mal nachgucken hier. Ich meine, du kannst es auch noch ganz in Ruhe machen, ich kann auch gerne bis um halb drei machen oder so, das stört mich überhaupt nicht. Mir geht es bloß darum, ich möchte eigentlich nicht bis heute Morgen um sieben Uhr jetzt streamen, weil... Ja, du musst ja dann auch noch raus. Genau. Wie gesagt, das ist alles freiwillig. Also bis zu... Die Gradius sollten wir es jetzt schon noch schaffen, weil wir haben es ja versprochen. Ja klar, deswegen ja. Er hat sich jetzt extra heute frei nehmen lassen, er hat sein Chef überredet, es heute frei zu bekommen. Extra dafür, dass er es auch nochmal auf dem Channel kann. Ähm... Ansonsten, was danach ist, er sich einträgt und trägt sich ein, wenn nach die Gradius halt keiner mehr kommt, bis er nachher ist. Ähm, Josi, das ist jetzt sowieso hier nur ähm... so ein kleiner Stream gewesen, von dem Annie schminkt sich und löst seinen Wetteinsatz ein. Und ja, früher waren es 16 Stunden Streams, das wird es in dieser Form auch nicht mehr geben. Da fehlt denn doch momentan so ein bisschen Zeit, dadurch, dass meine Freundin halt auf den nächsten Urlaub wiederkommt und dann der Einzug mal vorsteht. Es gibt noch private Probleme mit der Familie und alles und... von daher hoffe ich, dass du da einfach mal ein bisschen Verständnis für hast. Nein. Niemals. Überhaupt nicht. Verständnis, was ist das? Nope. 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 Josi, denn ähm... Wenn du da absolut kein Verständnis für hast und dann jetzt der Meinung bist ja trotzdem, ähm, ganz ehrlich, dann ähm, bleibt mir nur übrig zu sagen, ähm, dass es mir leid tut und im Endeffekt dann auch egal ist. Also wir spielen gleich da, wie wir lieb. Ohhhh. Wenn jemand mitspielen will, der Multiplayer ist jetzt ja offiziell draußen. Oh nein, geh offline. Gib mir noch 10 Minuten. Nein, mach. Ich will auf Octi-Chin gucken. Ich weiß immer alles von mir, ne? Kunio, wenn wir dann an... Können wir auch spielen, aber ich hab sie leider nicht. Ich sag's mal so. Wenn wir mit dem regelmäßigen Kanal-Streaming anfangen, wird Octi-Chin Not Included einer meiner mehr gespielten Spiele sein. Da kannst du dann gerne immer mit anwesend sein, mir Tipps geben und mich auslachen für Noob-Aktivitäten, die ich da von mir geb. Also eigentlich immer. Ja, genau. Es tut mir leid, dass ich so doof bin. Okay, genug davon. Ja, aber guck sie so komisch lassen. Hm? Du, kleiner Engel, das musst du jetzt nicht extra zurückgeben, dass du von hier nur Mimimi hörst. Ähm, ich bin von Josi nichts anderes gewohnt. Ich muss schon sagen, die Mischung aus Gas, die ich hier unten drin hab, die sieht halt echt grün aus. Man muss ja jetzt mein Overlay noch wieder nach oben schieben. Zerlegen. Zerlegen. Die nochmal kurz zerlegen, bitte. Dann mach mal hier die Leiter hin. Und... Ja, hier ein Algen-Terrarium. So. Aber ich muss nur sagen, das bisschen Wasserstoff-Ding, was ich da oben mach, reicht vollkommen aus, meine komplette Base entscheidend mit Oxygen zu versorgen. Mhm. Wie gesagt, das reicht dicke. Für den Anfang. Meine Lieben, ich faziele mich jetzt aber, ich geh ins Bett, ich geh jetzt nur von kurz hoch und dann bin ich wirklich schön. Jo. Ich bin mit dem Anfang. 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 Jetzt bis später. User left to our channel. Doch mein Herzlichen Glückwunsch hatte gewidert. Okay, kenn dich nicht. Der Akku habe ich nicht. Okay. Sehr gut. So. Wir möchten doch bitte noch, bevor ich jetzt das beende... So. Mal mit der Ruhe. Oh, meinst du auch nicht da kriegen? Ich möchte doch bitte doch, dass das Klo da hinten funktioniert. So. Ich schmür mich dann mal ganz kurz in den Toospeak. Kommt gleich. Kommt gleich. Jo. Zeitplan-Arbeit. Bäh. So. Können wir noch irgendjemanden befördern? Nope. Würde ich noch nicht tun. Allein wegen der Moral, die die haben wollen. Achtet da drauf. Ach ja? Ach, vielleicht sind die deswegen so gestresst? Mhm. Warte, warte, setze ich die doch mal wieder ein bisschen zurück. Äh. Random. Gehen wir zum Wissenschaftler. Wer war noch immer so gestresst? Ich... Never. Never Raven war immer gestresst. Also zu gut mit dir. Aber gerne doch! Ich höre jetzt gerade mal irgendwie meine Kamera wieder vor. Du 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 du. So. Aber wie gesagt. Ich gehe jetzt duschen. Und versuche das ganze Zeit wieder loszuwerden. Haha. Viel Spaß. Haha. Danke. Und... Ja. Mal gucken. Vielleicht hören wir uns nach den Duschen nochmal. Ich wagen es aber zu zweifeln, weil ich könnte ja noch mit meiner Freundin telefonieren wollte. Ja. Mach das mal. Je nachdem ob sie denn jetzt noch zeigen was du hast. Ich würde mich ja... Ich würde mich ja... Danke für den Raid und danke Anakin für den Raid. Vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen ihr alle. Zu... Zu... Noch ungefähr 6-10 Minuten. Oxygen not included. Mit mir den Parfum. Gleich übernimmt wieder Sheepy. Und dort gibt es Stardew Valley. Ich glaube Multiplayer oder? Ja. Wenn das noch jemand sehen wird. Ja. Ist das Spiel ja alleine. Was machst du denn das? Ja. Bis später. Ja komm. Wenn ich schon nicht streamen kann. Zöcke ich will nichts mit. Ja siehste. Dann kannst du doch noch ein bisschen mitmachen. Aber ich hab dich gar nicht bei Dingus glaube ich. Bei Steam. 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 Habe ich jetzt eigentlich schon... Kühlschränke erforscht? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. So im Großen und Ganzen kann ich sagen. Mit Puneos Hilfe. Okay. Hat das hier doch sehr gut funktioniert. Das war nicht mein Verdienst. Danke Brotka. Ne der hat halt so ein System aufgebaut wo er zwei von den Spielen drin hat. Es gibt viele viele gute YouTuber. Die Oxygen Not Included Tutorials machen. Ja. Aber er finde ich ist dann sticht heraus. Er hat erst mit dem Spiel wirklich erfolgreich gewonnen. Er hatte vorher vielleicht 100, 150 Zuschauer. Follower. Und guck mal. Er hat 20.000. Er ist damit durch die Decke gegangen. Ja. Vor allem. Er hat halt das Ding. Er setzt sich halt wirklich hin. Macht Berechnungen etc. Aber er nimmt auch Informationen von seinem Viewer mit rein. Das ist halt das was ich so beeindruckend finde. Genau. Er macht halt auch testende Welten wo er wirklich berechnet. Wie viel was wann wo passiert. Und hat riesen Excel Tabellen. Wo er dir genau einträgt. Okay. Ich hab jetzt fünf Duplicant. Und dann weißt du genau. Du brauchst zu viel Essen. Zu viel Strom. Da oben. Ja. Ich kann ihn nur empfehlen. Schreibt ihn auch in die Kommentare mit Grüßen von Video Streamers. Ich hab mein Follow da gelassen. Das wär geil. Er liebt seine Kommentare in den Streams in seinen Videos immer. Übrigens. Ähm. Er hat ihm gefallen alle vor. Mhm. Für auch ganz tolle Werbung. Nein aber ich kann ihn nur empfehlen. Man lernt sehr viel aus dem Video. Ja es ist. Ja es ist. Wie gesagt. Ich hab. Gestern wo ich dann so Kopfschmerzen gehabt hat. Aber mich nicht hinlegen konnte. Weil es mir dann schlecht geworden ist. Habe ich ihn einfach angemacht. Und. Ich konnte halt trotz der Kopfschmerzen relativ gut abschalten. Und trotzdem. Ja. Ja. Das ist sehr angenehm. Okay. Wir haben. Eine reduzierende Stressauslassung. Vielen Dank da für den Tipp. Wir machen immer. Wir machen immer Werbung. Für einen YouTuber. Der absolut gar nicht im Team gehört. Aber Support ist kein Wort. Ja. Von daher. Genau. Oh ja. Du bist ja bei der 60.000. Der hat ja letzte Woche noch 20.000 da unten. Einer davon bin ich. Ja. Der geht dank des Spiels durch die Decke. Das ist sein Hauptspiel. Der hat noch ein paar andere. Aber das ist so sein Hauptspiel. Ja. Ja. Bei mir sind die Team gerade nicht. Ich mag nicht mit elf Freunden. Nicht mit ihr zufrieden. Ich glaub mal kurz noch. Es ist Montag auf Dienstag. Es kann sein, dass Team gerade down ist. Na, down ist es nicht. Okay. Du meinst Dienstag auf Mittwoch. Team ist noch an, weil das hat funktioniert. Ja. Tatsächlich funktioniert bei mir nur die Freunde auf Seite nicht. Point. Warte mal. Wie heißt du denn, Brun? Brunschäbchen, ja. Ein Brunschäbchen. Okay, wenn ich auf Freunde hinzufüge, Türke bleibt das bei mir auch schwarz. Ja gut. Und lädt sich dumm und dämlich. So ist es. Schleuse. Machen wir hier rein, so. Nicht, dass wir irgendwann in böse Gase reinkommen. Nahrungsmangel. Ihr seid der wahre Wahnsinn. Ich war, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr seid der wahre Wahnsinn. Du bist der wahre Wahnsinn. Oh wirklich, Smokey. Ich bin hier oben. Tschüssi. Also, sag, wenn es bei euch geklappt hat. Du bist der wahre Wahnsinn. Und wann ihr soweit seid. So lange mache ich jetzt einfach. Du bist der wahre Wahnsinn. Nein. Du bist der wahre Wahnsinn. Ja, wenn es nicht wieder Freunde hinzufüge, dann ist die nicht alleine. Warte mal, da hätte ich das genau auf der Freundes-Appseite. Keine Ahnung, nee, nicht mehr. Ich sag doch Karma. Merkst du was, Paffin? Ich glaub ich heute schon mal von einem Kett gehört. Ich muss als kleines, äh, ich muss als kleines Kind. Ich muss als im früheren Leben kleine Wunde-Welben gequält haben, oder was? Dann krieg... ja. Na ja. Egal. Oh. 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 Das war's so krass. Kann ich jetzt auch schon an, weil... Worum? Ja, das ist alles super. Ja, aber bei mir funktioniert irgendwie immer irgendwas nicht, wenn ich mit uns zusammen spielen will. Ach so. Ja, Karma halt. Wir müssen irgendwas falsch gemacht haben. Oder das ist so, das Leben ist neidisch auf uns, weißt du? Ja. Weil wir eben alles so gut machen. Kling, kling. Kling, kling. Eisspiele. Kling, kling. Kling, 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 kling. Kling, kling, kling. Boah, mal Pony. Oh. Kann ich nach Hause erstmal schlafen. Gute Nachtsicht. Gute Nachtsicht. Gute Nachtsicht. Gute Nachtsicht. Gute Nachtsicht. Gute Nachtsicht. Warte. Der war doch schon weg. Der war doch. Ich gebe mir mal noch mal ein... Was zu trinken, die Arminisieren und gerne... Wenn der so kommt. Ich kann dir auch den Sessel hinschieben, wenn du willst. Aber ich habe jetzt so eine Konstruktion hier drüben. Obwohl, so viel Wasser habe ich nicht. Vergesst es. Er hat nicht viel gesehen. Aber die sollte, wenn sie wieder reinkommt, etwas mehr bedecken. Genau deswegen ist sie gegangen. Ja, ist gegangen so. Du bist rüber gegangen, um deine Beine eventuell beim Stream zu verdecken. Ja. 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 Man hat ja... Man hat ja... Man zieht ja nur die Beine von daher. Ja, ja. Ich würde tappen. Ihhh, die lieben sich. Das kann ich dann gleich machen, wenn ich aufhör zu streamen, ja. Boah, pui. Das im Streamen. Weichel austausch. Schämt ihr euch nicht? Mit dem Moment küsst du deine Mutter? Boah. Hier. Die Antwort da drauf, was du gerade gemacht hast, Filio. Okay. Mein Fazit zu dieser Base ist, ich würde das jetzt trotzdem nochmal anders aufbauen. Nöö. So vom Start her. Ach so. Ja, der Start ist ja immer ein bisschen problematisch. Den kannst du nie wirklich bestimmen. Deswegen ja. Aber ich hätte jetzt hier das tatsächlich ein bisschen mit dem hier unten anders gemacht. Weil ich kann jetzt hier kaum aufmachen. Obwohl, doch kann ich. Einfach zwei Teils raus in die Tür rein und dann runter gehen. Mhm. Ja. Aber kommt gleich mit. Nevermind. Ich bin doof. Und zur Null machst du oben neben den Komposter auf und gehst da runter. Ja. Aber ich muss hier drin nochmal, ich weiß nicht, wie mache ich das hier drin? Am besten Kohlendioxid reinpumpen lassen. Aber mit einem Gasregulator, der dann wieder rauspumpt, sobald es zu viel wird, oder? Nöö. Einfach nur. Für Sie in der Community zugehören. Ihr seid einfach Rumpel. Danke, Teil uns. Wir reinpumpen. Ja, ja. Ja. Dankeschön. Danke, du. Oder ich mache hier oben den Einpump rein. Du kannst einen Atmosensor reinmachen, der einfach sagt, wenn Druck überst, schaltet die Pumpe ab, geht er reinpumpt, oder was? Ja, klar stimmt. Ich muss ja bloß das Kabel rüberlegen. Ja. In dem Post nur ein Ventil da reinmachen und dann verwiegelt das Ventil und dann ist gut. Automatisiertes. Ich habe die erste Hälfte vom Loot mit meinem OBS gelesen und die zweite gerade im Ski. Ich habe jetzt gerade mal dieses Autokonfiguration-Beta-Tester laufen lassen. Zum Tester habe ich keine Verwendung, aber auch hoffentlich auch, also das kann er nicht coveren und verwenden, mache ich es mit meinem Keycam für mich, also nichts will ich am Tief. Ich habe die erste Hälfte. Oh. Ähm. Tach. Wo kannst du wo? Nochmal. Was hast du getan, glaubst du? Die dreckige Erde stößt wieder Duftstoffe aus. Du kannst ja bei OBS, kannst ja dieses Autokonfiguration-Beta machen. Ja. Verbindet er ja zum Körper, um die Band weiter zu setzen. Dann habe ich das mit dem Key du mir gegeben hast und mit dem Test-Tester, da findet er keine Verbindung. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, was da los ist. Alle gehen, nur davon herkennen und davon dir nicht. Ich kann ja gerne nochmal auf Re-senden drücken, ich weiß nicht, ob du einen neuen kriegst. Äh. Einladung erneut senden. Kann sein, dass du einen anderen kriegst oder einen Zettel auch, muss der vergleichen. Also ich sitze dann bequem. Okay. Das ist schön. Ich bewege mich jetzt dann auf kein City-Beta mehr, weil so viel wie ich mich einsetzt. Noch ist nichts mehr. Ja gut. Spam-Ordner vielleicht. Nicht! Spam-Ordner. Spam-Ordner. Aber jetzt noch eine Frage, Punio. Würdest du, das hab ich von unserem Herrn YouTuber ja gesehen, würdest du tatsächlich die Methode auch verwenden, dreckiges Wasser zu erhitzen, um daraus quasi Steam zu machen, um das wieder zu sauberem Wasser umzuwandeln. Vorteil ist, du kriegst dann auch Erde. Mhm. Das heißt, du machst nicht nur das Wasser sauber, verschwendest auch keinen Sand. Klar, du musst gucken, dass es irgendwie wieder runterkühlt. Aber A kriegst du Erde, B kriegst du frisches, sauberes Wasser. Kein verkeimtes mehr, weil die Keime sterben ab. Ja. Also auf Dauer wäre das tatsächlich eine Methode, vorausgesetzt man findet etwas, was abkühlen kann. Ne, also die kommt nicht an. Dann weiß ich nicht, dann muss es an Twitch liegen. Also mehr auf als Button drücken kann ich nicht leider. So, Klein Annie ist aus der Dusche zurück. Willkommen zurück. Ist dazu noch brav? Ähm, bisschen. Ich weiß, ein bisschen. Dass ich in ca. 10-15 Minuten meine Feulen anrufen wollte, weil wir, soweit ich weiß bin, noch quatschen wollten. Okay. Warum nicht denn nur noch so ruhig? Oh mein Gott, ich habe einen Klogger aus Schlot gefunden. Einen Klogger aus Schlot. Oh cool. Du kannst ja ein Haus für mich mit hinsetzen und wenn wir dann fertig mit gequatscht haben, ich meine, sie läuft ja demnächst schlafen gehen. Ja und dann kommt es einfach mit rein und Punio und ich fahre dann mit Punio auch gleich mit dein Haus hin, bis wenn es ihm dann wieder funktioniert, dass er dann das nächste Mal auch mitgehen kann. Genau. Beziehungsweise, ich gehe jetzt mal gleich lieber, ruf sie an, kann auch fast besser gesagt, äh, ne, ich bin jetzt schon zu müde, ähm, wird nichts mehr. Oder, ne, ich will mit einem Kerl telefonieren und so ein halb, halb, ähm, entschuldigung. Was, das bleibt mir wirklich bewegt? Ich hab dich auch, ich hab dich auch, ich hab dich auch, Lieb Punio. Hört sich keine Sonne nicht mehr. Wo ist eigentlich bei ochre? C worrying my heart? Au! Wien porque也是 hellb, man muss sich bor cruelty々íaír. Bis Majesty erreichen wollte. Brauche ich das da drin auch? Ja logisch, die gehen ja durchs Klo. Und da wieder Keime zum Krankenbett zu schleppen, wäre du. Ja, Argument. Ähm, zerleg die zweimal kurz. Die Esstische woanders sind, weil, ne? Bin schon dabei. Nicht, dass die aufs Klo rennen und dann was essen und dann aufs Ende war so. Bar. Man merkt, ich werde ein bisschen unkonzentriert. Ich darf das auch machen. Du bist gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Und dann... Die Frage kommt von Frosty. Ja, Frosty will ich. Ja, er ist gleich fertig. Ne, ich mach dann weiter. Wollen wir dir zusammen suchten gehen. Ich erschieße einmal Jo, dann will er nicht mit mir suchten gehen. So, sagt ihr dann bitte dann auch, wenn ich dann nicht mal da sein sollte, den anderen Screamern, die schon auf diesem Kanal screamen, also die schon Key haben, Bescheid, dass sie sich da auch nochmal eintragen können, wenn sie wollen. Ja. Perfekt. Aber jetzt nicht, dass sich da einer am 10. schon einträgt und wir bis dahin Luftwirkung, ne? Bitte nacheinander. Also liegt's gut. Niemand, der schießt hier oben. Ja, das glaube ich auch. Liegt wohl an Twitch, dass die Wii mir nicht mehr ankommt. Ich geh von aus. Warte mal, ich kann nicht mal komplett rauslöschen. Nochmal. Kopieren. Entfernen. Ja, entfernen. Einladung senden. Schauen wir mal. Aber ich müsste jetzt auch langsam, dass ich immer anfangen, sowas wie Pilzchen, sowas anzupflanzen, ne? Ah, Twitch hat ja heute sowieso gesetzt, hier noch nicht. Also jetzt ist... Neuladen nicht. Kann einer von euch kochen? Nein. Kommt auf an, was du essen willst. Ein paar Matschriegel krieg ich auch noch hin. Einen Mundatner will ich nicht. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Erde da. Hm? Ich sag dir ein bisschen Wasser, ein bisschen Erde. Das Ganze kannst du dir auch noch frittieren. Hier, Führsorge plus drei, mag graben. Was möchten wir denn für einen Stadhof? Einen Flussberghof, einen Waldhof, einen Werkhof oder einen Wildnis, wo es in ist, wenn er nach Monster auftaucht. Ich mag keine Monster. Ja, nehmen wir einfach den Wald los. So, der letzte Name, der jetzt noch in meine Base kommt, bevor ich ihn übergebe, das ist Anakin. Yeah. Anakin. Du wirst ein hübsches Mädchen ein Mensch. Oh mein Gott. Das wird dich jetzt immer verfolgen, das ist dir bekannt, ne? Egal, wo man irgendwie noch Frauen hinzufügen würde, das ist immer ein Ende drin sein. Ich muss ja mein Zünder noch wieder umändern. Ah, schön. Ich bin jetzt wenigstens keiner mehr, aber mein Bärtchen, das ist gut. Verdammt, warum hat jetzt niemand mehr gespendet? Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, jetzt ist es noch nicht vorbei. Achso, wegen dem Bad, ja. Achso, wegen ich bin immer noch der Meinung, es liegt nicht an Twitch. Es liegt an einem fucking Hotmail, ja. Die blocken echt alles weg. Wie gesagt, ich stehe da auch mit meinem Maps, mit meinem Mail-Server auf der Blacklist, weil ich angeblich Spam-Mails an Hotmail verschickt hätte. Aber weil die erste ist ja angekommen. Ja. Hotmail ist trotzdem mies. Also, ich empfehle niemanden Hotmail oder... Was gehört noch dazu? Jahu. Jahu ist auch Müll. Ja, nee. Jahu gehört nicht zu Microsoft. MSN. Das ist ja alles ein und dasselbe. MSN.com, Hotmail. Was war es denn noch? Hotmail. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Die empfehle ich niemanden. Die zu Google oder... Die haben eh schon eure Daten. Könnt ihr auch eine E-Mail-Adresse anlegen. Das stimmt wohl, ja. Wie könntest du denn gleich einmal da unten mein Gamepad ausschützen? Das kann ich gleich machen, ja. Ich finde es auch immer witzig, wenn viele mit Facebook aufhören, weil sie die Datenkrake nicht mögen, aber dann WhatsApp-Seite nutzen. Aber ich verstehe nicht, warum ich mein... 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 äh hier... ähm... Du machst mir grad meine Pointe kaputt, mach hin. Ich wundere mich, dass mein Twitch-E-Mail dafür wichtig ist. Weil das mit deinem Account verknüpft ist. Ja, weil hier, weil es steht dann runter, wenn du mit diesem Steam-Key bist... Trotzdem ist es mit deinem Twitch-Account verknüpft. Das heißt, baust du mit diesem Stream-Key Scheiße, wissen die das. Du das warst und spannen die unter Umständen auch deinen Twitch-Account. Deswegen mein das differenziert werden kann, wem, was, wo, wie, gehört. Sprech dann mit deinem Steam-App und Key da, den du vom BRS-Kanal gekriegt, das Teams und da misst raus, dann würden die das auf Licht zurückführen und die auf den Team-Kanal. Genau. Auf jeden Fall. Vielen Dank für den heutigen Abend. Warte, warte. Ich wollte meine Pointe noch fertig machen. Ja, genau. Und dann... Ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt noch witzig ist. Äh... Zu sagen, Facebook nicht zu nutzen, aber weiterhin WhatsApp nutzen, ist wie... Äh... Currywurst... Currywurst, Rot-Weiß und die Mario weglassen, wenn man abnehmen möchte. Jaaa... Jaaa... Wir haben zu zeigen, ne? Das trifft es aber sehr gut, ja. Ähm... Soll ich Shibi dann auch noch die Credits geben, oder machst du das, oder...? Kannst du ja geben, ja. Kannst ja wie gesagt leider dieses Overlay einpacken. Ich doch. Wie kann man da ruhig durchlaufen lassen? Ja. Äh... Also ich muss ja später rauskopieren, ich hab ja... Hab keine Eile, also... Ähm... Wenn du ne E-Mail schickst... Ähm... Ist... Äh... Hast du die... Ist der Key dann schon fertig, oder... Ähm... Generiert dein Twitch den ersten, und dann schickt er den? Wenn ich jetzt irgendwie irgendwas mit der Programmierung dort zu tun hätte, würde ich's wissen. Nein, ich frag... Nein, ich frag ja auch... Ob das bei dir angezeigt wird, der Key, und sagst ja, den schick ich jetzt so random, oder... Äh... Diesen Key darfst du ja auch niemandem weitergeben. Sonst könnte man ja denken, du warst das. Ja, sei doch, ich geb jetzt ab, und... Und meine Frau streamt jetzt, also... Ich kann sie schon knuddelt, aber... Nö? Auf jeden Fall... Bevor jetzt diese Diskussion hier weitergeht... Vielen, vielen Dank für den heutigen Abend. Es war... Wieder sehr, sehr lustig. Und... Ja, schade, dass es bei dir nicht funktioniert hat, Punio, aber du hast dein Oni bekommen. Sehr klar. Übrigens in vier Wochen und zwei Tagen gibt's mal ein Update. Ja, das seh ich gerade. Ich bin gespannt, jetzt langsam komm ich in die Materie rein, dann könntest du das ganze Spiel kaputt machen. Mhm. Ja, du denkst dir so, ja, so langsam kapierst. Ja, richtig. Richtig. Ich geb ab, vielleicht komm ich die Tage nochmal online, morgen, übermorgen, gestern, mal gucken. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ja, bis bald. �� Loud